Zweite Abteilung. Der Wanderer und sein Schatten. Da ich dich so lange nicht reden hörte, so möchte ich dir eine Gelegenheit geben. Es redet. Wo? Und wer? Fast ist es mir, als hörte ich mich selber reden, nur mit noch schwächerer Stimme als die meine ist. Freut es dich nicht, Gelegenheit zum Reden zu haben? Bei Gott und bei allen Dingen, an die ich nicht glaube, mein Schatten redet. Ich höre es, aber glaube es nicht. Nehmen wir es hin und denken wir nicht weiter darüber nach. In einer Stunde ist alles vorbei. Ganz so dachte ich, als ich in einem Walde bei Pisa erst zwei und dann fünf Kamele sah. Es ist gut, dass wir beide auf gleiche Weise nachsichtig gegen uns sind. Wenn einmal unsere Vernunft stille steht, so werden wir uns auch im Gespräch nicht ärgerlich werden und nicht gleich dem anderen Daumenschrauben anlegen, falls sein Wort uns einmal unverständlich klingt. Weiß man gerade nicht zu antworten, so genügt es schon, etwas zu sagen. Das ist die billige Bedingung, unter der ich mich mit jemandem unterrede. Bei einem längeren Gespräche wird auch der Weißeste einmal zum Narren und dreimal zum Tropf. Deine Genügsamkeit ist nicht schmeichelhaft für den, welchem du sie eingestehst. Soll ich denn schmeicheln? Ich dachte, der menschliche Schatten sei seine Eitelkeit. Diese aber würde nie fragen, soll ich denn schmeicheln? Die menschliche Eitelkeit, soweit ich sie kenne, fragt auch nicht an, wie ich schon zweimal tat, ob sie reden dürfe. Sie redet immer. Ich merke erst, wie unartig ich gegen dich bin, mein geliebter Schatten. Ich habe noch mit keinem Wort gesagt, wie sehr ich mich freue, dich zu hören und nicht bloß zu sehen. Du wirst es wissen. Ich liebe den Schatten, wie ich das Licht liebe. Damit es Schönheit des Gesichts, Deutlichkeit der Rede, Güte und Festigkeit des Charakters gebe, ist der Schatten so nötig wie das Licht. Es sind nicht Gegner. Sie halten sich vielmehr liebevoll an den Händen. Und wenn das Licht verschwindet, schlüpft ihm der Schatten nach. Und ich hasse dasselbe, was du hassest. Die Nacht. Ich liebe die Menschen, weil sie Lichtjünger sind und freue mich des Leuchtens, das in ihren Augen ist, wenn sie erkennen und entdecken, die unermüdlichen Erkenner und Entdecker. Jener Schatten, welchen alle Dinge zeigen, wenn der Sonnenschein der Erkenntnis auf sie fällt, jener Schatten bin ich auch. Ich glaube, dich zu verstehen, ob du dich gleich etwas schattenhaft ausgedrückt hast. Aber du hattest recht. Gute Freunde geben einander hier und da ein dunkles Wort als Zeichen des Einverständnisses, welches für jeden Dritten ein Rätsel sein soll. Und wir sind gute Freunde. Deshalb genug des Vorredens. Ein paar hundert Fragen drücken auf meine Seele. Und die Zeit, da du auf sie antworten kannst, ist vielleicht nur kurz. Sehen wir zu, worüber wir in aller Eile und Friedfertigkeit miteinander zusammenkommen. Aber die Schatten sind schüchterner als die Menschen. Du wirst niemandem mitteilen, wie wir zusammen gesprochen haben. Wie wir zusammen gesprochen haben? Der Himmel bewahre mich vor langgesponnenen schriftlichen Gesprächen. Wenn Plato weniger Lust am Spinnen gehabt hätte, würden seine Leser mehr Lust an Plato haben. Ein Gespräch, das in der Wirklichkeit ergötzt ist, in Schrift verwandelt und gelesen, ein Gemälde mit lauter falschen Perspektiven. Alles ist zu kurz oder zu lang. Doch werde ich vielleicht mitteilen dürfen, worüber wir übereingekommen sind? Damit bin ich zufrieden. Denn alle werden darin nur deine Ansichten wiedererkennen. Des Schattens wird niemand gedenken. Vielleicht irrst du, Freund. Bis jetzt hat man in meinen Ansichten mehr den Schatten wahrgenommen als mich. Mehr den Schatten als das Licht? Ist das möglich? Sei ernsthaft, lieber Nare. Gleich meine erste Frage verlangt ernst. Vom Baum der Erkenntnis Wahrscheinlichkeit, aber keine Wahrheit. Freischeinlichkeit, aber keine Freiheit. Diese beiden Früchte sind es, während wegen der Baum der Erkenntnis nicht mit dem Baum des Lebens verwechselt werden kann. Die Vernunft der Welt, dass die Welt nicht der Inbegriff einer ewigen Vernünftigkeit ist, lässt sich endgültig dadurch beweisen, dass jenes Stück Welt, welches wir kennen, ich meine unsere menschliche Vernunft, nicht allzu vernünftig ist. Und wenn sie nicht alle Zeit und vollständig weise und rationell ist, so wird es die übrige Welt auch nicht sein. Hier gilt der Schluss a minori ad maius, a patre ad totum, und zwar mit entscheidender Kraft. Die Entstehung verherrlichen, das ist der metaphysische Nachtrieb, welcher bei der Betrachtung der Historie wieder ausschlägt und durchaus meinen macht, am Anfang aller Dinge stehe das wertvollste und wesentlichste. Maß für den Wert der Wahrheit Für die Höhe der Berge ist die Mühsal ihrer Besteigung durchaus kein Maßstab. Und in der Wissenschaft soll es anders sein, sagen uns einige, die für eingeweiht gelten wollen. Die Mühsal um die Wahrheit soll gerade über den Wert der Wahrheit entscheiden. Diese tolle Moral geht von dem Gedanken aus, dass die Wahrheiten eigentlich nichts weiter seien als Turngerätschaften, an denen wir uns wacker müde zu arbeiten hätten. Eine Moral für Athleten und Festturner des Geistes. Sprachgebrauch und Wirklichkeit Es gibt eine erheuchelte Missachtung aller Dinge, welche tatsächlich die Menschen am wichtigsten nehmen, aller nächsten Dinge. Man sagt zum Beispiel, man isst nur, um zu leben, eine verfluchte Lüge, wie jene, welche von der Kindererzeugung als der eigentlichen Absicht aller Wolllust redet. Umgekehrt ist die Hochschätzung der wichtigsten Dinge fast niemals ganz echt. Die Priester und Metaphysiker haben uns zwar auf diesen Gebieten durchaus an einen heuchlerisch übertreibenden Sprachgebrauch gewöhnt, aber das Gefühl doch nicht umgestimmt, welches diese wichtigsten Dinge nicht so wichtig nimmt wie jene verachteten nächsten Dinge. Eine ledige Folge dieser doppelten Heuchlerei aber ist immerhin, dass man die nächsten Dinge, zum Beispiel Essen, Wohnen, sich Kleiden, Verkehren, nicht zum Objekt des stetigen Unbefangenen und allgemeinen Nachdenkens und Umbildens macht, sondern, weil dies für Herabwürdigen gilt, seinen intellektuellen und künstlerischen Ernst davon abwendet. So hat hier die Gewohnheit und die Frivolität über die Unbedachtsamen, namentlich über die unerfahrene Jugend, leichten Sieg haben, während andererseits unsere fortwährenden Verstöße gegen die einfachsten Gesetze des Körpers und Geistes und uns alle, Jüngere und Ältere, in eine beschämende Abhängigkeit und Unfreiheit bringen. Ich meine in jene im Grunde überflüssige Abhängigkeit von Ärzten, Lehrern und Seelsorgern, deren Druck jetzt immer noch auf der ganzen Gesellschaft liegt. Die irdische Gebrechlichkeit und ihre Hauptursache Man trifft, wenn man sich umsieht, immer auf Menschen, welche ihr Leben lang Eier gegessen haben, ohne zu bemerken, dass die länglichsten die wohlschmeckendsten sind, welche nicht wissen, dass ein Gewitter dem Unterleib förderlich ist, dass Wohlgerüche in kalter, klarer Luft am stärksten riechen, dass unser Geschmackssinn an verschiedenen Stellen des Mundes ungleich ist, dass jede Mahlzeit, bei der man gut spricht oder gut hört, dem Magen Nachteil bringt. Man mag mit diesen Beispielen für den Mangel an Beobachtungssinn nicht zufrieden sein, umso mehr möge man zugestehen, dass die allernächsten Dinge von den meisten, sehr schlecht gesehen, sehr selten beachtet werden. Und ist dies gleichgültig? Man erwäge doch, dass aus diesem Mangel sich fast alle leiblichen und seelischen Gebrechen der Einzelnen ableiten. Nicht zu wissen, was uns förderlich, was uns schädlich ist. In der Einrichtung, der Lebensweise, Verteilung des Tages, Zeit und Auswahl des Verkehres, in Beruf und Muße, Befehlen und Gehorchen, Natur und Kunst empfinden, Essen, Schlafen und Nachdenken. Im Kleinsten und Alltäglichen unwissend zu sein und keine scharfen Augen zu haben, das ist es, was die Erde für so viele zu einer Wiese des Unheils macht. Man sage nicht, es liege hier wie überall an der menschlichen Unvernunft. Vielmehr, Vernunft genug und übergenug ist da, aber sie wird falsch gerichtet und künstlich von jenen kleinen und allernächsten Dingen abgelenkt. Priester und Lehre und die sublimierte Herrschsucht der Idealisten jeder Art, der Gröberen und Feineren, reden schon dem Kinde ein, es komme auf etwas ganz anderes an. Auf das Heil der Seele, den Staatsdienst, die Förderung der Wissenschaft oder auf Ansehen und Besitz, als die Mittel der ganzen Menschheit, Dienste zu erweisen, während das Bedürfnis des Einzelnen seine große und kleine Not innerhalb der 24 Tagesstunden etwas Verächtliches oder Gleichgültiges sei. Sokrates schon wehrte sich mit allen Kräften gegen diese hochmütige Vernachlässigung des Menschlichen zugunsten des Menschen und liebte es, mit einem Worte Homers an den wirklichen Umkreis und Inbegriff alles Sorgens und Nachdenkens zu mahnen. Das ist es und nur das, sagte er, was mir zu Hause an Gutem und Schlimmem begegnet. Zwei Trostmittel Epikur, der Seelenbeschwichtiger des späteren Altertums, hatte jene wundervolle Einsicht, die heutzutage immer noch so selten zu finden ist, dass zur Beruhigung des Gemüts die Lösung der letzten und äußersten theoretischen Fragen gar nicht nötig sei. So genügte es ihm, solchen, welche die Götterangst quälte, zu sagen, wenn es Götter gibt, so bekümmern sie sich nicht um uns, anstatt über die letzte Frage, ob es Götter überhaupt gäbe, unfruchtbar und aus der Ferne zu disputieren. Jene Position ist viel günstiger und mächtiger. Man gibt dem Anderen einige Schritte vor und macht ihn so zum Hören und Beherzigen gutwilliger. Sobald er sich aber anschickt, das Gegenteil zu beweisen, dass die Götter sich um uns bekümmern, in welche Irrsale und Dorngebüsche muss der Arme geraten, ganz von selber, ohne die List des Unterredners, der nur genug Humanität und Freiheit haben muss, um sein Mitleiden an diesem Schauspiele zu verbergen. Zuletzt kommt jener andere zum Ekel, dem stärksten Argument gegen jeden Satz, zum Ekel an seiner eigenen Behauptung. Er wird kalt und geht fort mit derselben Stimmung, wie sie auch der reine Atheist hat. Was gehen mich eigentlich die Götter an? Hole sie der Teufel. In anderen Fällen, namentlich, wenn eine halbphysische, halbmoralische Hypothese das Gemüt verdüstert hatte, widerlegte er nicht diese Hypothese, sondern gestand ein, dass es wohl so sein könne. Aber es gäbe noch eine zweite Hypothese, um dieselbe Erscheinung zu erklären. Vielleicht könnte es sich auch noch anders verhalten. Die Mehrheit der Hypothesen genügt auch in unserer Zeit noch, zum Beispiel über die Herkunft der Gewissensbisse, um jenen Schatten von der Seele zu nehmen, der aus dem Nachgrübeln über das einzige, allein sichtbare und dadurch hundertfach überschätzte Hypothese so leicht entsteht. Wer also Trost zu spenden wünscht an unglückliche Übeltäter, Hypochonder, Sterbende, möge sich der beiden beruhigenden Wendungen Epikurs erinnern, welche auf sehr viele Fragen sich anwenden lassen. In der einfachsten Form würden sie etwa lauten, erstens, gesetzt es verhält sich so, so geht es uns nichts an. Zweitens kann es so sein, es kann aber auch anders sein. In der Nacht Sobald die Nacht hereinbricht, verändert sich unsere Empfindung über die nächsten Dinge. Da ist der Wind, der wie auf verbotenen Wegen umgeht, flüsternd, wie etwas suchend, verdrossen, weil es nicht findet. Da ist das Lampenlicht mit trübem, rötlichem Scheine, ermüdet blickend, der Nacht ungern widerstrebend, ein ungeduldiger Sklave des wachen Menschen. Da sind die Atemzüge des Schlafenden, ihr schauerlicher Takt, zu der eine immer wiederkehrende Sorge die Melodie zu blasen scheint. Wir hören sie nicht, aber wenn die Brust des Schlafenden sich hebt, so fühlen wir uns geschnürten Herzens, und wenn der Atem sinkt und fast ins Totenstille erstirbt, sagen wir uns, Ruhe ein wenig, du armer, gequälter Geist. Wir wünschen allem Lebenden, weil es so gedrückt lebt, eine ewige Ruhe. Die Nacht überredet zum Tode. Wenn die Menschen der Sonne entbehren und mit Mondlicht und Öl den Kampf gegen die Nacht führten, welche Philosophie würde um sie ihren Schleier hüllen. Man merkt es ja dem geistigen und seelischen Wesen des Menschen schon zu sehr an, wie es durch die Hälfte Dunkelheit und Sonnenentbehrung, von der das Leben umflort ist, im Ganzen verdüstert ist. Wo die Lehre von der Freiheit des Willens entstanden ist. Über dem Einen steht die Notwendigkeit in der Gestalt seiner Leidenschaften, über dem Anderen als Gewohnheit zu hören und zu gehorchen, über dem Dritten als logisches Gewissen, über dem Vierten als Laune und mutwilliges Behagen an Seiten sprüngen. Von diesen Vieren wird aber gerade da die Freiheit ihres Willens gesucht, wo jeder von ihnen am festesten gebunden ist. Es ist, als ob der Seidenwurm die Freiheit seines Willens gerade im Spinnen suchte. Woher kommt dies? Er sichtlich daher, dass jeder sich dort am meisten für frei hält, wo sein Lebensgefühl am größten ist. Also wie gesagt, bald in der Leidenschaft, bald in der Pflicht, bald in der Erkenntnis, bald im Mutwellen. Das, wodurch der einzelne Mensch stark ist, worin er sich belebt fühlt, meint er unwillkürlich, müsse auch immer das Element seiner Freiheit sein. Er rechnet Abhängigkeit und Stumpfsinn, Unabhängigkeit und Lebensgefühl als notwendige Paare zusammen. Hier wird eine Erfahrung, die der Mensch im gesellschaftlich-politischen Gebiete gemacht hat, fälschlich auf das allerletzte metaphysische Gebiet übertragen. Dort ist der starke Mann auch der freie Mann, dort ist lebendiges Gefühl von Freude und Leid, Höhe des Hoffens, Kühnheit des Begehrens, Mächtigkeit des Hassens, das Zubehör des Herrschenden und Unabhängigen, während der Unterworfene der Sklave gedrückt und stumpf lebt. Die Lehre von der Freiheit des Willens ist eine Erfindung herrschender Stände. Keine neuen Ketten fühlen Solange wir nicht fühlen, dass wir irgendwo von abhängen, halten wir uns für unabhängig. Ein Fehlschluss, welcher zeigt, wie stolz und herrschsüchtig der Mensch ist. Denn er nimmt hier an, dass er unter allen Umständen die Abhängigkeit, sobald er sie erleide, merken und erkennen müsse, unter der Voraussetzung, dass er in der Unabhängigkeit für gewöhnlich lebe und sofort, wenn er sie ausnahmsweise verliere, einen Gegensatz der Empfindung spüren würde. Wie aber, wenn das Umgekehrte wahr wäre, dass er immer in vielfacher Abhängigkeit lebt, sich aber für frei hält, wo er den Druck der Kette aus langer Gewohnheit nicht mehr spürt. Nur an den neuen Ketten leidet er noch. Freiheit des Willens heißt eigentlich nichts weiter, als keine neuen Ketten fühlen. Die Freiheit des Willens und die Isolation der Fakta Unsere gewohnte, ungenaue Beobachtung nimmt eine Gruppe von Erscheinungen als Eins und nennt sie ein Faktum. Zwischen ihm und einem anderen Faktum denkt sie sich einen leeren Raum hinzu, sie isoliert jedes Faktum. In Wahrheit aber ist all unser Handeln und Erkennen keine Folge von Fakten und leeren Zwischenräumen, sondern ein beständiger Fluss. Nun ist der Glaube an die Freiheit des Willens gerade mit der Vorstellung eines beständigen, eigenartigen, ungeteilten, unteilbaren Fließens unverträglich. Er setzt voraus, dass jede einzelne Handlung isoliert und unteilbar ist. Er ist gerade eine Atomistik im Bereiche des Wollens und Erkennens. Gerade so, wie wir Charaktere ungenau verstehen, so machen wir es mit den Fakten. Wir sprechen von gleichen Charakteren, gleichen Fakten. Beide gibt es nicht. Nun loben und tadeln wir aber nur unter dieser falschen Voraussetzung, dass es gleiche Fakta gebe, dass eine abgestufte Ordnung von Gattungen der Fakten vorhanden sei, welche eine abgestufte Wertordnung entspreche. Also wir isolieren nicht nur das einzelne Faktum, sondern auch wiederum die Gruppen von angeblich kleinen Fakten. Gute, böse, mitleidige, neidische Handlungen und so weiter. Beide Male irrtümlich. Das Wort und der Begriff sind der sichtbarste Grund, weshalb wir an diese Isolation von Handlungen, Gruppen, glauben. Mit ihnen bezeichnen wir nicht nur die Dinge, wir meinen ursprünglich durch sie das Wahre derselben zu erfahren. Durch Worte und Begriffe werden wir jetzt noch fortwährend verführt, die Dinge uns einfacher zu denken als sie sind, getrennt voneinander, unteilbar, geht es an und für sich seiend. Es liegt eine philosophische Mythologie in der Sprache versteckt, welche alle Augenblicke wieder herausbricht, so vorsichtig man auch sonst sein mag. Der Glaube an die Freiheit des Willens, das heißt der gleichen Fakten und der isolierten Fakten hat in der Sprache seinen beständigen Evangelisten und Anwalt. Die Grundirrtümer Damit der Mensch irgendeine seelische Lust oder Unlust empfinde, muss er von einer dieser beiden Illusionen beherrscht sein. Entweder glaubt er an die Gleichheit gewisser Fakta, gewisser Empfindungen. Dann hat dadurch die Vergleichung jetziger Zustände mit früheren und durch Gleich- oder Ungleichsetzung derselben, wie sie bei aller Erinnerung stattfindet, eine seelische Lust oder Unlust. Oder er glaubt an die Willensfreiheit, etwa wenn er denkt, dies hätte ich nicht tun müssen, dies hätte anders laufen können und gewinnt daraus ebenfalls Lust oder Unlust. Ohne die Irrtümer, welche bei jeder seelischen Lust und Unlust tätig sind, würde niemals ein Menschentum entstanden sein. Dessen Grundempfindung ist und bleibt, dass der Mensch der Freie in der Welt, der Unfreiheit sei, der ewige Wundertäter, sei es, dass er gut oder böse handelt, die erstaunliche Ausnahme, das Übertier, der Fastgott, der Sinn der Schöpfung, der nicht hinweg zu denkende, das Lösungswort des kosmischen Rätsels, der große Herrscher über die Natur und Verächter derselben, das Wesen, das seine Geschichte Weltgeschichte nennt. Vanitas Vanitatum Homo Zweimal sagen Es ist gut, eine Sache sofort doppelt auszudrücken und ihr einen rechten und einen linken Fuß zu geben. Auf einem Bein kann die Wahrheit zwar stehen, aber mit zweien aber wird sie gehen und herum kommen. Der Mensch als Komödiant der Welt Es müsste geistigere Geschöpfe geben, als die Menschen sind, bloß um den Humor ganz auszukosten, der darin liegt, dass der Mensch sich für den Zweck des ganzen Weltdaseins ansieht und die Menschheit sich ernstlich nur mit der Aussicht auf eine Weltmission zufrieden gibt. Hat ein Gott die Welt geschaffen, so schuf er den Menschen zum Affen Gottes, als fortwährenden Anlass zur Erheiterung in seinen allzu langen Ewigkeiten. Die Sphärenmusik um die Erde herum wäre dann wohl das Spottgelächter aller übrigen Geschöpfe um den Menschen herum. Mit dem Scherz kitzelt jener gelangweilte Unsterbliche sein Lieblingstier, um an den tragisch stolzen Gebärden und Auslegungen seiner Leiden überhaupt an der geistigen Empfindsamkeit des eitelsten Geschöpfes seine Freude zu haben, als Erfinder dieses Erfinders. Denn wer den Menschen zum Spaß ersann, hatte mehr Geist als dieser und auch mehr Freude am Geist. Selbst hier noch, wo sich unser Menschentum einmal freiwillig demütigen will, spielt uns die Eitelkeit einen Strich, in dem wir Menschen wenigstens in dieser Eitelkeit etwas ganz Unvergleichliches und Wunderhaftes sein möchten. Unsere Einzigkeit in der Welt, ach, es ist eine gar unwahrscheinliche Sache. Die Astronomen, denen mitunter wirklich ein erdentrückter Gesichtskreis zuteil wird, geben zu verstehen, dass der Tropfen Leben in der Welt für den gesamten Charakter des ungeheuren Ozeans von Werden und Vergehen ohne Bedeutung ist. Das ungezählte Gestirne, ähnliche Bedingungen zur Erzeugung des Lebens haben wie die Erde. Sehr viele also. Freilich kann kaum eine Handvoll im Vergleich zu den unendlich vielen, welche den lebenden Ausschlag nie gehabt haben oder oder von ihm längst genesen sind, dass das Leben auf jedem dieser Gestirne, gemessen an der Zeitdauer seiner Existenz, ein Augenblick, ein Aufflackern gewesen ist, mit langen, langen Zeiträumen hinter drein. Also keineswegs das Ziel und die letzte Absicht ihrer Existenz. Vielleicht bildet sich die Ameise im Walde ebenso stark ein, dass sie Ziel und Absicht der Existenz des Waldes ist, wie wir dies tun, wenn wir an den Untergang der Menschheit in unserer Fantasie fast unwillkürlich den Erduntergang anknüpfen. Ja, wir sind noch bescheiden, wenn wir dabei stehen bleiben und zur Leichenfeier des letzten Menschen nicht eine allgemeine Welt- und Götterdämmerung veranstalten. Der unbefangenste Astronom selber kann die Erde ohne Leben kaum anders empfinden als wie den leuchtenden und schwebenden Grabhügel der Menschheit. Bescheidenheit des Menschen Wie wenig Lust genügt den meisten, um das Leben gut zu finden, wie bescheiden ist der Mensch. Worin Gleichgültigkeit Not tut. Nichts wäre verkehrter als abwarten wollen, was die Wissenschaft über die ersten und letzten Dinge einmal endgültig feststellen wird und bis dahin auf die herkömmliche Weise denken und namentlich glauben, wie dies so oft angeraten wird. Der Trieb, auf diesem Gebiete durchaus nur Sicherheiten haben zu wollen, ist ein religiöser Nachtrieb nichts Besseres. Eine versteckte und nur scheinbare skeptische Art des metaphysischen Bedürfnisses mit dem Hintergedanken verkuppelt, dass noch lange Zeit keine Aussicht auf diese letzten Sicherheiten vorhanden und bis dahin der Gläubige im Recht ist, sich um das ganze Gebiet nicht zu kümmern. Wir haben diese Sicherheiten und die alleräußersten Horizonte gar nicht nötig, um ein volles und tüchtiges Menschentum zu leben. Ebenso wenig, als die Ameise sie nötig hat, um eine gute Ameise zu sein. Vielmehr müssen wir uns darüber ins Klare bringen, woher eigentlich jene fatale Wichtigkeit kommt, die wir jenen Dingen so lange beigelegt haben. Und dazu brauchen wir die Historie der ethischen und religiösen Empfindungen. Denn nur unter dem Einfluss dieser Empfindungen sind uns jene allerspitzesten Fragen der Erkenntnis so erheblich und furchtbar geworden. Man hat in die äußersten Bereiche, wohin noch das geistige Auge dringt, ohne in sie einzudringen, solche Begriffe wie Schuld und Strafe und zwar ewige Strafe hinein verschleppt und dies umso unvorsichtiger je dunkler diese Bereiche waren. Man hat seit Alters mit Verwegenheit dort fantasiert, wo man nichts feststellen konnte und seine Nachkommen überredet, diese Fantasien verernst und Wahrheit zu nehmen, zuletzt mit dem abscheulichen Trumpfe, dass Glauben mehr wert sei als Wissen. Jetzt nun tut in Hinsicht auf jene letzten Dinge nicht Wissen gegen Glaubennot, sondern Gleichgültigkeit gegen Glauben und angebliches Wissen auf jenen Gebieten. Alles andere muss uns näher stehen als das, was man uns bisher als das Wichtigste vorgepredigt hat. Ich meine jene Fragen, wozu der Mensch, welches Los hat er nach dem Tode, wie versöhnt er sich mit Gott und wie diese Kuriosa lauten mögen. Ebenso wenig wie diese Fragen der Religiösen gehen uns die Fragen der philosophischen Dogmatiker an, mögen sie nun Idealisten oder Materialisten oder Realisten sein. Sie allesamt sind darauf aus, uns zu einer Entscheidung auf Gebieten zu drängen, wo weder Glauben noch Wissen Not tut. Selbst für die größten Liebhaber der Erkenntnis ist es nützlicher, wenn um alles Erforschbare und der Vernunft Zugängliche ein umnebelter, trügerischer Sumpfgürtel sich legt, ein Streifen des Undurchdringlichen, ewig Flüssigen und Unbestimmbaren. Gerade durch die Vergleichung mit dem Reich des Dunkels am Rande der Wissenserde steigt die Helle und Nähe, nächste Welt des Wissens stets im Werte. Wir müssen wieder gute Nachbarn der nächsten Dinge werden und nicht so verächtlich wie bisher über sie hinweg nach Wolken und Nachtunholden hinblicken. In Wäldern und Höhlen, in sumpfigen Strichen und unter bedecktem Himmel, da hat der Mensch als auf den Kulturstufen ganzer Jahrtausende allzu lange gelebt und dürftig gelebt. Dort hat er die Gegenwart und die Nachbarschaft und das Leben und sich selbst verachten gelernt. Und wir, wir Bewohner der lichteren Gefilde der Natur und des Geistes bekommen jetzt noch durch Erbschaft etwas von diesem Gift der Verachtung gegen das Nächste in unser Blut mit. Tiefe Erklärungen Wer die Stelle eines Autors tiefer erklärt, als sie gemeint war, hat den Autor nicht erklärt, sondern verdunkelt. So stehen unsere Metaphysiker zum Texte der Natur ja noch schlimmer, denn um ihre tiefen Erklärungen anzubringen, richten sie sich häufig den Text erst darauf hin zu. Das heißt, sie verderben ihn. Um ein kurioses Beispiel für Textverderbnis und Verdunkelung des Autors zu geben, so mögen hier Schopenhauers Gedanken über die Schwangerschaft der Weiber stehen. Das Anzeichen des steten Daseins des Willens zum Leben in der Zeit, sagt er, ist der Koitus. Das Anzeichen des diesem Willen aufs Neue Zugesellten, die Möglichkeit der Erlösung offenhaltenden Lichtes der Erkenntnis und zwar im höchsten Grade der Klarheit ist die erneute Menschwerdung des Willens zum Leben. Das Zeichen dieser ist die Schwangerschaft, welche der Herr Frank und Frei ja stolz einhergeht, während der Koitus sich verkriecht wie ein Verbrecher. Er behauptet, dass jedes Weib, wenn beim Generationsakt überrascht, vor Scham vergehen möchte, aber ihre Schwangerschaft ohne eine Spur von Scham ja mit einer Art Stolz zur Schau trägt. Vor allem lässt sich dieser Zustand nicht so leicht mehr zur Schau tragen, als er sich selber zur Schau trägt. Indem Schopenhauer aber gerade nur die Absichtlichkeit des zur Schau tragens hervorhebt, bereitet er sich den Text vor, damit dieser zu der bereitgehaltenen Erklärung passe. So dann ist das, was er über die Allgemeinheit des zu erklärenden Phänomens sagt, nicht wahr. Er spricht von jedem Weibe. Viele, namentlich die jüngeren Frauen, zeigen aber in diesem Zustande selbst vor den nächsten Anverwandten oft eine peinliche Verschämtheit. Und wenn Weiber reiferen und reifsten Alters, zumal solche aus dem niederen Volke in der Tat sich auf jenen Zustand etwas zugute tun sollten, so geben sie wohl damit zu verstehen, dass sie noch von ihren Männern begehrt werden. Dass bei ihrem Anblick der Nachbar und die Nachbarin oder ein vorübergehender Fremder sagt oder denkt, sollte es möglich sein, dieses Almosen wird von der weiblichen Eitelkeit bei geistigem Tiefstande immer noch gern angenommen. Umgekehrt würden, wie aus Schopenhauers Sätzen zu folgern wäre, gerade die klügsten und geistigsten Weiber am meisten über ihren Zustand öffentlich frohlocken. Sie haben ja die meiste Aussicht, ein Wunderkind des Intellekts zu gebären, in welchem der Wille sich zum allgemeinen Besten wieder einmal vereinen kann. Die dummen Weiber hätten dagegen allen Grund, ihre Schwangerschaft noch schamhafter zu verbergen als alles, was sie verbergen. Man kann nicht sagen, dass diese Dinge aus der Wirklichkeit genommen sind. Gesetzt aber, Schopenhauer hätte ganz im Allgemeinen darin recht, dass die Weiber im Zustande der Schwangerschaft eine Selbstgefälligkeit mehr zeigen, als sie sonst zeigen. So läge doch eine Erklärung näher zu Hand als die seinige. Man könnte sich ein Gackern der Henne auch vor dem Legen des Eis denken, des Inhaltes. Seht, seht, ich werde ein Ei legen, ich werde ein Ei legen, Bevor man den Menschen sucht, muss man die Laterne gefunden haben. Wird es die Laterne des Zynikers sein müssen? Immoralisten Die Moralisten müssen es sich jetzt gefallen lassen, Immoralisten gescholten zu werden, weil sie die Moral sezieren. Wer aber sezieren will, muss töten, jedoch nur, damit besser gewusst, besser geurteilt, besser gelebt werde, nicht, damit alle Welt seziere. Leider aber meinen die Menschen immer noch, dass jeder Moralist auch durch sein gesamtes Handeln ein Musterbild sein müsse, welches die anderen nachzuahmen hätten. Sie verwechseln ihn mit dem Prediger der Moral. Die älteren Moralisten sezierten nicht genug und predigten allzu häufig. Daher rührt jene Verwechslung und jene unangenehme Folge für die jetzigen Moralisten. Nicht zu verwechseln Die Moralisten, welche die großartige mächtige aufopfernde Denkweise etwa bei den Helden Plutarchs oder den reinen erleuchtenden wärmeleitenden Seelenzustand der eigentlich guten Männer und Frauen als schwere Probleme der Erkenntnis behandeln und der Vernunft derselben nachspüren, indem sie das Komplizierte in der anscheinenden Einfachheit aufzeigen und das Auge auf die Verflechtung der Motive, auf die eingewogenen zarten Begriffstäuschungen und die von Alters her vererbten, langsam gesteigerten Einzel- und Gruppenempfindungen richten. Diese Moralisten sind am meisten gerade von denen verschieden, mit denen sie doch am meisten verwechselt werden. Von den kleinlichen Geistern, die an jene Denkweisen und Seelenzustände überhaupt nicht glauben und ihre eigene Armseligkeit hinter dem Glanze von Größe und Reinheit versteckt wähnen. Die Moralisten sagen, hier sind Probleme und die Erbärmlichen sagen, hier sind Betrüger und Betrügereien. Sie leugnen also die Existenz gerade dessen, was jene zu erklären beflissen sind. Der Mensch als der Messende Vielleicht hatte alle Moralität der Menschheit in der ungeheuren inneren Aufregung ihren Ursprung Welche die Urmenschen ergriff, als sie das Maß und das Messen die Waage und das Wägen entdeckten. Das Wort Mensch bedeutet ja den Messenden. Er hat sich nach seiner größten Entdeckung benennen wollen. Mit diesen Vorstellungen stiegen sie in Bereiche hinauf, die ganz unmessbar und unwägbar sind, aber es ursprünglich nicht zu sein schienen. Prinzip des Gleichgewichts Der Räuber und der Mächtige, welcher einer Gemeinde verspricht, sie gegen den Räuber zu schützen, sind wahrscheinlich im Grunde ganz ähnliche Wesen, nur dass der Zweite seinen Vorteil anders als der Erste erreicht, nämlich durch regelmäßige Abgaben, welche die Gemeinde an ihnen entrichtet und nicht mehr durch Brandschatzung. Es ist das nämliche Verhältnis wie zwischen Handelsmann und Seeräuber, welche lange Zeit ein und dieselbe Person sind. Wo ihr die eine Funktion nicht rätlich scheint, da übt sie die andere aus. Eigentlich ist ja selbst jetzt noch alle Kaufmannsmoral nur die Verklügerung der Seeräubermoral. So wohlfein wie möglich kaufen, womöglich für nichts als die Unternehmungskosten. So teuer wie möglich verkaufen. Das Wesentliche ist, jener Mächtige verspricht, gegen den Räuber Gleichgewicht zu halten. Darin sehen die Schwachen eine Möglichkeit zu leben. Denn entweder müssen sie sich selber zu einer gleichwiegenden Macht zusammentun oder sich einem gleichwiegenden unterwerfen. ihm für seine Leistungen Dienste leisten. Im letzteren Verfahren wird gern der Vorzug gegeben, weil es im Grunde zwei gefährliche Wesen in Schach hält. Das erste durch das zweite und das zweite durch den Gesichtspunkt des Vorteils. Letzteres hat nämlich seinen Gewinn davon, die Unterworfenen gnädig oder leidlich zu behandeln, damit sie nicht nur sich, sondern auch ihren Beherrscher ernähren können. Tatsächlich kann es dabei immer noch hart und grausam genug zugehen, aber verglichen mit der früher immer gewöhnlichen völligen Vernichtung atmen die Menschen schon in diesem Zustande auf. Die Gemeinde ist die Gemeinde die Organisation der Schwachen zum Gleichgewicht mit Gefahr drohenden Mächten. Eine Organisation zum Übergewicht wäre rätlicher, wenn man dabei so stark würde, um die Gegenmacht auf einmal zu vernichten. Und handelt es sich um einen einzelnen mächtigen Schadentur, so wird dies gewiss versucht. Ist aber der eine ein Stammeshaupt oder hat er großen Anhang, so ist die schnelle entscheidende Vernichtung unwahrscheinlich und die dauernde lange Fede zu gegenwärtigen. Diese aber bringt der Gemeinde den am wenigsten wünschbaren Zustand mit sich, weil sie durch ihn die Zeit verliert, für ihren Lebensunterhalt mit der nötigen Regelmäßigkeit zu sorgen und den Ertrag aller Arbeit jeden Augenblick bedroht sieht. Deshalb zieht die Gemeinde vor, ihre Macht zu Verteidigung und Angriff genau auf die Höhe zu bringen, auf der die Macht des gefährlichen Nachbars ist und ihm zu verstehen zu geben, dass in ihrer Waagschale jetzt gleich viel Erz liege. Darum solle man nicht gut Freund miteinander sein. Gleichgewicht ist also ein sehr wichtiger Begriff für die älteste Rechts- und Morallehre. Gleichgewicht ist die Basis der Gerechtigkeit. Wenn diese in roheren Zeiten sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so setzt sie das erreichte Gleichgewicht voraus und will alles Vermöge dieser Vergeltung erhalten, sodass, wenn jetzt der eine sich gegen den anderen vergeht, der andere keine Rache der blinden Erbitterung mehr nimmt, sondern Vermöge des Jus Talionis, der das Gleichgewicht der gestörten Machtverhältnisse wiederhergestellt. Denn ein Auge, ein Arm mehr ist in solchen Urzuständen ein Stück Macht, ein Gewicht mehr. Innerhalb einer Gemeinde, in der alle sich als gleichgewichtig betrachten, ist gegen Vergehungen, das heißt gegen Durchbrechungen des Prinzips des Gleichgewichts, Schande und Strafe da. Schande, ein Gewicht, eingesetzt gegen den übergreifenden Einzelnen, der durch den Übergriff sich Vorteile verschafft hat, durch die Schande nun wieder Nachteile erfährt, die den früheren Vorteil aufheben und überwiegen. Ebenso steht es mit der Strafe. Sie stellt gegen das Übergewicht, das sich jeder Verbrecher zuspricht, ein viel größeres Gegengewicht auf, gegen Gewalttat, den Kerkerzwang, gegen Diebstahl, den Wiederersatz und die Strafsumme. So wird der Frevler erinnert, dass er mit seiner Handlung aus der Gemeinde und deren Moralvorteilen aussieht. Sie behandelt ihn wie einen Ungleichen, Schwachen, Außer-Ihr-Stehenden. Deshalb ist Strafe nicht nur Wiedervergeltung, sondern hat ein Meer, ein etwas von der Härte des Naturzustandes. An diesen will sie eben erinnern. Ob die Anhänger der Lehre vom freien Willen strafen dürfen? Die Menschen, welche von Berufswegen richten und strafen, suchen in jedem Falle festzustellen, ob ein Übeltäter überhaupt für seine Tat verantwortlich ist, ob er seine Vernunft anwenden konnte, ob er aus Gründen handelte und nicht unbewusst oder im Zwange. Straft man ihn, so straft man, dass er die schlechteren Gründe den Besseren vorzog, welche er also gekannt haben muss. Wo diese Kenntnis fehlt, ist der Mensch nach der herrschenden Ansicht unfrei und nicht verantwortlich. Es sei denn, dass seine Unkenntnis, zum Beispiel seine Ignoratia legis, die Folge einer absichtigen Vernachlässigung des Erlernens ist. Dann hat er also schon damals, als er nicht lernen wollte, was er sollte, die schlechteren Gründe den Besseren vorgezogen und muss jetzt die Folge seiner schlechteren Wahl büßen. Wenn er dagegen die besseren Gründe nicht gesehen hat, etwa aus Stumpf und Blödsinn, so pflegt man nicht zu strafen. Es hat ihm, wie man sagt, die Wahl gefehlt. Er handelte als Tier. Die absichtliche Verleugnung der besseren Vernunft ist jetzt die Voraussetzung, die man beim strafwürdigen Verbrecher macht. Wie kann aber jemand absichtlich unvernünftiger sein, als er sein muss? Woher die Erscheinung, wenn die Waagschalen mit guten und schlechten Motiven belastet sind, also nicht vom Irrtum, von der Blindheit her, nicht von einem äußeren, auch von keinem inneren Zwang her. Man erwäge übrigens, dass jeder sogenannte äußere Zwang nichts weiter ist, als der innere Zwang der Furcht und des Schmerzes. Woher? fragt man immer wieder. Die Vernunft soll also nicht die Ursache sein, weil sie sich nicht gegen die besseren Gründe entscheiden könnte? Hier nun ruft man den freien Willen zu Hilfe. Es soll das vollendete Belieben entscheiden, ein Moment eintreten, wo kein Motiv wirkt, wo die Tat als Wunder geschieht, aus dem Nichts heraus. Man straft diese angebliche Beliebigkeit in einem Falle, wo kein Belieben herrschen sollte. Die Vernunft, welche das Gesetz, das Verbot und Gebot kennt, Hätte gar keine Wahl lassen dürfen, meint man, und als Zwang und höhere Macht wirken sollen. Der Verbrecher wird also bestraft, weil er vom freien Willen Gebrauch macht. Das heißt, weil er ohne Grund gehandelt hat, wo er nach Gründen hätte handeln sollen. Aber warum tat er dies? Dies eben darf nicht einmal mehr gefragt werden. Es war eine Tat ohne Darum, ohne Motiv, ohne Herkunft, etwas Zweckloses und Vernunftloses. Eine solche Tat dürfte man aber nach der ersten oben vorangeschickten Bedingung aller Strafbarkeit auch nicht strafen. Auch jene Art der Strafbarkeit darf nicht gelten gemacht werden, als wenn hier etwas nicht getan, etwas unterlassen von der Vernunft nicht Gebrauch gemacht sei. Denn unter allen Umständen geschah die Unterlassung ohne Absicht und nur die absichtliche Unterlassung des Gebotenen gilt als strafbar. Der Verbrecher hat zwar die schlechteren Gründe den Besseren vorgezogen, aber ohne Grund und Absicht. Er hat zwar seine Vernunft nicht angewendet, aber nicht, um sie nicht anzuwenden. Jene Voraussetzung, die man beim strafwürdigen Verbrechen macht, dass er seine Vernunft absichtlich verleugnet habe, gerade sie ist bei der Annahme des freien Willen aufgehoben. Ihr dürft nicht strafen, ihr Anhänger der Lehre vom freien Willen, nach euren eigenen Grundsätzen nicht. Diese sind aber im Grunde nichts als eine sehr wunderliche Begriffsmythologie und das Huhn, welches sie ausgebrütet hat, hat abseits von aller Wirklichkeit auf seinen Eiern gesessen. Zur Beurteilung des Verbrechers und seines Richters. Der Verbrecher, der den ganzen Fluss der Umstände kennt, findet seine Tat nicht so außer der Ordnung und Begrifflichkeit wie seine Richter und Tadler. Seine Strafe aber wird ihm gerade nach dem Grad von Erstaunen zugemessen, welches jene beim Anblick der Tat als einer Unbegreiflichkeit befällt. Wenn die Kenntnis, welche der Verteidiger eines Verbrechens von dem Fall und seiner Vorgeschichte hat, weit genug gereicht, so müssen die sogenannten Milderungsgründe, welche er der Reihe nach vorbringt, endlich die ganze Schuld hinweg mildern. Oder noch deutlicher, der Verteidiger wird schrittweise jenes Verurteilende und Strafzumessende Erstaunen mildern und zuletzt ganz aufgeben, indem er jeden ehrlichen Zuhörer zu dem inneren Geständnis nötigt, er musste so handeln, wie er gehandelt hat. Wir würden, wenn wir strafen, die ewige Notwendigkeit bestrafen den Grad der Strafe abmessen, nach dem Grad der Kenntnis, welchen man von der Historie eines Verbrechens hat oder überhaupt gewinnen kann, streitet dies nicht wieder alle Billigkeit? Der Tausch und die Billigkeit Bei einem Tausche würde es nur dann ehrlich und rechtlich zugehen, wenn jeder der beiden so viel verlangte, als ihm seine Sache wert scheint, die Mühe des Erlangens, die Seltenheit, die aufgewendete Zeit und so weiter in Anschlag gebracht, nebst dem Affektionswerte. Sobald er den Preis in Hinsicht auf das Bedürfnis des Anderen macht, ist er ein feinerer Räuber und Erpresser, Ist Geld das eine Tauschobjekt, so ist zu erwägen, dass ein Frankenthaler in der Hand des reichen Erben eines Tagelöhners, eines Kaufmannes, eines Studenten ganz verschiedene Dinge sind. Jeder wird, je nachdem er fast nichts oder viel tat, ihn zu erwerben, wenig oder viel dafür empfangen dürfen. So wäre es billig, in Wahrheit steht es bekanntlich umgekehrt. In der großen Geldwelt ist der Thaler des faulsten Reichen gewinnbringender als der des Armen und Arbeitsamen. Rechtszustände als Mittel Recht auf Verträgen zwischen Gleichen beruhend besteht, solange die Macht derer, die sich vertragen haben, eben gleich oder ähnlich ist. Die Klugheit hat das Recht geschaffen, um der Fede und der nutzlosen Vergeudung zwischen ähnlichen Gewalten ein Ende zu machen. Dieser aber ist ebenso endgültig ein Ende gemacht, wenn der eine Teil entschieden schwächer als der andere geworden ist. Dann tritt Unterwerfung ein und das Recht hört auf, aber der Erfolg ist derselbe wie der, welcher bisher durch das Recht erreicht wurde. Denn jetzt ist es die Klugheit des Überwiegenden, welche die Kraft des Unterworfenen zu schonen und nicht nutzlos zu vergeuden anrät. Und oft ist die Lage des Unterworfenen günstiger als die des Gleichgestellten wahr. Rechtszustände sind also zeitweilige Mittel, welche die Klugheit anrät, keine Ziele. Erklärung der Schadenfreude Die Schadenfreude entsteht daher, dass ein jeder in mancher ihm wohlbewussten Hinsicht sich schlecht befindet, Sorge oder Neid oder Schmerz hat. Der Schaden, der den anderen betrifft, stellt diesen ihm gleich. Er versöhnt seinen Neid. Befindet er gerade sich selber gut, so sammelt er doch das Unglück des Nächsten als ein Kapital in seinem Bewusstsein auf, um es bei einbrechendem eigenen Unglück gegen dasselbe einzusetzen. Auch so hat er Schadenfreude. Die auf Gleichheit gerichtete Gesinnung wirft also ihren Maßstab auf das Gebiet des Glücks und des Zufalls. Schadenfreude ist der gemeinste Ausdruck über den Sieg und die Wiederherstellung der Gleichheit auch innerhalb der höheren Weltordnung. Erst seitdem der Mensch gelernt hat, in anderen Menschen seines Gleichen zu sehen. Also erst seit Begründung der Gesellschaft gibt es Schadenfreude. Das Willkürliche im Zumessen der Strafen Die meisten Verbrecher kommen zu ihren Strafen wie die Weiber zu ihren Kindern. Sie haben zehn und hundert Mal dasselbe getan, ohne üble Folgen zu spüren. Plötzlich kommt eine Entdeckung und hinter ihr die Strafe. Die Gewohnheit sollte doch die Schuld der Tat, der wegen der Verbrecher gestraft wird, entschuldbarer erscheinen lassen. Es ist ja ein Hang entstanden, dem schwerer zu widerstreben ist. Anstattdessen wird er, wenn der Verdacht des gewohnheitsmäßigen Verbrechens vorliegt, härter gestraft, die Gewohnheit wird als Grund gegen alle Milderung geltend gemacht. Umgekehrt, eine musterhafte Lebensweise, gegen welche das Verbrechen umso fürsterlicher absticht, sollte die Schuldbarkeit verschärft erscheinen lassen, aber sie pflegt die Strafe zu mildern. So wird alles nicht nach dem Verbrecher bemessen, sondern nach der Gesellschaft und deren Schaden und Gefahr. Frühere Nützlichkeit eines Menschen wird gegen seine einmalige Schädlichkeit eingerechnet, frühere Schädlichkeit zur gegenwärtig Entdeckten addiert und demnach die Strafe am höchsten zugemessen. Wenn man aber dergestalt die Vergangenheit eines Menschen mit straft oder mit belohnt, dies im ersten Fall, wo das weniger Strafen ein Belohnen ist, so sollte man noch weiter zurück gehen und die Ursache einer solchen oder solchen Vergangenheit strafen und belohnen. Ich meine Eltern, Erzieher, die Gesellschaft und so weiter. In vielen Fällen wird man dann die Richter irgendwie bei der Schuld beteiligt finden. Es ist willkürlich beim Verbrecher stehen zu bleiben, wenn man die Vergangenheit straft. Man sollte, weil man die absolute Entschuldbarkeit jeder Schuld nicht zugeben will, bei jedem einzelnen Fall stehen bleiben und nicht weiter zurück blicken. Also die Schuld isolieren und sie gar nicht mit der Vergangenheit in Verknüpfung bringen. Sonst wird man zum Sünder gegen die Logik. Zieht vielmehr ihr Willensfreien den notwendigen Schluss aus eurer Lehre von der Freiheit des Willens und dekretiert kühnlich keine Tat hat eine Vergangenheit. Der Neid und sein edlerer Bruder Wo die Gleichheit wirklich durchgedrungen und dauernd begründet ist, entsteht jener im Ganzen als unmoralisch geltender Hang, der im Naturzustande kaum begreiflich wäre. Der Neid Der Neidische fühlt jedes hervorragende des Anderen über das gemeinsame Maß und will ihn bis dahin herabdrücken oder sich bis dorthin erheben, woraus sich zwei verschiedene Handlungsweisen ergeben, welche Hesuit als die Böse und die Gute Eres bezeichnet hat. Ebenso sehr entsteht im Zustande der Gleichheit die Indignation darüber, dass es einem Anderen unter seiner Würde und Gleichheit schlecht ergeht, einem Zweiten über seiner Gleichheit gut. Es sind dies Affekte edlerer Naturen. Sie vermissen in den Dingen, welche von der Willkür des Menschen unabhängig sind, Gerechtigkeit und Billigkeit, das heißt, sie verlangen, dass jene Gleichheit die der Mensch anerkennt, nun auch von der Natur und dem Zufall anerkannt werde. Sie zürnen darüber, dass es den Gleichen nicht gleich ergeht. Neid der Götter Der Neid der Götter entsteht, wenn der Niedriger Geachtete sich irgendwo in dem Höheren gleichsetzt, wie Ajax, oder durch Gunst des Schicksals ihm gleichgesetzt wird, wie Niobe als überreich gesegnete Mutter. Innerhalb der gesellschaftlichen Rangordnung stellt dieser Neid die Forderung auf, dass ein jeder kein Verdienst über seinem Stande habe, auch dass sein Glück diesem gemäß sei und namentlich, dass sein Selbstbewusstsein jenen Schranken nicht entwachse. Oft erfährt der siegreiche General, den Neid der Götter, ebenso der Schüler, der ein meisterliches Werk schuf. Eitelkeit als Nachtrieb des ungesellschaftlichen Zustandes. Da die Menschen ihrer Sicherheit wegen sich selber als gleich gesetzt haben, zur Gründung der Gemeinde diese Auffassung aber im Grunde wieder die Natur des Einzelnen geht und etwas Erzwungenes ist. So machen sich, je mehr die allgemeine Sicherheit gewährleistet ist, neue Schößlinge des alten Triebes nach Übergewicht geltend. In der Abgrenzung der Stände, in dem Anspruch auf Berufswürden und Vorrechte, überhaupt in der Eitelkeit, Manieren, Tracht, Sprache und so weiter. Sobald einmal die Gefahr des Gemeinwesens wieder fühlbar wird, drücken die zahlreichen, welche ihr Übergewicht nicht im Zustande der allgemeinen Ruhe durchsetzen konnten, wieder den Zustand der Gleichheit hervor. Die absurden Sonderrechte und Eitelkeiten verschwinden auf einige Zeit, stürzt aber das Gemeinwesen ganz zusammen, gerät alles in Anarchie so bricht sofort der Natur Zustand aus, die unbekümmerte, rücksichtslose Ungleichheit hervor, wie dies auf Korkyra geschah nach dem Berichte des Tuküdides. Es gibt weder ein Naturrecht noch ein Naturunrecht. Billigkeit Eine Fortbildung der Gerechtigkeit ist die Billigkeit, entstehend unter solchen, welche nicht gegen die Gemeindegleichheit verstoßen. Es wird auf Fälle, wo das Gesetz nichts vorschreibt, jene feinere Rücksicht des Gleichgewichts übertragen, welche vor und rückwärts blickt und deren Maxime ist, wie du mir, so ich dir. Äquuum heißt eben, es ist gemäß unserer Gleichheit. Diese mildert auch unsere kleinen Verschiedenheiten zu einem Anschein von Gleichheit herab und will, dass wir manches uns nachsehen, was wir nicht müssten. Elemente der Rache Das Wort Rache ist so schnell gesprochen. Fast scheint es, als ob es gar nichts mehr enthalten könne, als eine Begriffs- und Empfindungswurzel. Und so bemüht man sich immer noch, dieselbe zu finden, wie unsere Nationalökonomen noch nicht müde geworden sind, im Worte Wert, eine solche Einheit zu wittern und nach dem ursprünglichen Wurzelbegriff des Wertes zu suchen. Als ob nicht alle Worte Taschen wären, in welche bald dies, bald jenes, bald mehreres auf einmal gesteckt worden ist, so ist auch Rache, bald dies, bald jenes, bald etwas mehr zusammengesetztes. Man unterscheide einmal jenen abwehrenden Zurückschlag, den man fast unwillkürlich auch gegen leblose Gegenstände, die uns beschädigt haben, wie gegen bewegte Maschinen ausführt. Der Sinn unserer Gegenbewegung ist, dem beschädigten Einhalt zu tun, dadurch, dass wir die Maschine zum Stillstand bringen. Die Stärke des Gegenschlags muss mitunter, um dies zu erreichen, so stark sein, dass er die Maschine zertrümmert. Wenn dieselbe aber zu stark ist, um vom Einzelnen sofort zerstört werden zu können, wird dieser doch immer noch den heftigsten Schlag ausführen, dessen er fähig ist, gleichsam als einen letzten Versuch. So benimmt man sich auch gegen schädigende Personen bei der unmittelbaren Empfindung des Schadens selber. Will man diesen Akt einen Racheakt nennen, so mag es sein. Nun erwäge man, dass hier allein die Selbsterhaltung ihr Vernunfträderwerk in Bewegung gesetzt hat und dass man im Grunde nicht an den Schädiger, sondern nur an sich dabei denkt. Wir handeln so, ohne wieder schaden zu wollen, sondern nur, um noch mit Leib und Leben davon zu kommen. Man braucht Zeit, wenn man von sich mit seinen Gedanken zum Gegner übergeht und sich fragt, auf welche Weise er am empfindlichsten zu treffen ist. Dies geschah bei der zweiten Art von Rache. Ein Nachdenken über die Verwundbarkeit und Leidensfähigkeit des Anderen ist ihre Voraussetzung. Man will wehe tun. Dagegen sich selber gegen weiteren Schaden sichern, liegt hier so wenig im Gesichtskreis des Rache-Nehmenden, dass er fast regelmäßig den weiteren eigenen Schaden zu Wege bringt und ihm sehr oft kaltblütig vorher entgegensieht. War es bei der ersten Art von Rache die Angst vor dem zweiten Schlager, welche den Gegenschlag so stark wie möglich machte, so ist hier fast völlige Gleichgültigkeit gegen das, was der Gegner tun wird. Die Stärke des Gegenschlags wird nur durch das, was er uns getan hat, bestimmt. Was hat er denn getan? Und was nützt es uns, wenn er nun leidet, nachdem wir durch ihn gelitten haben? Es handelt sich um eine Wiederherstellung. Rache erster Art nur der Selbsterhaltung dient. Vielleicht verloren wir durch den Gegner Besitz, Rang, Freunde, Kinder. Diese Verluste werden durch die Rache nicht zurückgekauft. Die Wiederherstellung bezieht sich allein auf einen Nebenverlust bei allen den erwähnten Verlusten. Die Rache der Wiederherstellung bewahrt nicht vor weiterem Schaden, sie macht den erlittenen Schaden nicht wieder gut, außer in einem Falle. Wenn unsere Ehre durch den Gegner gelitten hat, so vermag die Rache sie wieder herzustellen. Sie aber hat in jedem Falle einen Schaden erlitten, wenn man uns absichtlich ein Leid zufügte. Denn der Gegner bewies damit, dass er uns nicht fürchtete. Durch die Rache bewiesen wir, dass wir ihn auch nicht fürchteten. Darin liegt die Ausgleichung, die Wiederherstellung. Die Absicht, den völligen Mangel an Furcht zu zeigen, geht bei einigen Personen so weit, dass ihnen die Gefährlichkeit der Rache für sie selbst, Einbuße der Gesundheit oder des Lebens oder sonstige Verluste als eine unerlässliche Bedingung jeder Rache gilt. Deshalb gehen sie den Weg des Duells, ob schon die Gerichte ihnen den Arm bieten, um auch so Genugtuung für die Beleidigung zu erhalten. Sie nehmen aber die gefahrlose Wiederherstellung ihrer Ehre nicht als genügend an, weil sie ihren Mangel an Furcht nicht beweisen kann. Bei der erst erwähnten Art der Rache ist es gerade die Furcht, die den Gegenschlag ausführt. Hier dagegen ist es die Abwesenheit der Furcht, welche wie gesagt durch den Gegenschlag sich beweisen will. Nichts scheint also verschiedener als die innere Motivierung der beiden Handlungsweisen, die mit einem Wort Rache benannt werden. Und trotzdem kommt es sehr häufig vor, dass der Rache Übende in Unklarheit ist, was ihn eigentlich zur Tat bestimmt hat. Vielleicht, dass er aus Furcht und um sich zu erhalten den Gegenschlag führte, hinterher aber, als er Zeit hatte, über den der verletzten Ehre nachzudenken, selber sich einredet, seiner Ehre halber sich gerecht zu haben. Dieses Motiv ist ja jedenfalls vornehmer als das andere. Dabei ist noch wesentlich, ob er seine Ehre in den Augen der anderen, der Welt beschädigt sieht oder nur in den Augen des Beleidigers. Im letzten Falle werde die geheime Rache vorziehen, im ersten aber die öffentliche. Je nachdem er sich stark oder schwach in die Seele des Täters und der Zuschauer hineindenkt, wird seine Rache erbitterter oder zahmer sein. Fehlt ihm diese Art der Fantasie ganz, so wird er gar nicht an Rache denken, denn das Gefühl der Ehre ist dann bei ihm nicht vorhanden, also auch nicht zu verletzen. Ebenso wird er nicht an Rache denken, wenn er den Täter und die Zuschauer der Tat verachtet, weil sie ihm keine Ehre geben können als Verachtete und demnach auch keine Ehre nehmen können. Endlich wird er auf Rache in dem nicht ungewöhnlichen Falle verzichten, dass er den Täter liebt. Freilich büßt er in dessen Augen an Ehre ein und wird vielleicht der Gegenliebe dadurch weniger würdig. Aber auch auf alle Gegenliebe Verzicht leisten ist ein Opfer, welches die Liebe zu bringen bereit ist, wenn sie dem geliebten Wesen nur nicht wehe tun muss. Dies hieß er sich selber wehe tun, als jenes Opfer wehe tut. Also jedermann wird sich rächen, er sei denn ehrlos oder voll Verachtung oder voll Liebe gegen den Schläger und Beleidiger. Auch wenn er sich an die Gerichte wendet, so will er die Rache als private Person. Nebenbei aber noch als weiterdenkender, vorsorglicher Mensch der Gesellschaft die Rache der Gesellschaft an einem, der sie nicht ehrt. So wird durch die gerichtliche Strafe sowohl die Privatlehre als auch die Gesellschaftslehre wiederhergestellt. Das heißt, Strafe ist Rache. Es gibt in hier unzweifelhaft auch noch jenes andere zuerst beschriebene Element der Rache, insofern sie durch die Gesellschaft ihrer Selbsterhaltung dient und der Notwehr halber einen Gegenschlag führt. Die Strafe will das weitere Schädigen verhüten, sie will abschrecken. Auf diese Weise sind wirklich in der Strafe beide so verschiedene Elemente der Rache verknüpft und dies mag vielleicht am meisten dahin wirken, jene erwähnte Begriffsverwirrung zu unterhalten, vermöge deren der Einzelne, der sich rächt, gewöhnlich nicht weiß, was er eigentlich will. Die Tugenden der Einbuße Als Mitglieder von Gesellschaften glauben wir gewisse Tugenden nicht ausüben zu dürfen, die uns als Privaten die größte Ehre und einiges Vergnügen machen, zum Beispiel Gnade und Nachsicht gegen Verfehlende aller Art. Überhaupt jede der Vorteil der Gesellschaft durch unsere Tugend leiden würde. Kein Richterkollegium darf sich vor seinem Gewissen erlauben, gnädig zu sein. Dem König als einem Einzelnen hat man dieses Vorrecht aufbehalten. Man freut sich, wenn er Gebrauch davon macht, zum Beweise, dass man gern gnädig sein möchte, aber durchaus nicht als Gesellschaft. Dieser erkennt somit nur die ihr vorteilhaften oder mindestens unschädlichen Tugenden an, die ohne Einbuße oder gar mit Zinsen geübt werden, zum Beispiel Gerechtigkeit. Jene Tugenden der Einbuße können demnach in der Gesellschaft nicht entstanden sein, da noch jetzt innerhalb jeder kleinsten sich bildenden Gesellschaft der Widerspruch gegen sie sich erhebt. Es sind also Tugenden unter Nicht Gleichgestellten erfunden von dem Überlegenen Einzelnen. Es sind Herrschertugenden mit dem Hintergedanken, ich bin mächtig genug, um mir eine ersichtliche Einbuße gefallen zu lassen. Dies ist ein Beweis meiner Macht. Also mit Stolz verwandte Tugenden. Kasuistik des Vorteils Es gäbe keine Kasuistik der Moral, wenn es keine Kasuistik des Vorteils gäbe. Der freieste und feinste Verstand reicht oft nicht aus, zwischen zwei Dingen so zu wählen, dass der größere Vorteil notwendig bei seiner Wahl ist. In solchen Fällen wählt man, weil man wählen muss und hat hinter drein eine Art Sehkrankheit der Empfindung. Zum Heuchler werden Jeder Bettler wird zum Heuchler, wie jeder, der aus einem Mangel, aus einem Notstand, sei dies ein persönlicher oder ein öffentlicher, seinen Beruf macht. Der Bettler empfindet den Mangel lange nicht so, als er ihn empfinden machen muss, wenn er vom Betteln leben will. Eine Art Kultus der Leidenschaften Ihr Düsterlinge und philosophischen Blindschleichen redet, um den Charakter des ganzen Wesens anzuklagen, von dem furchtbaren Charakter der menschlichen Leidenschaften. Als ob überall, wo es Leidenschaft gegeben hat, es auch Furchtbarkeit gegeben hätte. Also bis immerfort in der Welt diese Art von Furchtbarkeit geben müsste. Durch eine Vernachlässigung im Kleinen, durch Mangel an Selbstbeobachtung und Beobachtung derer, welche erzogen werden sollen, habt ihr selber erst die Leidenschaften zu solchen Untieren anwachsen lassen, dass euch jetzt schon beim Worte Leidenschaft Furcht befällt. Es stand bei euch und steht bei uns, den Leidenschaften ihren furchtbaren Charakter zu nehmen und dermaßen vorzubeugen, dass sie nicht zu verheerenden Wildwassern werden. Man soll seine Versehen nicht zu ewigen Fatalitäten aufblasen. Vielmehr wollen wir redlich mit der Aufgabe arbeiten, die Leidenschaften der Menschheit allesamt in Freudenschaften um 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 wand zu wand gewissensbiss der gewissensbiss ist wie der biss des Hundes gegen einen Stein eine Dummheit ursprung der rechte die rechte gehen zunächst auf herkommen zurück das herkommen auf ein einmaliges Abkommen Man war irgendwann einmal beiderseitig mit den Folgen des getroffenen Abkommens zufrieden und wiederum zu träge um es förmlich zu erneuern So lebte man fort wie wenn es immer erneuert worden wäre und allmählich als die Vergessenheit ihre Nebel über den Ursprung breitete glaubte man einen heiligen unverrückbaren Zustand zu haben auf dem jedes Geschlecht weiterbauen müsse Das Herkommen war jetzt Zwang auch wenn es den Nutzen nicht mehr brachte dessen wegen man ursprünglich das Abkommen gemacht hatte Die Schwachen haben hier ihre feste Burg zu allen Zeiten gefunden Sie neigen dahin das einmalige Abkommen die Gnadenerweisung zu verewigen Die Bedeutung des Vergessens in der moralischen Empfindung Die selben Handlungen welche innerhalb der ursprünglichen Gesellschaft zuerst die Absicht auf gemeinsamen Nutzen eingab sind später von anderen Generationen auf andere Motive hingetan worden aus Furcht oder Ehrfurcht vor denen die sie forderten und anempfahlen oder aus Gewohnheit weil man sie von Kindheit an um sich hatte tun sehen oder aus Wohlwollen weil ihre Ausübung überall Freude und zustimmende Gesichter schuf oder aus Eitelkeit weil sie gelobt wurden Solche Handlungen an denen das Grundmotiv das der Nützlichkeit vergessen worden ist heißen dann moralische nicht etwa weil sie aus jenen anderen Motiven sondern weil sie nicht aus bewusster Nützlichkeit getan werden woher dieser Hass gegen den Nutzen der hier sichtbar wird wo sich alles lobenswerte Handeln gegen das Handeln um des Nutzens Willen förmlich abschließt offenbar hat die Gesellschaft der Herd aller Moral und aller Lobsprüche des moralischen Handelns allzu lange und allzu hart mit dem Eigennutzen und Eigensinne des Einzelnen zu kämpfen gehabt um nicht zuletzt jedes andere Motiv sittlich höher zu taxieren als den Nutzen So entsteht der Anschein als ob die Moral nicht aus dem Nutzen herausgewachsen sei während sie ursprünglich der Gesellschaftsnutzen ist der große Mühe hatte sich gegen alle die Privatnützlichkeiten durchzusetzen und in höheres Ansehen zu bringen Die Erbreichen der Moralität Es gibt auch im Moralischen einen Erbreichtum ihn besitzen die sanften gutmütigen mitleidigen mildtätigen welche alle die gute Handlungsweise aber nicht die Vernunft die Quelle derselben von ihren Vorfahren her mitbekommen haben Das Angenehme an diesem Reichtum ist dass man ihn fortwährend darreichen und mitteilen muss wenn er überhaupt empfunden werden soll und dass er so unwillkürlich daran arbeitet die Abstände zwischen moralisch reich und arm geringer zu machen und zwar was das merkwürdigste und beste ist nicht zugunsten eines dereinstigen Mittelmaßes zwischen arm und reich sondern zugunsten eines allgemeinen reich und überreich werdens so wie hier geschehen ist lässt sich etwa die herrschende Ansicht über den moralischen Erbreichtum zusammenfassen aber es scheint mir dass dieselbe mehr in majorem gloriam der Moralität als zu Ehren der Wahrheit aufrechterhalten wird die Erfahrung mindestens stellt einen Satz auf welcher wenn nicht als Widerlegung jedenfalls als bedeutende Einschränkung jener Allgemeinheit zu gelten hat ohne den erlesensten Verstand so sagt die Erfahrung ohne die Fähigkeit der feinsten Wahl und einen starken Hang zum Maß halten werden die moralisch Erbreichen zu Verschwendern der Moralität In dem sie haltlos sich ihren mitleidigen mildtätigen versöhnenden beschwichtigenden Trieben überlassen machen sie alle Welt um sich nachlässiger begehrlicher und sentimentaler die Kinder solcher höchst moralischen Verschwender sind daher leicht und wie leider zu sagen ist bestenfalls angenehme schwächliche Taugenichtse Der Richter und die Milderungsgründe Man soll auch gegen den Teufel honnett sein und seine Schulden bezahlen sagte ein alter Soldat als man ihm die Geschichte Faustens etwas genauer erzählt hatte Faust gehört in die Hölle Oh ihr schrecklichen Männer rief seine Gattin aus Wie ist das nur möglich Er hat ja nichts getan als keine Tinte im Tintenfass gehabt Mit Blutschreiben ist freilich eine Sünde aber deshalb soll ein so schöner Mann doch nicht brennen Problem der Pflicht zur Wahrheit Pflicht ist ein zwingendes zur Tat drängendes Gefühl das wir gut nennen und für undiskutierbar halten Über Ursprung Grenze und Berechtigung desselben wollen wir nicht reden und nicht geredet haben der Denker hält aber alles für gut geworden und alles gewordene für diskutierbar ist also der Mann ohne Pflicht solange er eben nur Denker ist als solcher würde er also auch die Pflicht die Wahrheit zu sehen und zu sagen nicht anerkennen und dies Gefühl nicht fühlen er fragt woher kommt sie wohin will sie aber dies fragen selber wird von ihm als fragwürdig angesehen hätte dies aber nicht zur Folge dass die Maschine des Denkers nicht mehr recht arbeitet wenn er sich beim Akte des Erkennens wirklich unverpflichtet fühlen könnte insofern scheint hier zur Heizung dasselbe Element nötig zu sein das vermittelst der Maschine untersucht werden soll die Formel würde vielleicht sagen angenommen es gäbe eine Pflicht die Wahrheit zu erkennen wie lautet die Wahrheit dann in Bezug auf jede andere Art von Pflicht aber ist ein hypothetisches Pflicht Gefühl nicht ein Widersinn Stufen der Moral Moral ist zunächst ein Mittel die Gemeinde überhaupt zu erhalten und den Untergang von ihr abzuwehren so dann ist sie ein Mittel die Gemeinde auf einer gewissen Höhe und einer gewissen Güte zu erhalten ihre Motive sind Furcht und Hoffnung und zwar umso derbere mächtigere gröbere als der Hang zum verkehrten einseitigen Persönlichen noch sehr stark ist die entsetzlichsten Angstmittel müssen hier Dienste tun solange noch keine milderen wirken wollen und jene doppelte Art der Erhaltung sich nicht anders erreichen lässt zu ihren allerstärksten gehört die Erfindung eines Jenseits mit einer ewigen Hölle weitere Stufen der Moral und also Mittel zum bezeichneten Zwecke sind die Befehle eines Gottes wie das mosaische Gesetz noch weitere und höhere die Befehle eines absoluten Pflichtbegriffs mit dem du sollst alles noch ziemlich grob zugehaune aber breite Stufen weil die Menschen auf die feineren schmäleren ihren Fuß noch nicht zu setzen wissen dann kommt eine Moral der Neigung des Geschmacks endlich die der Einsicht welche über alle illusionären Motive der Moral hinaus ist aber sich klar gemacht hat wie die Menschheit lange Zeiten hindurch keine anderen haben durfte Moral des Mitleidens im Munde der Unmäßigen Alle alle die welche sich selber nicht genug in der Gewalt haben und die Moralität nicht als fortwährende im großen und kleinsten geübte Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung kennen werden unwillkürlich zu verherrlichern der guten mitleidigen wohlwollenden Regungen jener instinktiven Moralität welche keinen Kopf hat sondern nur aus Herz und hilfreichen Händen zu bestehen scheint ja es ist in ihrem Interesse eine Moralität der Vernunft zu verdächtigen und jene andere zu alleinigen zu machen auch die Seele muss ihre bestimmten Kloaken haben wohin sie ihren Unrat abfließen lässt dazu dienen Personen Verhältnisse Stände oder das Vaterland oder die Welt oder endlich für die ganz hochfertigen ich meine unsere lieben modernen Pessimisten der liebe Gott eine Art von Ruhe und Beschaulichkeit Hüte Hüte dich Hüte dich dass deine Ruhe und Beschaulichkeit nicht der des Hundes vor einem Fleischerladen gleicht den die Furcht nicht vorwärts und die Begierde nicht rückwärts gehen lässt und der die Augen aufsperrt als ob sie Münder wären Das Verbot ohne Gründe Ein Verbot dessen Gründe wie nicht verstehen oder zugeben ist nicht nur für den Trotzkopf sondern auch für den Erkenntnis Durstigen fast ein Geheiß Man lässt es auf den Versuch ankommen um so zu erfahren weshalb das Verbot gegeben ist Moralische Verbote wie die des Dekalogs passen nur für Zeitalter der unterworfenen Vernunft Jetzt würde ein Verbot du sollst nicht töten du sollst nicht Ehe brechen ohne Gründe hingestellt eher eine schädliche als eine nützliche Wirkung haben Charakterbild Was ist das für ein Mensch der von sich sagen kann ich verachte sehr leicht aber hasse nie An jedem Menschen finde ich sofort etwas heraus das zu ehren ist und dessen wegen ich ihn ehre Die sogenannten liebenswürdigen Eigenschaften ziehen mich wenig an Mitleiden und Verachtung Mitleiden äußern wird als ein Zeichen der Verachtung empfunden weil man ersichtlich aufgehört hat ein Gegenstand der Furcht zu sein sobald einem Mitleiden erwiesen wird Man ist unter das Niveau des Gleichgewichts hinabgesunken während schon jenes der menschlichen Eitelkeit nicht genug tut sondern erst das hervorragend und Furchteinflößen der Seele das erwünschteste aller Gefühle gibt Deshalb ist es ein Problem wie die Schätzung des Mitleids aufgekommen ist ebenso wie erklärt werden muss warum jetzt der Uneigennützige gelobt wird Ursprünglich wird er verachtet oder als tückisch gefürchtet Klein sein können Man muss den Blumen Gräsern und Schmetterlingen auch noch so nah sein wie ein Kind das nicht viel über sie hinweg reicht Die Älteren dagegen sind über sie hinausgewachsen und müssen uns zu ihnen herablassen Ich meine die Gräser hassen uns wenn wir unsere Liebe für sie bekennen Wer an allem Guten teilhaben will muss auch zu Stunden klein zu sein verstehen Inhalt des Gewissens der Inhalt unseres Gewissens ist alles was in den Jahren der Kindheit von uns ohne Grund regelmäßig gefordert wurde durch Personen die wir verehrten oder fürchteten Vom Gewissen aus wird also jenes Gefühl des Müssens erregt Dieses muss ich tun dieses lassen welches nicht fragt warum muss ich In allen Fällen wo eine Sache mit weil und warum getan wird handelt der Mensch ohne Gewissen deshalb aber noch nicht wieder dasselbe Der Glauben an Autoritäten ist die Quelle des Gewissens Es ist also nicht die Stimme Gottes in der Brust des Menschen sondern die Stimme einiger Menschen im Menschen Überwindung der Leidenschaften Der Mensch der seine Leidenschaften überwunden hat ist in den Besitz des fruchtbarsten Erdreichs getreten wie der Kolonist der über die Wälder und Sümpfe Herr geworden ist auf dem Boden der bezwungenen Leidenschaften den Samen der guten geistigen Werke säen ist dann die dringende nächste Aufgabe Die Überwindung selber ist nur ein Mittel kein Ziel Wenn sie nicht so angesehen wird so wächst schnell allerlei Unkraut und Teufelszeug auf dem leer gewordenen fetten Boden auf und bald geht es ihm voller und toller als je vorher Geschick zu dienen Alle sogenannten praktischen Menschen haben ein Geschick zum Dienen Das eben macht sie praktisch sei es für andere oder für sich selber Robinson besaß noch einen besseren Diener als Freitag war Das war Kruso Gefahr der Sprache für die geistige Freiheit Jedes Wort ist ein Vorurteil Geist und Langeweile Das Sprichwort der Magiar ist viel zu faul um sich zu langweilen gibt zu denken Die feinsten und tätigsten Tiere erst sind der Langeweile fähig Ein Vorwurf für einen großen Dichter wäre die Langeweile Gottes am siebten Tage der Schöpfung Im Verkehr mit den Tieren Man kann das Entstehen der Moral in unserem Verhalten gegen die Tiere noch beobachten Wo Nutzen und Schaden nicht in Betracht kommen haben wir ein Gefühl der völligen Unverantwortlichkeit Wir töten und verwunden zum Beispiel Insekten oder lassen sie leben und denken für gewöhnlich gar nichts dabei Wir sind so plump dass schon unsere Artigkeiten gegen Blumen und kleine Tiere fast immer mörderisch sind was unser Vergnügen an ihnen gar nicht beeinträchtigt Es ist heute das Fest der kleinen Tiere der schwülste Tag des Jahres Es wimmelt und krabbelt um uns und wir zerdrücken ohne es zu wollen aber auch ohne Acht zu geben bald hier bald dort ein Würmchen und gefiedertes Käferchen Bringen die Tiere uns Schaden so erstreben wir auf jede Weise ihre Vernichtung die Mittel sind oft grausam genug ohne dass wir dies eigentlich wollen Es ist die Grausamkeit der Gedankenlosigkeit Nützen sie so beuten wir sie aus bis eine feinere Klugheit uns lehrt dass gewisse Tiere für eine andere Behandlung nämlich für die Pflege und Zucht reichlich lohnen da erst entsteht Verantwortlichkeit gegen das haustier wird die quälerei gemieden der eine mensch empört sich wenn ein anderer unbarmherzig gegen seine kuh ist ganz in gemäßheit der primitiven Gemeindemoral welche den gemeinsamen Nutzen in Gefahr sieht so oft ein einzelner sich vergeht wer in der Gemeinde ein Vergehen wahrnimmt fürchtet den indirekten Schaden für sich und wir fürchten für die Güte des Fleisches des Landbaus und der Verkehrsmittel wenn wir die Haustiere nicht gut behandelt sehen zudem erweckt der welcher roh gegen Tiere ist den Argwohn auch roh gegen schwache ungleiche der rache unfähige Menschen zu sein er gilt als unedel des feineren stolzes ermangelnd so entsteht ein Ansatz von moralischen Urteilen und Empfindungen das beste tut nun der Aberglaube hinzu manche Tiere reizen durch Blicke Töne und Gebärden den Menschen an sich in sie hinein zu dichten und manche Religionen lehren im Tiere unter Umständen den Wohnsitz von Menschen und Götterseelen sehen weshalb sie überhaupt edlere Vorsicht ja ehrfürchtige Scheu im Umgange mit den Tieren anempfehlen auch nach dem Verschwinden dieses Aberglaubens wirken die von ihm erweckten Empfindungen fort und reifen und blühen aus das Christentum hat sich bekanntlich in diesen Punkten als arme und zurückbildende Religion bewährt Neue Schauspieler Es gibt unter den Menschen keine größere Banalität als den Tod Zu zweit im Range steht die Geburt weil nicht alle geboren werden welche doch sterben Dann folgt die Heirat Aber diese kleinen abgespielten Tragikomödien werden bei jeder ihrer ungezählten und unzählbaren Aufführungen immer wieder von neuen Schauspielern dargestellt und hören deshalb nicht auf interessierte Zuschauer zu haben während man glauben sollte dass die gesamte Zuschauerschaft des Edentheaters sich längst aus Überdruss daran an allen Bäumen aufgehängt hätte So viel liegt an neuen Schauspielern so wenig am Stück Was ist Obstinat Der kürzeste Weg ist nicht der möglichst gerade sondern der bei welchen die günstigsten Winde unsere Segel schwellen So sagt die Lehre der Schifffahrer Ihr nicht zu folgen das heißt Obstinat sein Die Festigkeit des Charakters ist da durch Dummheit verunreinigt Das Wort Eitelkeit Es ist lästig dass einzelne Worte deren wir Moralisten schlechterdings nicht entraten können schon eine Art Sittenzensur in sich tragen aus jenen Zeiten her in denen die nächsten und natürlichsten Regungen des Menschen verketzert wurden So wird jene Grundüberzeugung dass wir auf den Wellen der Gesellschaft vielmehr durch das was wir gelten als durch das was wir sind gutes Fahrwasser haben oder Schiffbruch leiden eine Überzeugung die für alles Handeln in Bezug auf die Gesellschaft das Steuerruder sein muss Mit dem allgemeinsten Worte Eitelkeit Vanitas Gebrandmarkt Eines der vollsten und inhaltsreichsten Dinge mit einem Ausdruck welcher dasselbe als das eigentlich leere und nichtige bezeichnet Etwas Großes mit einem Diminutivum ja mit den Federstrichen der Karikatur Es hilft nichts Wir müssen solche Worte gebrauchen aber dabei unser Ohr den Einflüsterungen alter Gewohnheit verschließen Türken Fatalismus Der Türken Fatalismus hat den Grundfehler dass er den Menschen und das Fatum als zwei geschiedene Dinge einander gegenüber stellt Der Mensch sagt er könne dem Fatum widerstreben es zu vereiteln suchen aber schließlich behalte es immer den Sieg weshalb das Vernünftigste sei zu resignieren oder nach Belieben zu leben In Wahrheit ist jeder Mensch selber ein Stück Fatum Wenn er in der angegebenen Weise dem Fatum zu widerstreben meint so vollzieht sich eben darin auch das Fatum Der Kampf ist eine Einbildung aber ebenso jene Resignation in das Fatum Alle diese Einbildungen sind im Fatum eingeschlossen Die Angst welche die meisten vor der Lehre der Unfreiheit des Willens haben ist die Angst vor dem Türken Fatalismus Sie meinen der Mensch werde schwächlich resigniert und mit gefalteten Händen vor der Zukunft stehen weil er an ihr nichts zu ändern vermöge oder aber er werde seiner vollen Launenhaftigkeit die Zügel schießen lassen weil auch durch diese das einmal bestimmte nicht schlimmer werden könne Die Torheiten des Menschen sind ebenso ein Stück Fatum wie seine Klugheiten Auch jene Angst vor dem Glauben an das Fatum ist Fatum Du selber armer ängstlicher bist die unbezwingliche Meurer welche noch über den Göttern thront für alles was da kommt Du bist Segen oder Fluch und jedenfalls die Fessel in welcher der stärkste gebunden liegt In dir ist alle Zukunft der Menschenwelt vorherbestimmt Es hilft dir nichts wenn dir vor dir selber graut Advokat des Teufels Nur durch eigenen Schaden wird man klug Nur durch fremden Schaden wird man gut So lautet jene seltsame Philosophie welche alle Moralität aus dem Mitleiden und alle Intellektualität aus der Isolation des Menschen ableitet Damit ist sie unbewusst die Sachwalterin aller irdischen Schadhaftigkeit Denn das Mitleiden hat das Leiden nötig und die Isolation die Verachtung der Anderen Die moralischen Charaktermasken In den Zeiten da die Charaktermasken der Stände für endgültig fest gleich den Ständen selber gelten werden die Moralisten verführt sein auch die moralischen Charaktermasken für absolut zu halten und sie so zu zeichnen so ist Moliere als Zeitgenosse der Gesellschaft Ludwigs des Vierzehnten verständlich In unserer Gesellschaft der Übergänge und Mittelstufen würde er als ein genialer Pedant erscheinen Die Vornehmste Tugend In der ersten Ara des höheren Menschentums gilt die Tapferkeit als die Vornehmste der Tugenden In der zweiten die Gerechtigkeit In der dritten die Mäßigung In der vierten die Weisheit In welcher Ara leben wir In welcher lebst du Was vorher nötig ist Ein Mensch der über seinen Jähzorn seine Gall und Rachsucht seine Wolllust nicht Meister werden will und es versucht irgendwo in sonst Meister zu werden ist so dumm wie der Ackermann der neben einem Wildbach seine Acker anlegt ohne sich gegen ihn zu schützen Was ist Wahrheit Schwarzat Melanchthon Man predigt oft seinen Glauben wenn man ihn gerade verloren hat und auf allen Gassen sucht und man predigt ihn dann nicht am schlechtesten Luther du redest heut wahr wie ein Engel Bruder Schwarzat aber es ist der Gedanke deiner Feinde und sie machen auf dich Nutz Anwendung Luther so war es eine Lüge aus des Teufels Hintern Gewohnheit der Gegensätze die allgemeine ungenaue Beobachtung sieht in der Natur überall Gegensätze wie zum Beispiel warm und kalt wo keine Gegensätze sondern nur Grad Verschiedenheiten sind die schlechte Gewohnheit hat uns verleitet nun auch noch die innere Natur die geistig sittliche Welt nach solchen Gegensätzen verstehen und zerlegen zu wollen unsäglich viel Schmerzhaftigkeit Anmaßung Härte Entfremdung Erkältung ist so in die menschliche Empfindung hineingekommen dadurch dass man Gegensätze anstelle der Übergänge zu sehen meinte Ob man vergeben könne Wie kann man ihnen überhaupt vergeben wenn sie nicht wissen was sie tun Man hat ja gar nichts zu vergeben Aber weiß ein Mensch jemals völlig was er tut Und wenn dies immer mindestens fraglich bleibt so haben also die Menschen einander nie etwas zu vergeben und Gnade üben ist für die Vernünftigsten ein unmögliches Ding Zu aller Letzt wenn die Übeltäter wirklich gewusst hätten was sie taten so würden wir doch nur dann ein Recht zur Vergebung haben wenn wir ein Recht zur Beschuldigung und zur Strafe hätten Dies aber haben wir nicht Habituelle Scham Warum empfinden wir Scham wenn uns etwas Gutes und Auszeichnendes erwiesen wird dass wir wie man sagt nicht verdient haben Es scheint uns dabei dass wir uns in ein Gebiet eingedrängt haben wo wir nicht hingehören wo wir ausgeschlossen sein sollten gleichsam in ein heiliges oder allerheiligstes welches für unseren Fuß unbetretbar ist Durch den Irrtum anderer sind wir doch hineingelangt und nun überwältigt uns teils Furcht teils Ehrfurcht teils Überraschung wir wissen nicht ob wir fliehen ob wir des gesegneten Augenblickes und seiner Gnadenvorteile genießen sollen Bei aller Scham ist ein Mysterium welches durch uns entweiht oder in der Gefahr der Entweihung zu sein scheint Alle Gnade erzeugt Scham Erwähnt man aber dass wir überhaupt niemals etwas verdient haben so wird im Fall man dieser Ansicht innerhalb einer christlichen Gesamtbetrachtung der Dinge sich hingibt das Gefühl der Scham habituell weil einem solchen Gott fortwährend zu segnen und Gnade zu üben scheint Abgesehen von dieser christlichen Auslegung wäre aber auch für den völlig gottlosen Weisen der an der gründlichen Unverantwortlichkeit und Unverdienstlichkeit alles Wirkens und Wesens festhält jener Zustand der habituellen Scham möglich Wenn man ihn behandelt als ob er dies und jenes verdient habe so scheint er sich in eine höhere Ordnung von Wesen eingedrängt zu haben welche überhaupt etwas verdienen welche frei sind und ihres eigenen Wollens und Könnens Verantwortung wirklich zu tragen vermögen Wer zu ihm sagt du hast es verdient scheint ihm zuzurufen du bist kein Mensch sondern ein Gott Der ungeschickteste Erzieher Bei diesem sind auf dem Boden seines Widerspruch Geistes alle seine wirklichen Tugenden angepflanzt bei jenem auf seine Unfähigkeit Nein zu sagen also auf einem Zustimmungsgeiste Ein Dritter hat alle seine Moralität aus seinem einsamen Stolze Ein Vierter die seine aus einem starken Geselligkeitstriebe aufwachsen lassen Gesetzt nun durch ungeschickte Erzieher und Zufälle wäre bei diesen Vieren die Samenkörner der Tugend nicht auf den Boden ihrer Natur ausgesät worden welcher bei ihnen die meiste und fetteste Erdkrumme hat so wären sie ohne Moralität und schwache unerfreuliche Menschen und wer würde gerade der ungeschickteste aller Erzieher und das böse Verhängnis dieser vier Menschen gewesen sein Der moralische Fanatiker welcher meint dass das Gute nur aus dem Guten auf dem Guten wachsen könne Schreibart der Vorsicht Aber wenn alle dies wüssten so würde es den meisten schädlich sein Du selber nennst diese Meinungen gefährlich für die Gefährdeten und doch teilst du sie öffentlich mit B Ich schreibe so, dass weder der Pöbel noch der Populi noch die Parteien aller Art mich lesen mögen Folglich werden diese Meinungen nie öffentlich sein A Aber wie schreibst du denn B Weder nützlich noch angenehm für die drei genannten Göttliche Missionäre Auch Sokrates fühlt sich als göttlicher Missionär Aber ich weiß nicht, was für ein Anflug von attischer Ironie und Lust am Spaßen auch selbst hierbei noch zu spüren ist wodurch jener fatale und anmaßende Begriff gemildert wird Er redet ohne Salbung davon Seine Bilder von der Bremse und dem Pferd sind schlicht und unpriesterlich und die eigentlich religiöse Aufgabe wie er sie sich gestellt fühlt den Gott auf hunderterlei Weise auf die Probe zu stellen ob er die Wahrheit geredet habe lässt auf eine kühne und freimütige Gebärde hinschließen mit der hier der Missionär seinem Gotte an die Seite tritt jenes auf die Probe stellen des Gottes ist einer der feinsten Kompromisse zwischen Frömmigkeit und Freiheit des Geistes welche 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 je erdacht worden sind jetzt haben wir auch diesen Kompromiss nicht mehr nötig ehrliches Malertum Raphael dem viel an der Kirche sofern sie zahlungsfähig war aber wenig gleich den besten seiner Zeit an den Gegenständen des kirchlichen Glaubens gelegen war ist der anspruchsvollen ekstatischen Frömmigkeit mancher seiner Besteller nicht einen Schritt weit nach gegangen er hat seine Ehrlichkeit bewahrt selbst in jenem Ausnahme Bild das ursprünglich für eine Prozessionsfahne bestimmt war in der Sixtinischen Madonna hier wollte er einmal eine Vision malen aber eine solche wie sie edle junge Männer ohne Glauben auch haben dürfen und haben werden die Vision der zukünftigen Gattin eines klugen seelisch vornehmen schweigsamen und sehr schönen Weibes das ihren Erstgeborenen im Arme trägt mögen die Alten die an das Beten und Anbeten gewöhnt sind hier gleich dem ehrwürdigen Greise zur Linken etwas Übermenschliches verehren wir Jüngeren wollen es so scheint Raphael uns zuzurufen mit dem schönen Mädchen zur Rechten Halten welche mit ihrem auffordernden durchaus nicht devoten Blicke den Betrachtern des Bildes sagt nicht wahr diese Mutter und ihr Kind das ist ein angenehmer einladender Anblick dies dies Gesicht und dieser Blick strahlt von der Freude in den Gesichtern der Betrachter wieder der Künstler der dies alles erfand genießt sich auf diese Weise selber und gibt seine eigene Freude zur Freude der Kunst Empfangenden hinzu in Betreff des heilandhaften Ausdrucks im Kopf eines Kindes hat Raphael der Ehrliche der keinen Seelenzustand malen wollte an dessen Existenz er nicht glaubte seine gläubigen Betrachter auf eine artige Weise überlistet er malte jenes Naturschauspiel das nicht selten vorkommt das Männerauge im Kindskopfe und zwar das Auge des wackeren hilfreichen Mannes der einen Notstand sieht zu diesem Auge gehört ein Bart dass dieser fehlt und dass zwei verschiedene Lebenshalter hier aus einem Gesichte sprechen dies ist die angenehme Paradoxie welche die Gläubigen sich im Sinne ihres Wunderglaubens gedeutet haben so wie es der Künstler von ihrer Kunst des Deuten und Hinlegens auch erwarten durfte das Gebet nur unter zwei Voraussetzungen hatte alles beten jene noch nicht völlig erloschene Sitte älterer Zeiten einen Sinn es müsste möglich sein die Gottheit zu bestimmen oder umzustimmen und der Betende müsste selber am besten wissen was ihm Not tue was für ihn wahrhaft wünschenswert sei beide Voraussetzungen in allen anderen Religionen angenommen und hergebracht werden aber gerade vom Christentum geleugnet wenn es trotzdem das Gebet beibehielt bei seinem Glauben an eine allweise und allvorsorgliche Vernunft in Gott durch welche eben dies Gebet im Grunde sinnlos ja Gottes lästerlich wird so zeigt es auch darin wieder eine bewundernswürdige Schlangen Klugheit denn ein klares Gebot du sollst nicht beten hätte die Christen durch die Langeweile zum Unchristentum geführt dem christlichen Ora et Labora vertritt nämlich das Ora die Stelle des Vergnügens und was hätten ohne das Ora jene Unglücklichen beginnen sollen die sich das Labora versagten die Heiligen aber mit Gott sich unterhalten ihm allerlei angenehme Dinge abverlangen sich selber ein wenig darüber lustig machen wie man so töricht sein könne noch Wünsche zu haben trotz einem so vortrefflichen Vater das war für Heilige eine sehr gute Erfindung eine heilige Lüge die Lüge mit der auf den Lippen Aria starb Paete Nondolet verdunkelt alle Wahrheiten die je von Sterbenden gesprochen wurden es ist die einzige heilige Lüge die berühmt geworden ist während der Geruch der Heiligkeit sonst nur an Irrtümern haften blieb der nötigste Apostel unter zwölf Aposteln muss immer einer hart wie Stein sein damit auf ihm die neue Kirche gebaut werden könne Was ist das vergänglichere der Geist oder der Körper In den rechtlichen moralischen und religiösen Dingen hat das äußerlichste das anschauliche also der Brauch die Gebärde die Zeremonie am meisten Dauer sie ist der Leib zu dem immer eine neue Seele hinzukommt Der Kultus wird wie ein fester Worttext immer neu ausgedeutet Die Begriffe und Empfindungen sind das Flüssige die Sitten das Harte Der Glaube an die Krankheit als Krankheit Erst das Christentum hat den Teufel an die Wand der Welt gemalt Erst das Christentum hat die Sünde in die Welt gebracht Der Glaube an die Heilmittel welche es dagegen anbot ist nun allmählich bis in die tiefsten Wurzeln hinein erschüttert Aber immer noch besteht der Glaube an die Krankheit welchen es gelehrt und verbreitet hat Rede und Schrift der Religiösen Wenn der Stil und Gesamtausdruck des Priesters des Redenden und Schreibenden nicht schon den religiösen Menschen ankündigt so braucht man seine Meinungen über Religion und zugunsten derselben nicht mehr ernst zu nehmen Sie sind für ihren Besitzer selber kraftlos gewesen wenn er wie sein Stil verrät Ironie Anmaßung Bosheit Hass und alle Wirbel und Wechsel der Stimmungen besitzt ganz wie der unreligiöseste Mensch Um wie viel kraftloser werden sie erst für seine Hörer und Leser sein Kurz er wird dienen dieselben unreligiöser zu machen Gefahr in der Person Je mehr Gott als Person für sich galt umso weniger ist man ihm treu gewesen Die Menschen sind ihren Gedanken Bildern viel anhänglicher als ihren Geliebtesten Geliebten Deshalb opfern sie sich für den Staat die Kirche und auch für Gott sofern er eben ihr Erzeugnis ihr Gedanke bleibt nicht gar zu persönlich genommen wird Im letzteren Falle hadern sie fast immer mit ihm Selbst dem Frömmesten entfuhr ja die bittere Rede Mein Gott warum hast du mich verlassen Die weltliche Gerechtigkeit Es ist unmöglich die weltliche Gerechtigkeit aus den Angeln zu heben mit der Lehre von der völligen Unverantwortlichkeit und Unschuld Jedermanns Und es ist schon ein Versuch in gleicher Richtung gemacht worden gerade aufgrund der entgegengesetzten Lehre von der völligen Verantwortlichkeit und Verschuldung Jedermanns Der Stifter des Christentums war es der die weltliche Gerechtigkeit aufheben und das Richten und Strafen aus der Welt schaffen wollte Denn er verstand alle Schuld als Sünde das heißt als Frevel an Gott und nicht als Frevel an der Welt Andererseits hielt er Jedermann im größten Maßstabe und fast in jeder Hinsicht für einen Sünder Die Schuldigen sollen aber nicht die Richter ihres gleichen sein So urteilt seine Billigkeit Alle Richter der weltlichen Gerechtigkeit wären also in seinen Augen so schuldig wie die von ihnen verurteilten und ihre Miene der Schuldlosigkeit schien ihm heuchlerisch und pharisäerhaft Überdies sah er auf die Motive der Handlungen und nicht auf den Erfolg und hielt für die Beurteilung der Motive nur einen einzigen für scharfsichtig genug sich selber oder wie er sich ausdrückte Gott Eine Affektation beim Abschiede Wer sich von einer Partei oder Religion trennen will meint es sei nun für ihn nötig sie zu widerlegen aber dies scheint sehr hochmütig gedacht nötig ist nur dass er klar einsieht welche Klammern ihn bisher an diese Partei oder Religion anhielten und dass sie es nicht mehr tun was für Absichten ihn dahin getrieben haben und dass sie jetzt anderswo hin treiben wir sind nicht aus strengen Erkenntnisgründen auf die Seite jener Partei oder Religion getreten wir sollen dies wenn wir von ihr scheiden auch nicht affektieren Heiland und Arzt der Stifter des Christentums war wie sich von selber versteht als Kenner der menschlichen Seele nicht ohne die größten Mängel und Voreingenommen heiten und als Arzt der Seele dem so anrückigen und laienhaften Glauben an eine Universalmedizin ergeben Er gleicht in seiner Methode mit unter jenem Zahnarzte der jeden Schmerz durch Ausreißen des Zahnes heilen will so zum Beispiel indem er gegen die Sinnlichkeit mit dem Ratschlager ankämpft wenn dich dein Auge ärgert so reiße es aus aber es bleibt doch noch der Unterschied dass jener Zahnarzt wenigstens sein Ziel erreicht die Schmerzlosigkeit des Patienten freilich auf so plumpe Art dass er lächerlich wird während der Christ der jenem Ratschlage folgt und seine Sinnlichkeit ertötet zu haben glaubt sich täuscht sie lebt auf eine unheimliche vampirische Art fort und quält ihn in widerlichen Vermummungen die Gefangenen eines morgens traten die Gefangenen in den Arbeitshof der Wärter fehlte die einen von ihnen gingen wie es ihre Art war sofort an die Arbeit andere standen müßig und blickten trotzig umher da trat einer vor und sagte laut arbeitet so viel ihr wollt oder tut nichts es ist alles gleich eure geheimen Anschläge sind ans Licht gekommen der Gefängnis Wärter hat euch neulich belauscht und will in den nächsten Tagen ein fürchterliches Gericht über euch ergehen lassen ihr kennt ihn er ist hart und nachträgerischen sinnes nun aber merkt auf ihr habt nicht bisher verkannt ich bin nicht was ich scheine sondern viel mehr ich bin der Sohn des Gefängniswärters und gelte alles bei ihm ich kann euch retten ich will euch retten aber wohlgemerkt nur diejenigen von euch welche mir glauben dass ich der Sohn des Gefängniswärters bin die die übrigen mögen die früchte ihres unglaubens ernten nun sagte nach einem schweigen ein älterer gefangener was kann dir daran gelegen sein ob wir es dir glauben oder nicht glauben bist du wirklich der Sohn und vermagst du das was du sagst so lege ein gutes Wort für uns alle ein es wäre wirklich recht gutmütig von dir das gerede von glauben und unglauben aber lass beiseite und rief ein jüngerer Mann dazwischen ich glaub es ihm auch nicht er hat sich nur etwas in den Kopf gesetzt ich wette in acht Tagen befinden wir uns gerade noch so hier wie heute und der Gefängniswärter weiß nichts und wenn er etwas gewusst hat so weiß er es nicht mehr sagte der letzte der Gefangenen der jetzt erst in den Hof hinab kam der Gefängniswärter ist eben plötzlich gestorben holla schrien mehrere durcheinander holla herr sohn herr sohn wie steht es mit der erbschaft sind wir vielleicht jetzt deine gefangenen ich habe es euch gesagt entgegnete der angeredete mild ich werde jeden freilassen der an mich glaubt so gewiss als mein Vater noch lebt die Gefangenen lachten nicht zuckten aber mit den Achseln und ließen ihn stehen der verfolger Gottes Paulus hat den Gedanken ausgedacht Calvin ihn nachgedacht dass unzähligen seit Ewigkeiten die Verdammnis zuerkannt ist und dass dieser schöne Weltenplan so eingerichtet wurde damit die Herrlichkeit Gottes sich daran offenbare Himmel und Hölle und Menschheit sollen also da sein um die Eitelkeit Gottes zu befriedigen Welche grausame und unersättliche Eitelkeit muss in der Seele dessen geflackert haben der so etwas sich zuerst oder zu zweit ausdachte Paulus ist also doch Saulus geblieben der Verfolger Gottes Sokrates Wenn alles gut geht wird die Zeit kommen da man um sich sittlich vernünftig zu fördern lieber die Memorabilien des Sokrates in die Hand nimmt als die Bibel und wo man Tain und Horatz als Vorläufer und Wegweiser zum Verständnis des einfachsten und unvergänglichsten Mittlerweisen des Sokrates benutzt werden Zu ihm führen die Straßen der verschiedensten philosophischen Lebensweisen zurück welche im Grunde die Lebensweise der verschiedenen Temperamente sind festgestellt durch Vernunft und Gewohnheit und allesamt mit ihrer Spitze hin nach der Freude am Leben und am eigenen Selbst gerichtet woraus man schließen möchte dass das eigentümlichste an Sokrates ein Anteilhaben an allen Temperamenten gewesen ist vor dem Stifter des Christentums hat Sokrates die fröhliche Art des Ernstes und jene Weisheit voller Schelmenstreiche voraus welche den besten Seelenzustand des Menschen ausmacht überdies hatte er den größeren Verstand Gut schreiben lernen Die Zeit des Gutredens ist vorbei weil die Zeit der Stadtkulturen vorbei ist Die letzte Grenze welche Aristoteles der großen Stadt erlaubte es müsse der Herold noch imstande sein sich der ganzen versammelten Gemeinde vernehmbar zu machen Diese Grenze kümmert uns so wenig als uns überhaupt noch Stadtgemeinden kümmern uns die wir selbst über die Völker hinweg verstanden werden wollen Deshalb muss jetzt ein jeder der gut europäisch gesinnt ist gut und immer besser schreiben lernen Es hilft nichts und wenn er selbst in Deutschland geboren ist wo man das Schlechtschreiben als nationales Vorrecht behandelt Besser schreiben aber heißt zugleich auch besser denken Immer Mitteilenswerteres erfinden und es wirklich mitteilen können Übersetzbar werden für die Sprachen der Nachbarn Zugänglich sich dem Verständnisse jener Ausländer machen welche unsere Sprache lernen dahin wirken dass alles Gute Gemeingut werde und den Freien alles frei stehe endlich jenen jetzt noch sofern Zustand der Dinge vorbereiten wo den guten Europäern ihre große Aufgabe in die Hände fällt die Leitung und Überwachung der gesamten Erdkultur Wer das Gegenteil predigt sich nicht um das Gutschreiben und Gutlesen zu kümmern Beide Tugenden wachsen miteinander und nehmen miteinander ab Der zeigt in der Tat den Völkern einen Weg wie sie immer noch mehr national werden können Er vermehrt die Krankheit dieses Jahrhunderts und ist ein Feind der guten Europäer ein Feind der freien Geister Die Lehre vom besten Stile Die Lehre vom Stil kann einmal die Lehre sein den Ausdruck zu finden Vermöge dessen man jede Stimmung auf den Leser und Hörer überträgt So dann die Lehre den Ausdruck für die wünschenswerteste Stimmung eines Menschen zu finden deren Mitteilung und Übertragung also auch am meisten zu wünschen ist Für die Stimmung des von Herzens Grund bewegten geistig freudigen hellen und aufrichtigen Menschen der die Leidenschaften überwunden hat Dies wird die Lehre vom besten Stile sein Er entspricht dem guten Menschen Auf den Gang Acht geben Der Gang der Sätze zeigt ob der Autor ermüdet ist Der einzelne Ausdruck kann dessen ungeachtet immer noch stark und gut sein weil er für sich und früher gefunden wurde damals als der Gedanke dem Autor zuerst aufleuchtete So ist es häufig bei Goethe der zu oft diktierte wenn er müde war schon und noch a die deutsche prosa ist noch sehr jung Goethe meint dass Wieland ihr Vater sei b so jung und schon so hässlich c aber so viel mir bekannt schrieb schon der Bischof Ulfilas deutsche prosa sie ist also gegen 1500 jahre alt b so alt und noch so hässlich originaldeutsch die die deutsche mittagessen antwort lautet absicht für reicher zu gelten als sie sind sie wollen lässig schenken gleichsam ermüdet von beständigen spenden aus übervollen schutzhäusern deutsche und französische literatur das unglück der deutschen und französischen literatur der letzten hundert jahre liegt darin dass die deutschen zuzeitig aus der schule der franzosen gelaufen sind und die franzosen später hin zuzeitig in die schule der deutschen unsere prosa keines der jetzigen kulturvölker hat eine so schlechte prosa wie das deutsche und wenn geistreiche und verwöhnte franzosen sagen es gibt keine deutsche prosa so dürfte man eigentlich nicht böse werden da es artiger gemeint ist als wir es verdienen sucht man nach den gründen so kommt man zuletzt zu dem seltsamen ergebnis dass der deutsche nur die improvisierte prosa kennt und von einer anderen gar keinen begriff hat es klingt ihm schier unbegreiflich wenn ein italiener sagt dass prosa gerade um so viel schwerer sei als poesie um wie viel die darstellung der nackten schönheit für den bildhauer schwerer sei als die der bekleideten schönheit um vers bild rhythmus und reim hat man sich redlich zu bemühen das begreift auch der deutsche und ist nicht geneigt der stehgreif dichtung einen besonders hohen wert zu zu messen aber an einer seite prosa wie an einer bildsäule arbeiten es ist ihm als ob man ihm etwas aus dem fabelland vorerzählte der große stil der große stil entsteht wenn das schöne den sieg über das ungeheure davon trägt ausweichen man weiß nicht eher worin bei ausgezeichneten geistern das feine ihres ausdrucks ihrer wendungen liegt wenn man nicht sagen kann auf welches wort jeder mittelmäßige schriftsteller beim ausdrücken derselben sache unvermeidlich geraten sein würde alle großen artisten zeigen sich beim lenken ihres fuhrwerks zum ausweichen zum entgleisen geneigt doch nicht zum umfallen etwas wie brot brot neutralisiert den geschmack anderer speisen wischt ihn weg deshalb gehört es zu jeder längeren mahlzeit in allen kunstwerken muss es etwas wie brot geben damit es verschiedene wirkungen in ihnen geben könne welche unmittelbar und ohne ein solches zeitweiliges ausruhen und pausieren aufeinander folgend schnell erschöpfen und widerwillen machen würden sodass eine längere mahlzeit der kunst unmöglich wäre Jean Paul Jean Paul wusste sehr viel aber hatte keine wissenschaft verstand sich auf allerlei kunstgriffe in den künsten aber hatte keine kunst fand beinahe nichts ungenießbar aber hatte keinen geschmack besaß gefühl und ernst goss aber wenn er davon zu kosten gab eine widerliche tränenbrühe darüber ja er hatte witz aber leider für seinen heiß hunger danach viel zu wenig weshalb er den leser gerade durch seine witzlosigkeit zur verzweiflung treibt im ganzen war er das bunte stark riechende unkraut welches über nacht auf den zarten fruchtfeldern schillers und goethes aufschoss er war ein bequemer guter mensch und doch ein verhängnis ein verhängnis im schlafrock auch den gegensatz zu schmecken wissen um ein werk der vergangenheit so zu genießen wie es seine zeitgenossen empfanden muss man den damals herrschenden geschmack gegen den es sich abhob auf der zunge haben weingeist autoren manche schriftsteller sind weder geist noch wein aber weingeist sie können in flammen geraten und geben dann wärme der mittler sinn der sinn des geschmacks als der wahre mittler sinn hat die anderen sinne oft zu seinen ansichten der dinge überredet und ihnen seine gesetze und gewohnheiten eingegeben man kann bei tische über die feinsten geheimnisse der künste aufschlüsse erhalten man beachte was schmeckt wann es schmeckt wonach und wie lange es schmeckt Lessing Lessing hat eine echt französische tugend und ist überhaupt als schriftsteller bei den franzosen am fleißigsten in die schule gegangen er versteht seine dinge in schubladen gut zu ordnen und aufzustellen ohne diese wirkliche kunst würden seine Gedanken sowie deren Gegenstände ziemlich im Dunkel geblieben sein ohne dass die allgemeine Einbuße groß wäre an seiner Kunst haben aber viele gelernt namentlich die letzten Generationen deutscher Gelehrten und unzählige sich erfreut freilich hätten jene Lernenden nicht nötig gehabt wie so oft geschehen ist ihm auch seine unangenehme Tonmanier in ihrer Mischung von Zanktäufelei und Biederkeit abzulernen über den Lyriker Lessing ist man jetzt einmütig über den Dramatiker wird man es werden Unerwünschte Leser Wie quälen den Autor jene braven Leser mit den dicklichten ungeschickten Seelen welche immer wenn sie woran anstoßen auch umfallen und sich jedes Mal dabei wehe tun Dichtergedanken Die wirklichen Gedanken gehen beim wirklichen Dichter alle verschleiert einher wie die Ägypterinnen Nur das tiefe Auge des Gedankens blickt frei über den Schleier hinweg Dichtergedanken sind im Durchschnitt nicht so viel wert als sie gelten Man bezahlt eben für den Schleier und die eigene Neugierde mit Schreibt einfach und nützlich Übergänge Ausführungen Farbenspiele des Affekts Alles das schenken wir dem Autor weil wir dies mitbringen und seinem Buche zugute kommen lassen falls er selber uns etwas zugute tut Wieland Wieland hat besser als irgendjemand Deutsch geschrieben und dabei sein rechtes meisterliches Genügen und Ungenügen gehabt Seine Übersetzungen der Briefe Ciceros und des Luzian sind die besten deutschen Übersetzungen Aber seine Gedanken geben uns nichts mehr zu denken Wir vertragen seine heiteren Moralitäten ebenso wenig wie seine heiteren Immoralitäten Beide gehören so gut zueinander Die Menschen die an ihnen ihre Freude hatten waren doch wohl im Grunde bessere Menschen als wir Aber auch um einen guten Teil schwerfälligere denen ein solcher Schriftsteller eben Not tat Goethe 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 Wo du Wo du wo du diese Eigenschaften bei einem Autor findest da mache Halt und feiere ein langes Fest mitten in der Wüste Es wird dir lange nicht wieder so wohl werden Jetzt gesagt werden oder so gut wie die besten Wahrheiten Gewiss ist dass sie im ersten Fall auf doppelte Weise dem Kopf verschaden und schwerer aus ihm zu entfernen sind Aber freilich wirken sie nicht so sicher wie im zweiten Falle sie sind weniger ansteckend Beschränken und vergrößern Homer hat den Umfang des Stoffs beschränkt verkleinert aber die einzelnen Szenen aus sich wachsen lassen und vergrößert und so machen es später die Tragiker immer von Neuem Jeder nimmt den Stoff in noch kleineren Stücken als sein Vorgänger Jeder aber erzielt eine reichere Blütenfülle innerhalb dieser abgegrenzten umfriedeten Gartenhecken Literatur und Moralität sich erklärend Man kann an der griechischen Literatur zeigen durch welche Kräfte der griechische Geist sich entfaltete wie er in verschiedene Bahnen geriet und woran er schwach wurde Alles das gibt ein Bild davon ab wie es im Grunde auch mit der griechischen Moralität zugegangen ist und wie es mit jeder Moralität zugehen wird Wie sie erst Zwang war erst Härte zeigte dann allmählich milder wurde wie endlich Lust an gewissen Handlungen an gewissen Konventionen und Formen entstand und daraus wieder ein Hang zur alleinigen Ausübung zum Alleinbesitz derselben Wie die Bahn sich mit Wettbewerbenden füllt und überfüllt Wie Übersättigung eintritt neue Gegenstände des Kampfes und Ehrgeizes aufgesucht Veraltete ins Leben erweckt werden Wie das Schauspiel sich wiederholt und die Zuschauer des Zuschauens überhaupt müde werden weil nun der ganze Kreis durchlaufen scheint Und dann kommt ein Stillstehen Ein Ausatmen Die Bäche verlieren sich im Sande Es ist das Ende da Wenigstens ein Ende Welche Gegenden dauernd erfreuen Diese Gegend hat bedeutende Züge zu einem Gemälde Aber ich kann die Formel für sie nicht finden Als Ganzes bleibt sie mir unfassbar Ich bemerke dass alle Landschaften die mir dauernd zusagen unter aller Mannigfaltigkeit ein einfaches geometrisches Linienschema haben Ohne ein solches mathematisches Substrat wird keine Gegend etwas künstlerisch Erfreundes Und vielleicht gestattet diese Regel eine gleichnishafte Anwendung auf den Menschen Vorlesen Vorlesen können setzt voraus dass man vortragen könne Man hat überall blasse Farben anzuwenden aber die Gerade der blesse in genauen Proportionen zu dem immer vorschwebenden und dirigierenden voll und tief gefärbten Grundgemälde das heißt nach dem Vortrage derselben Partie zu bestimmen also muss man dieses letzteren mächtig sein Der dramatische Sinn Wer Wer die feineren Viersinne der Kunst nicht hat sucht alles mit dem gröbsten dem fünften zu verstehen Dies ist der dramatische Sinn Herder Herder ist alles das nicht was er von sich wähnen machte und selber zu wähnen wünschte Kein großer Denker und Erfinder kein neuer treibender Fruchtboden mit einer urwald frischen unausgenutzten Kraft Aber er besaß im höchsten Maße den Sinn der Witterung Er sah und pflückte die Erstlinge der Jahreszeit früher als alle anderen welche dann glauben konnten er habe sie wachsen lassen Sein Geist war zwischen hellem und dunklem altem und jungem und überall dort wie ein Jäger auf der Lauer wo es Übergänge Senkungen Erschütterungen die Anzeichen inneren Quellens und Werdens gab Die Unruhe des Frühlings trieb ihn umher aber er selbst war der Frühling nicht Das ahnte er wohl zu Zeiten und wollte es doch sich selber nicht glauben er der ehrgeizige Priester der so gern der Geisterpapst seiner Zeit gewesen wäre Dies ist sein Leiden Er scheint lange als Prätendent mehrerer Königstümer Ja eines Universal Reiches gelebt zu haben und hatte seinen Anhang welcher an ihn glaubte Der junge Goethe war unter ihm Aber überall wo zuletzt Kronen wirklich vergeben wurden ging er leer aus Kant Goethe so dann die wirklichen ersten deutschen Historiker und Philologen nahmen ihm weg was er sich vorbehalten wähnte oft aber auch im stillsten und geheimsten nicht wähnte gerade wenn er an sich zweifelte warf er sich gern die Wände und die Begeisterung um dies waren bei ihm allzu oft Gewänder die viel verbergen ihn selber täuschen und trösten mussten er hatte wirklich Begeisterung und Feuer aber sein Ehrgeiz war viel größer dieser blies ungeduldig in das Feuer das es flackerte knisterte und rauchte sein Stil flackert knistert und raucht aber er wünschte die große Flamme und diese brach nie hervor er saß nicht an der Tafel der eigentlich Schaffenden und sein Ehrgeiz ließ nicht zu dass er sich bescheiden unter die eigentlich genießenden setzte so war er ein unruhiger Gast der Vorkoster aller geistigen Gerichte die sich die Deutschen in einem halben Jahrhundert aus allen Welt und Zeitreichen zusammen holten nie wirklich satt und froh war Herder überdies allzu häufig krank da setzte sich bisweilen der Neid an sein Bett auch die Heuchelei machte ihren Besuch Etwas Wundes und Unfreies blieb an ihm haften und mehr als irgendeinem unserer sogenannten Klassiker geht ihm die einfältige wackere Mannhaftigkeit ab Geruch der Worte Jedes Wort hat seinen Geruch Es gibt eine Harmonie und Disharmonie der Gerüche und also der Worte Der gesuchte Stil Der gefundene Stil ist eine Beleidigung für den Freund des gesuchten Stils Gelöbnis Ich will keinen Autor mehr lesen dem man anmerkt er wollte ein Buch machen sondern nur jene deren Gedanken unversehens ein Buch wurden Die Künstlerische Konvention Drei Viertel Homer ist Konvention und ähnlich steht es bei allen griechischen Künstlern die zu der modernen Originalitätswut keinen Grund hatten Es fehlte ihnen alle Angst vor der Konvention Durch diese hingen sie ja mit ihrem Publikum zusammen Konventionen sind nämlich die für das Verständnis der Zuhörer eroberten Kunstmittel die mühevoll erlernte gemeinsame Sprache mit welcher der Künstler sich wirklich mitteilen kann Zumal wenn er wie der griechische Dichter und Musiker mit jedem seiner Kunstwerke sofort siegen will da er öffentlich mit einem oder zweien Nebenbuhlern zu ringen gewöhnt ist so ist die erste Bedingung dass er sofort auch verstanden werde was aber nur durch die Konvention möglich ist das was der Künstler über die Konvention hinaus erfindet das gibt er aus freien Stücken darauf und wagt dabei sich selber daran im besten Fall mit dem Erfolge dass er eine neue Konvention schafft Für gewöhnlich wird das Originale angestaunt mitunter sogar angebetet aber selten verstanden Der Konvention hartnäckig ausweichen heißt nicht verstanden werden wollen Worauf weist also die moderne Originalitätswut hin Affektation der Wissenschaftlichkeit bei Künstlern Schiller glaubte gleich anderen deutschen Künstlern wenn man Geist habe dürfe man über allerlei schwierige Gegenstände auch wohl mit der Feder improvisieren und nun stehen seine Prosa Aufsätze da in jeder Beziehung ein Muster wie man wissenschaftliche Fragen der Ästhetik und Moral nicht angreifen dürfe und eine Gefahr für junge Leser welche in ihrer Bewunderung des Dichters Schiller nicht den Mut haben vom Denker und Schriftsteller Schiller gering zu denken Die Versuchung welche den Künstler so leicht und so begreiflicher Weise befällt auch einmal über die gerade ihm verbotene Wiese zu gehen und in der Wissenschaft ein Wort mitzusprechen der Tüchtigste nämlich findet zeitweilig sein Handwerk und seine Werkstätte unausstehlich Diese Versuchung bringt den Künstler so weit aller Welt zu zeigen was sie gar nicht zu sehen braucht nämlich dass es in seinem Denkzimmerchen eng und unordentlich aussieht warum auch nicht er wohnt ja nicht darin dass die Vorratsspeicher seines Wissens teils leer teils mit Krimskrams gefüllt sind warum auch nicht es steht dies sogar im Grunde dem Künstlerkinde nicht übel an namentlich aber dass selbst für die leichtesten Handgriffe der wissenschaftlichen Methode die selbst Anfängern geläufig sind seine Gelenke zu ungeübt und schwerfällig sind und auch dessen braucht er sich wahrlich nicht zu schämen dagegen entfaltet er oftmals keine geringe Kunst darin alle die Fehler Unarten und schlechten Gelehrten 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 wie sie in der wissenschaftlichen Zunft vorkommen nachzuahmen im Glauben dies eben gehöre wenn nicht zur Sache so doch zum Schein der Sache und dies gerade ist das lustige an solchen Künstlerschriften dass hier der Künstler ohne es zu wollen doch tut was seines Amtes ist die wissenschaftlichen und unkünstlerischen Naturen zu parodieren Eine andere Stellung zur Wissenschaft als die parodische sollte er nämlich nicht haben soweit er eben der Künstler und nur der Künstler ist Die Faustidee Eine kleine Nähterin wird verführt und unglücklich gemacht Ein großer Gelehrter aller vier Fakultäten ist der Übeltäter Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein Nein gewiss nicht ohne die Beihilfe des leibhaftigen Teufels hätte es der große Gelehrte nicht zustande gebracht Sollte dies wirklich der größte deutsche tragische Gedanke sein wie man unter deutschen sagen hört Für Goethe war aber auch dieser Gedanke noch zu fürchterlich Sein mildes Herz konnte nicht umhin die kleine Nähterin die gute Seele die nur einmal sich nach ihrem unfreiwilligen Tode in die Nähe der Heiligen zu versetzen Ja selbst den großen Gelehrten brachte er durch einen Possen der dem Teufel im entscheidenden Augenblick gespielt wird noch zur rechten Zeit in den Himmel ihn den guten Menschen mit dem dunklen Drange Dort im Himmel fanden sich die Liebenden wieder Goethe sagt einmal für das eigentlich Tragische sei seine Natur zu Konziliant gewesen Gibt es deutsche Klassiker? St. Boeve bemerkt einmal dass zu der Art einiger Literaturen das Wort Klassiker durchaus nicht klingen wolle Wer werde zum Beispiel so leicht von deutschen Klassikern reden Was sagen unsere deutschen Buchhändler dazu welche auf dem Wege sind die 50 deutschen Klassiker an die wir sollen noch um weitere 50 zu vermehren scheint es doch fast als ob man eben nur 30 Jahre lang tot zu sein und als erlaubte Beute öffentlich dazuliegen brauche um unversehens plötzlich als Klassiker die Trompete der Auferstehung zu hören und dies in einer Zeit und unter einem Volke wo selbst von den sechs großen Stammvätern der Literatur fünf unzweideutig veralten oder veraltet sind ohne dass diese Zeit und dieses Volk sich gerade dessen zu schämen hätten denn jene sind von den stärksten dieser Zeit zurückgewichen man überlege es sich nur mit aller Billigkeit von Goethe wie angedeutet sehe ich ab er gehört in eine höhere Gattung von Literaturen als Nationalliteraturen sind deshalb steht er auch zu seiner Nation weder im Verhältnis des Lebens noch des Neuseins noch des Veraltens nur für wenige hat er gelebt und lebt er noch für die meisten ist er nichts als eine Fanfare der Eitelkeit welche man von Zeit zu Zeit über die deutsche Grenze hinüberbläst Goethe Goethe nicht nur ein guter und großer Mensch sondern eine Kultur Goethe ist in der Geschichte der Deutschen ein Zwischenfall ohne Folgen Wer wäre im Stande in der deutschen Politik der letzten 70 Jahre zum Beispiel ein Stück Goethe aufzuzeigen Während jedenfalls darin ein Stück Schiller vielleicht sogar ein Stückchen Lessing tätig gewesen ist Aber jene anderen fünf Klopstock veraltete schon bei Lebzeiten auf eine sehr ehrwürdige Weise und so gründlich dass das nachdenkliche Buch seiner späteren Jahre die gelehrten Republik wohl bis zum heutigen Tag von niemandem ernst genommen worden ist Herder hatte das Unglück dass seine Schriften immer entweder neu oder veraltet waren Für die feineren und stärkeren Köpfe wie für Lichtenberg war zum Beispiel selbst Heders Hauptwerk seine Ideen zur Geschichte der Menschheit sofort beim Erscheinen etwas Veraltetes Wieland der reichlich gelebt und zu Leben gegeben hat kam als ein kluger Mann dem Schwinden seines Einflusses durch den Tod zuvor Lessing lebt vielleicht noch heute aber unter jungen und immer jüngeren gelehrten und Schiller ist jetzt aus den Händen der Jünglinge in die der Knaben aller deutschen Knaben geraten Es Es ist ja eine bekannte Art des Veraltens dass ein Buch zu immer unreiferen Lebensaltern hinabsteigt Und was hat diese fünf zurückgedrängt so dass gut unterrichtete und arbeitsame Männer sie nicht mehr lesen Der bessere Geschmack das bessere Wissen die bessere Achtung vor dem Wahren und Wirklichen Also lauter Tugenden welche gerade durch jene fünf und durch zehn oder zwanzig andere weniger lauten namens erst wieder in Deutschland angepflanzt worden sind und welche jetzt als hoher Wald über ihren Gräbern neben den Schatten der Ehrfurcht auch etwas vom Schatten der Vergessenheit bereiten Aber Klassiker sind nicht Anpflanzer von intellektuellen und literarischen Tugenden sondern Vollender und höchste Lichtspitzen derselben welche über den Völkern stehen bleiben wenn diese selber zugrunde gehen Denn sie sind leichter freier reiner als sie Es ist ein hoher Zustand der Menschheit möglich wo das Europa der Völker eine dunkle Vergessenheit ist Wo Europa aber noch in dreißig sehr alten nie veralteten Büchern lebt in den Klassikern Interessant aber nicht schön Diese Gegend verbirgt ihren Sinn aber sie hat einen den man erraten möchte Wohin ich sehe lese ich Worte und Winke zu Worten aber ich weiß nicht wo der Satz beginnt der das Rätsel aller dieser Winke löst und werde zum Wendehals darüber zu untersuchen ob von hier oder von dort aus zu lesen ist gegen die Sprachneuerer In der Sprache Neuern oder Altertümeln das Seltene und Fremdartige Vorziehen auf Reichtum des Wortschatzes statt auf Beschränkung trachten ist immer ein Zeichen des ungereiften oder verderbten Geschmacks Eine edle Armut aber innerhalb des unscheinbaren Besitzes eine meisterliche Freiheit zeichnet die griechischen Künstler der Rede aus sie wollen weniger haben als das Volk hat denn dieses ist am reichsten in Altem und Neuen aber sie wollen dies weniger besser haben man ist schnell mit dem Aufzählen ihrer Achaismen und Fremdartigkeiten fertig aber kommt nicht zum Ende im Bewundern wenn man für die leichte und zarte Art ihres Verkehrs mit dem Alltäglichen und scheinbar längst Verbrauchten in Worten und Wendungen ein gutes Auge hat die traurigen und die ernsten Autoren wer zu Papier bringt was er leidet wird ein trauriger Autor aber ein ernster wenn er uns sagt was erlitt und weshalb er jetzt in der Freude ausruht gesundheit des geschmacks wie kommt es dass die gesundheiten nicht so ansteckend sind wie die krankheiten überhaupt und namentlich im geschmack oder gibt es epidemien der gesundheit vorsatz kein Buch mehr lesen das zu gleicher Zeit geboren und mit Tinte getauft wurde den Gedanken verbessern den Stil verbessern das heißt den Gedanken verbessern und gar nichts weiter wer dies nicht sofort zugibt ist auch nie davon zu überzeugen klassische Bücher die schwächste Seite jedes klassischen Buches ist die dass es zu sehr in der Muttersprache seines Autors geschrieben ist schlechte Bücher das Buch soll nach Federtinte und Schreibtisch verlangen aber gewöhnlich verlangen Federtinte und Schreibtisch nach dem Buche deshalb ist es jetzt so wenig mit Büchern Sinnesgegenwart das Publikum wird wenn es über Gemälde nachdenkt dabei zum Richter und wenn es über Gedichte nachdenkt zum Forscher im Augenblick da der Künstler es anruft fehlt ihm immer am rechten Sinn nicht also an der Geistes sondern an der Sinnes Gegenwart Gewählte Gedanken der gewählte Stil einer bedeutenden Zeit wählt nicht nur die Worte sondern auch die Gedanken aus und zwar beide aus dem üblichen und herrschenden die gewagten und allzu frisch riechenden Gedanken sind dem reiferen Geschmack nicht minder zuwider als die neuen tollkühnen Bilder und Ausdrücke Später reicht beides der gewählte Gedanke und das gewählte Wort leicht nach Mittelmäßigkeit weil der Geruch des Gewählten sich schnell verflüchtigt und dann nur noch das übliche und alltägliche daran geschmeckt wird Hauptgrund der Verderbnis des Stils Mehr Empfindung für eine Sache zeigen wollen als man wirklich hat verdirbt den Stil in der Sprache und in allen Künsten Vielmehr hat alle große Kunst die umgekehrte Neigung Sie liebt es gleichsam jedem sittlich bedeutenden Menschen das Gefühl auf seinem Wege anzuhalten und nicht ganz ans Ende laufen zu lassen Diese Scham der halben Gefühl Sichtbarkeit ist zum Beispiel bei Sophocles auf das schönste zu beobachten und es scheint die Züge der Empfindung zu verklären wenn diese sich selber nüchterner gibt als sie ist zur Entschuldigung der schwerfälligen Stilisten Vogelperspektive Vogelperspektive schreiten einem schlunde zu ihre Bewegung ist so stürmisch und reißt das Auge so mit sich fort dass die kahlen und bewaldeten Gebirgshänge ringsum nicht absinken sondern wie hinab zu fliehen scheinen man wird beim Anblick angstvoll gespannt als ob etwas feindseliges hinter alledem verborgen liege vor dem alles flüchten müsse und gegen das uns der Abgrund Schutz verliehe Diese Gegend ist gar nicht zu malen es sei denn dass man wie ein Vogel in der freien Luft über ihr schwebe es ist einmal die sogenannte Vogelperspektive nicht eine künstlerische Willkür sondern die einzige Möglichkeit Gewagte Vergleichungen Wenn die gewagten Vergleichungen nicht Beweise von Mutwillen des Schriftstellers sind so sind sie Beweise seiner ermüdeten Fantasie In jedem Falle aber sind sie Beweise seines schlechten Geschmacks In Kettentanzen Bei jedem griechischen Künstler Dichter und Schriftsteller ist zu fragen welches ist der neue Zwang den er sich auferlegt und den er seinen Zeitgenossen reizvoll macht so dass er Nachahmer findet Denn was man Erfindung im Metrischen zum Beispiel nennt ist immer eine solche selbstgelegte Fessel In Kettentanzen es sich schwer machen und dann die Täuschung der Leichtigkeit darüber breiten das ist das Kunststück welches sie uns zeigen wollen Schon bei Homer ist eine Fülle von vererbten Formeln und epischen Erzählungsgesetzen wahrzunehmen innerhalb deren er tanzen musste und er selber schuf neue Konventionen für die kommenden hinzu Dies war die Erziehungsschule der griechischen Dichter Zuerst also einen vielfältigen Zwang sich auferlegen lassen durch die früheren Dichter so dann einen neuen Zwang hinzu erfinden ihn sich auferlegen und ihn anmutig besiegen so dass Zwang und Sieg bemerkt und bewundert werden Fülle der Autoren Das letzte was ein guter Autor bekommt ist Fülle Wer sie mitbringt wird nie ein guter Autor werden Die edelsten Rennpferde sind mager bis sie von ihren Siegen ausruhen dürfen Keuchende Helden Dichter und Künstler die an Engbrüstigkeit des Gefühls leiden lassen ihre Helden am meisten keuchen sie verstehen sich auf das leichte Atmen nicht Der Halb Blinde Der Halb Blinde ist der Tod Feind aller Autoren welche sich gehen lassen Diese sollten seinen Ingrim kennen mit dem er ein Buch zuschlägt aus welchem er merkt dass sein Verfasser 50 Seiten braucht um fünf Gedanken mitzuteilen jenen Ingrim darüber den Rest seiner Augen fast ohne Entgelt in Gefahr gebracht zu haben Ein Halb Blinder sagte alle Autoren haben sich gehen lassen Auch der Heilige Geist Auch der Heilige Geist Aber der durfte es Er schrieb für die ganz Blinden Der Stil der Unsterblichkeit Tukydides sowohl wie Tacitus beide haben beim Ausarbeiten ihrer Werke an eine unsterbliche Dauer derselben gedacht Dies würde wenn man es sonst nicht wüsste schon aus ihrem Stile zu erraten sein Der eine glaubte seinen Gedanken durch einsalzen der andere durch einkochen dauerhaftigkeit zu geben und und beide scheint es haben sich nicht verrechnet gegen Bilder und Gleichnisse Mit Wissheit ist Vorsicht Wem es an gründlichem Wissen gebricht der mag sich in Deutschland ja hüten zu schreiben denn der gute Deutsche sagt da nicht er ist unwissend sondern er ist von zweifelhaftem Charakter dieser übereilte Schluss macht übrigens den Deutschen alle Ehre Bemalte Gerippe Bemalte Gerippe das sind jene Autoren welche das was ihnen an Fleisch abgeht durch künstliche Farben ersetzen möchten der großartige Stil und das Höhere man lernt es schneller großartig schreiben als leicht und schlicht schreiben die Gründe davon verlieren sich ins moralische Sebastian Bach Sofern man Bachs Musik nicht als vollkommener und gewitzter Kenner des Kontrapunktes und aller Arten des fugierten Stiles hört und dem gemäß des eigentlichen artistischen Genusses entraten muss wird es uns als Hörer seiner Musik zumute sein um uns grandios mit Goethe auszudrücken als ob wir dabei wären wie Gott die Welt schuf das heißt wir fühlen dass hier etwas Großes im Werden ist aber noch nicht ist unsere große moderne Musik sie hat schon die Welt überwunden dadurch dass sie die Kirche die Nationalitäten und den Kontrapunkt überwand in Bach in Bach ist noch zu viel krude Christlichkeit krudes Deutschtum krudes Scholastik er steht an der Schwelle der europäischen modernen Musik aber er schaut sich von hier nach dem Mittelalter um Händel Händel im Erfinden seiner Musik kühn neuerungssüchtig wahrhaft gewaltig dem heroischen zugewandt und verwandt dessen ein Volk fähig ist wurde bei der Ausarbeitung oft befangen und kalt ja an sich selber müde da wendete er einige erprobte Methoden der Durchführung an schrieb schnell und viel und war froh wenn er fertig war aber nicht in der Art froh wie es Gott und andere Schöpfer am Abende ihres Werktags gewesen sind Heiden Soweit sich Genialität mit einem schlechthin guten Menschen verbinden kann hat Heiden sie gehabt er geht gerade bis an die Grenze welche die Moralität dem Intellekt zieht er macht lauter Musik die keine Vergangenheit hat Beethoven und Mozart Beethovens Musik erscheint häufig wie eine tiefbewegte Betrachtung beim unerwarteten Wiederhören eines längst verloren geglaubten Stückes Unschuld in Tönen es ist Musik über Musik im Liede der Bettler und Kinder auf der Gasse bei den eintönigen Weisen wandernder Italiener beim Tanze in der Dorfschenke oder in den Nächten des Karnevals da entdeckte er seine Melodien er trägt sie wie eine Biene zusammen indem er bald hier bald dort einen Laut eine kurze Folge erhascht Es sind ihm verklärte Erinnerungen aus der besseren Welt ähnlich wie Plato es sich von den Ideen dachte Mozart steht ganz anders zu seinen Melodien er findet seine Inspiration nicht beim Hören von Musik sondern im Schauen des Lebens des bewegtesten südländischen Lebens er träumte immer von Italien wenn er nicht dort war Rezitativ ehemals war das Rezitativ trocken jetzt leben wir in der Zeit des nassen Rezitativs es ist ins Wasser gefallen und die Wellen reißen es wohin sie wollen heitere Musik hat man lange die Musik entbehrt so geht sie nachher wie ein schwerer Südwein allzu schnell ins Blut und hinterlässt eine narkotisch betäubte hellwache schlafsehnsüchtige Seele namentlich tut dies gerade die heitere Musik welche zusammen Bitterkeit und Verwundung Überdruss und Heimweh gibt und alles in einem verzuckerten Giftgetränk wieder und wieder zu schlurfen nötigt dabei scheint der Saal der heiter rauchenden Freude sich zu verengern das Licht an helle zu verlieren und bräuner zu werden zuletzt ist es einem zumute als ob die Musik wie in ein Gefängnis hineinklinge wo ein armer Mensch vor Heimweh nicht schlafen kann Franz Schubert Franz Schubert ein geringerer Artist als die anderen großen Musiker hatte doch von allen den größten Erbreichtum an Musik er verschwendete ihn mit voller Hand und aus gütigem Herzen so dass die Musiker noch ein paar Jahrhunderte an seinen Gedanken und Einfällen zu zehren haben werden in seinen Werken haben wir einen Schatz von unverbrauchten Erfindungen andere werden ihre Größe im Verbrauchen haben dürfte man Beethoven den idealen Zuhörer eines Spielmannes nennen so hätte Schubert darauf ein Anrecht selber der ideale Spielmann zu heißen modernster Vortrag der Musik Der große tragisch dramatische Vortrag in der Musik bekommt seinen Charakter durch Nachahmung der Gebärden des großen Sünders wie in das Christentum sich denkt und wünscht des langsam schreitenden leidenschaftlich grübelnden des von Gewissensqual hin und her geworfenen des entsetzt fliehenden des entzückt haschenden des verzweifelt stillstehenden und was sonst alles die Merkmale des großen Sündertums sind Nur unter der Voraussetzung des Christen dass alle Menschen große Sünder sind und gar nichts tun als sündigen ließ es sich rechtfertigen jenen Stil des Vortrags auf alle Musik anzuwenden insofern die Kunst das Abbild des menschlichen Tun und Treibens wäre und als solches die Gebärdensprache des großen Sünders fortwährend zu sprechen hätte Ein Zuhörer der nicht genug Christ wäre um diese Logik zu verstehen dürfte freilich bei einem solchen Vortrage erschreckt ausrufen um des Himmels Willen wie ist denn die Sünde in die Musik gekommen Felix Mendelssohn Felix Mendelssohns Musik ist die Musik des guten Geschmacks an allem Guten was da gewesen ist sie weist immer hinter sich wie könnte sie viel vor sich viel Zukunft haben aber hat er sie denn haben wollen er besaß eine Tugend die unter Künstlern selten ist die der Dankbarkeit ohne Nebengedanken auch diese Tugend weist immer hinter sich eine Mutter der Künste in unserem skeptischen Zeitalter gehört zur eigentlichen Devotion fast ein brutaler Heroismus des Ehrgeizes das fanatische Augenschließen und Kniebeugen genügt nicht mehr wäre es nicht möglich dass der Ehrgeiz in der Devotion der letzte für alle Zeiten zu sein der Vater einer letzten katholischen Kirchenmusik würde ihr schon der Vater des letzten kirchlichen Baustils gewesen ist man nennt ihn Jesuiten Stil Freiheit in Fesseln eine fürchterliche Freiheit der letzte der neueren Musiker der die Schönheit geschaut und angebetet hat gleich Leopardi der Paul Chopin der unnachahmliche alle vor und nach ihm gekommenen haben auf dieses Beiwort kein Anrecht Chopin hat dieselbe fürstliche Vornehmheit der Konvention welche Raphael im Gebrauche der herkömmlichsten einfachsten Farben zeigt aber nicht in Bezug auf Farben sondern auf die melodischen und rhythmischen Herkömmlichkeiten diese ließ er gelten als geboren in der Etikett aber wie der freieste und anmutigste Geist in diesen Fesseln spielend und tanzend und zwar ohne sie zu verhöhnen Chopin's Baccarole fast fast alle Zustände und Lebensweisheiten haben einen seligen Moment den wissen die guten Künstler herauszufischen so hat einen solchen selbst das Leben am Strande das so langweilige schmutzige ungesunde in der Nähe des lärmendsten und habgierigsten Gesindels sich abspielende diesen seligen Moment hat Chopin in der Baccarole so zum ertönen gebracht dass selbst Götter dabei gelüsten könnten lange Sommerabende in einem Karne zu liegen Robert Schumann der Jüngling wie ihn die romantischen Lieder Dichter Deutschlands und Frankreich um das erste Drittel dieses Jahrhunderts träumten dieser Jüngling ist vollständig in Sang und Ton übersetzt worden durch Robert Schumann den ewigen Jüngling solange er sich in voller eigener Kraft fühlte es gibt freilich Momente in denen seine Musik an die ewige alte Jungfer erinnert die dramatischen Sänger warum singt dieser Bettler er versteht wahrscheinlich nicht zu jammern dann tut er recht aber unsere dramatischen Sänger welche jammern weil sie nicht zu singen verstehen tun sie auch das rechte dramatische Musik für den welcher nicht sieht was auf der Bühne vorgeht ist die dramatische Musik ein Unding so gut der fortlaufende Kommentar zu einem verloren gegangenen Text der ein Unding ist Sie verlangt ganz eigentlich dass man auch die Ohren dort habe wo die Augen stehen Damit ist aber an Euterp Gewalt geübt Diese arme Muse will dass man ihre Augen und Ohren dort stehen lasse wo alle anderen Musen sie auch haben Sieg und Vernünftigkeit Leider Jeden Jeden Jedenfalls hat er gesiegt Die Kraft stand auf seiner Seite Vom Principe des Vorgangs in der Musik Glauben denn wirklich die jetzigen Künstler des musikalischen Vortrags das höchste Gebot ihrer Kunst sei jedem Stück so viel Hochrelief zu geben als nur möglich ist und es um jeden Preis eine dramatische Sprache reden zu lassen Ist dies zum Beispiel auf Mozart angewandt nicht ganz eigentlich eine Sünde wie der Dehngeist den heiteren sonnigen zärtlichen leichtsinnigen Geist Mozarts dessen Ernst ein gütiger und nicht ein fruchtbarer Ernst ist dessen Bilder nicht aus der Wand herausspringen wollen um die Anschauenden in Entsetzen und Flucht zu jagen oder meint ihr Mozarts Musik sei gleich bedeutend mit Musik des steinernen Gastes und nicht nur mozartische sondern alle Musik aber ihr entgegnet die größte Wirkung spreche zugunsten eures Prinzips und ihr hättet recht wofern nicht die Gegenfrage übrig bliebe auf wen da gewirkt worden sei und auf wen ein vornehmer Künstler überhaupt wirken wollen dürfe niemals auf das Volk niemals auf die Unreifen niemals auf die Empfindsamen niemals auf die Krankhaften aber vor allem niemals auf die Abgestumpften Musik von heute die modernste Musik mit ihren starken Lungen und schwachen Nerven erschreckt immer zuerst vor sich selber wo die Musik heimisch ist die Musik erlangt ihre große Macht nur unter Menschen welche nicht diskutieren können oder dürfen ihre Förderer ersten Ranges sind deshalb Fürsten welche wollen das in der Nähe nicht viel kritisiert ja nicht einmal viel gedacht werde sondern Gesellschaften welche unter irgendeinem Drucke einem Fürstlichen oder Religiösen sich an das Schweigen gewöhnen müssen aber umso stärkere Zaubermittel gegen die Langeweile des Gefühls suchen gewöhnlich die ewige Verliebtheit und die ewige Musik drittens ganze Völker in denen es keine Gesellschaft gibt aber umso mehr einzelne mit einem Hang zur Einsamkeit zu halbdunklen Gedanken und zur Verehrung alles Unaussprechlichen es sind die eigentlichen Musikseelen die Griechen als ein Red und streitlustiges Volk haben deshalb die Musik nur als Zukost zu Künsten vertragen über welche sich wirklich streiten und reden lässt während über die Musik sich kaum reinlich denken lässt die Pythagoreer jene Ausnahme Griechen in vielen Stücken waren wie verlautet auch große Musiker dieselben welche das fünfjährige Schweigen aber nicht die Dialektik erfunden haben Sentimentalität in der Musik Man sei der ernsten und reichen Musik noch so gewogen umso mehr vielleicht wird man in einzelnen Stunden von dem Gegenstück derselben überwunden bezaubert und fast hinweggeschmolzen ich meine von jenen allereinfachsten italienischen Opern Melismen welche trotz aller ihrer rhythmischen Einförmigkeit und harmonischen Kinderei uns mitunter wie die Seele der Musik selber anzusingen scheinen Gebet es zu oder nicht ihr Pharisäer des guten Geschmacks es ist so und mir liegt jetzt daran dieses Rätsel dass es so ist zum Raten aufzugeben und selber ein wenig daran herumzuraten Als wir noch Kinder waren haben wir den Honigsheim vieler Dinge zum ersten Mal gekostet Niemals wieder war der Honig so gut wie damals Er verführte zum Leben zum längsten Leben in der Gestalt des ersten Frühlings der ersten Blumen der ersten Schmetterlinge der ersten Freundschaft Damals es war vielleicht um das neunte Jahr unseres Lebens hörten wir die erste Musik und das war die welche wir zuerst verstanden die einfachste und kindlichste also welche nicht viel mehr als ein weiterspinnendes Ammenliedes und der Spielmannsweise war man muss nämlich auch für die geringsten Offenbarungen der Kunst erst vorbereitet und eingelernt werden es gibt durchaus keine unmittelbare Wirkung der Kunst so schön auch die Philosophen davon gefabelt haben an jene ersten musikalischen Entzückungen die stärksten unseres Lebens knüpft unsere Empfindung an wenn wir jene italienischen Melismen hören die Kindesseligkeit und der Verlust der Kindheit das Gefühl des unwiederbringlichsten als des köstlichsten Besitzes das rührt dabei die Seiten unserer Seele an so stark wie es die reichste und ernsteste Gegenwart der Kunst allein nicht vermag diese Mischung ästhetischer Freude mit einem moralischen Kummer welche man gemeinhin jetzt Sentimentalität zu nennen pflegt etwas gar zu hochfertig wie mir scheint es ist die Stimmung Faustens am Schluss der ersten Szene diese Sentimentalität der Hörenden kommt der italienischen Musik zugute welche sonst die erfahrenen Feinschmecker der Kunst die reinen Ästhetiker zu ignorieren lieben übrigens wirkt fast jede Kunst erst von da an zauberhaft wo wir aus ihr die Sprache der eigenen Vergangenheit reden hören und insofern scheint dem Laien alle alte Musik immer besser zu werden und alle eben Geborene nur wenig wert zu sein denn sie erregt noch keine Sentimentalität welche wie gesagt das wesentliche Glückselement der Musik für jeden ist der nicht rein als Artist sich an dieser Kunst zu freuen vermag als Freunde der Musik Zuletzt sind und bleiben wir der Musik gut wie wir dem Mondlicht gut bleiben Beide wollen ja nicht die Sonne verdrängen sie wollen nur so gut sie es können unsere Nächte erhellen aber nicht wahr scherzen und lachen dürfen wir trotzdem über sie ein wenig wenigstens und von Zeit zu Zeit über den Mann im Monde über das Vibe in der Musik die Kunst in der Zeit der Arbeit wir haben das Gewissen eines arbeitsamen Zeitalters dies erlaubt uns nicht die besten Stunden und Vormittage der Kunst zu geben und wenn diese Kunst selber die größte und würdigste wäre sie gilt uns als Sache der Muße der Erholung wir weihen ihr die Reste unserer Zeit unserer Kräfte dies ist die allgemeinste Tatsache durch welche die Stellung der Kunst zum Leben verändert ist sie hat wenn sie ihre großen Zeit und Kraft Ansprüche an die Kunst Empfangenden macht das Gewissen der Arbeitsamen und Tüchtigen gegen sich sie ist auf die Gewissenlosen und Lässigen angewiesen welche aber ihrer Natur nach gerade der großen Kunst nicht zugetan sind und ihre Ansprüche als Anmaßungen empfinden es dürfte deshalb mit ihr zu Ende sein weil ihr die Luft und der freie Atem fehlt oder die große Kunst versucht in einer Art Vergröberung und Verkleidung in jener anderen Luft heimisch zu werden mindestens es in ihr auszuhalten die eigentlich nur für die kleine Kunst für die Kunst der Erholung der ergötzlichen Zerstreuung das natürliche Element ist dies geschieht jetzt allerwärts auch die genossen Dreckens dürfte man wegen der Gefährlichkeit ihrer Mittel der großen Kunst wie sie jetzt als Oper Tragödie und Musik lebt dürfte man ihr als einer arglistigen Sünderin zürnen gewiss nicht sie lebte ja selber hundertmal lieber in dem reinen Element der morgendlichen Stille und wendete sich an die erwartenden unverbrauchten kraftgefüllten Morgenseelen der Zuschauer und Zuhörer danken wir ihr dass sie es vorzieht so zu leben als davon zu fliehen aber gestehen wir uns auch ein dass für ein Zeitalter welches einmal wieder freie volle Fest und Freudentage in das Leben einführt unsere große Kunst unbrauchbar sein wird die Angestellten der Wissenschaft und die anderen die eigentlich tüchtigen und erfolgreichen Gelehrten könnte man insgesamt als Angestellte bezeichnen wenn in jungen Jahren ihr scharfsinn hinreichend geübt ihr Gedächtnis gefüllt ist wenn Hand und Auge Sicherheit gewonnen haben so werden sie von einem älteren Gelehrten auf eine Stelle der Wissenschaft angewiesen wo ihre Eigenschaften Nutzen bringen können späterhin nachdem sie selber den Blick für die lückenhaften und schadhaften Stellen ihrer Wissenschaft erlangt haben stellen sie sich von selber dorthin wo sie Not tun diese Naturen allesamt sind um der Wissenschaft Willen da aber es gibt seltenere selten gelingende und völlig ausreifende Naturen um deren Willen die Wissenschaft da ist wenigstens scheint es ihnen selber so oft unangenehme oft eingebildete oft querköpfige fast immer aber bis zu einem gerade zauberhafte Menschen sie sind nicht Angestellte und auch nicht Ansteller sie bedienen sich dessen was von jenen erarbeitet und sichergestellt worden ist in einer gewissen fürstenhaften Gelassenheit und mit geringem und seltenem Lobe gleichsam als ob jene einer niedrigeren Gattung von Wesen angehörten und doch haben sie nur die gleichen Eigenschaften wodurch diese anderen sich auszeichnen und diese mitunter sogar ungenügender entwickelt obendrein ist ihnen eine Beschränktheit eigentümlich die jenen fehlt und deretwegen es unmöglich ist sie an einen Posten zu stellen und in ihnen nützliche Werkzeuge zu sehen sie können nur in ihrer eigenen Luft auf eigenem Boden leben diese Beschränktheit gibt ihnen ein was alles von einer Wissenschaft zu ihnen gehöre das heißt was sie in ihre Luft und Wohnung heimtragen können sie wähnen immer ihr zerstreutes Eigentum zu sammeln verhindert man sie an ihrem eigenen Neste zu bauen so gehen sie wie obdachlose Vögel zugrunde Unzufriedenheit ist für sie Schwindsucht pflegen sie einzelne Gegenden der Wissenschaft in der Art jener anderen so sind es doch immer nur solche wo gerade die ihnen nötigen Früchte und Samen gedeihen was geht es sie an ob die Wissenschaft im Ganzen gesehen unangebaute oder schlecht gepflegte Gegenden hat es fehlt ihnen jede unpersönliche Teilnahme an einem Problem der Erkenntnis wie sie selber durch und durch Person sind so wachsen auch alle ihre Einsichten und Kenntnisse wieder zu einer Person zusammen zu einem lebendigen Vielfachen dessen einzelne Teile voneinander abhängen ineinander greifen gemeinsam ernährt werden das als Ganzes eine eigene Luft und einen eigenen Geruch hat solche Naturen bringen mit diesen ihren personenhaften Erkenntnis gebilden jene Täuschung hervor dass eine Wissenschaft oder gar die ganze Philosophie fertig sei und am Ziele stehe das Leben in ihrem Gebilde übt diesen Zauber aus als welcher zu Zeiten sehr verhängnisvoll für die Wissenschaft und irreführend für jene vorhin beschriebenen eigentlich tüchtigen Arbeiter des Geistes gewesen ist zu anderen Zeiten wiederum als die Dürre und die Ermattung herrschten wie ein Labsaal und gleich dem Anhauche einer kühlen erquickenden Raststätte gewirkt hat gewöhnlich nennt man solche Menschen Philosophen Anerkennung des Talents Als ich durch das Dorf Es ging fing ein Knabe aus Leibeskräften an mit der Peitsche zu knallen Er hat es schon weit mit dieser Kunst gebracht und wusste es Ich warf ihm einen Blick der Anerkennung zu Im Grunde tat's mir bitter wehe So machen wir's bei der Anerkennung vieler Talente Wir tun ihnen wohl wenn sie uns wehe tun Lachen und Lächeln Je Je freudiger und sicherer der Geist wird umso mehr verlernt der Mensch das gute Gelächter Dagegen quillt ihm ein geistiges Lächeln fortwährend auf ein Zeichen seines Verwunderns über die zahllosen versteckten Annehmlichkeiten des guten Daseins Unterhaltung der Kranken Wie man bei seelischem Kummer sich die Haare rauft sich vor die Stirn schlägt die Wange zerfleischt oder gar wie Oedipus die Augen ausbohrt so ruft man gegen heftige körperliche Schmerzen mitunter eine heftige bittere Empfindung zu Hilfe durch Erinnerung an Verleumder und Verdächtiger durch Verdüsterung unserer Zukunft durch Bosheiten und Dolchstiche welche man im Geiste gegen Abwesende schleudert Und es ist bisweilen dabei wahr dass ein Teufel den anderen austreibt aber man hat dann den anderen Darum sei den Kranken jene andere Unterhaltung anempfohlen bei der sich die Schmerzen zu mildern scheinen Über Wohltaten und Artigkeiten nachdenken welche man Freund und Feind erweisen kann Mediokrität als Maske Die Mediokrität ist die glücklichste Maske die der überlegene Geist tragen kann weil sie die große Menge das heißt die Mediokren nicht an Maskierung denken lässt und doch nimmt er sie gerade ihretwegen vor um sie nicht zu reizen ja nicht selten aus Mitleid und Güte die geduldigen die pinie scheint zu horchen die tanne zu warten und beide ohne unschuld sie denken nicht an den kleinen menschen unter sich in seine ungeduld und seine neugierde auffressen die besten scherze der scherz ist mir am willkommensten der anstelle eines schweren nicht unbedenklichen gedankens steht zugleich als wink mit dem finger und blinzeln des auges zubehör aller verehrung überall wo die vergangenheit verehrt wird soll man die säuberlichen und säubernden nicht einlassen der pietät wird ohne ein wenig staub unrat und unflat nicht wohl die große gefahr der gelehrten gerade die tüchtigsten und gründlichsten gelehrten sind in der gefahr ihr lebensziel immer niedriger gesteckt zu sehen und im gefühle davon in der zweiten hälfte ihres lebens immer missmutiger und unverträglicher zu werden zuerst schwimmen sie mit breiten hoffnungen in ihre wissenschaft hinein und messen sich kühne aufgaben zu deren ziele mitunter durch ihre fantasie schon vorweggenommen werden dann gibt es augenblicke wie im leben der großen entdeckenden schifffahrer wissen ahnung und kraft heben einander immer höher bis eine ferne neue küste zum ersten mal dem auge aufdämmert nun erkennt aber der strenge mensch von jahr zu jahr mehr wie viel daran gelegen ist dass die einzelaufgabe des forschers so beschränkt wie möglich genommen wurde damit sie ohne rest gelöst werden könne und jene unerträgliche vergeudung von kraft vermieden werde an welcher frühere perioden der wissenschaft litten alle arbeiten wurden zehnmal gemacht und dann hatte immer noch der elfte das letzte und beste wort zu sagen je mehr aber der gelehrte dieses rätsellösen ohne rest kennenlernt und übt umso größer wird auch seine lust daran aber ebenso wächst auch die strenge seiner ansprüche in bezug auf das was hier ohne rest genannt ist er legt alles beiseite was in diesem sinne unvollständig bleiben muss er gewinnt einen widerwillen und eine witterung gegen das halblösbare gegen alles was nur im ganzen und unbestimmteren eine art sicherheit ergeben kann seine jugend pläne zerfallen vor seinem blicke kaum bleiben einige knoten und knötchen daraus übrig an deren entknüpfung jetzt der meister seine lust hat seine kraft zeigt und nun mitten in dieser so nützlichen so rastlosen tätigkeit überfällt ihn dem älter gewordenen plötzlich und dann öfter wieder ein tiefer missmut eine art gewissensqual er sieht auf sich hin wie auf einen verwandelten als ob er verkleinert erniedrigt zum kunstfertigen zwergen zwergen umgeschaffen wäre er beunruhigt sich darüber ob nicht das meisterliche walten im kleinen eine bequemlichkeit sei eine ausflucht vor der mahnung zur größe des lebens und gestaltens aber er kann nicht mehr hinüber die zeit ist um die lehrer im zeitalter der bücher dadurch dass die selbsterziehung und verbrüderungserziehung allgemeiner wird muss der lehrer in seine jetzt gewöhnlichen form fast entbehrlich werden lernbegierige freunde die sich zusammen ein wissen aneignen wollen finden in unserer zeit der bücher einen kürzeren und natürlicheren Weg als Schule und Lehrer sind die Eitelkeit als die große Nützlichkeit ursprünglich behandelt der starke Einzelne nicht nur die Natur sondern auch die Gesellschaft und die schwächeren Einzelnen als Gegenstand des Raubbaus er nützt sie aus so viel er kann und dann geht er weiter weil er sehr unsicher lebt wechselnd zwischen Hunger und Überfluss so tötet er mehr Tiere als er verzehren kann und plündert und misshandelt die Menschen mehr als nötig wäre seine Machtäußerung ist eine Racheäußerung zugleich gegen seinen Pein und angstvollen Zustand so dann will er für mächtiger gelten als er ist und missbraucht deshalb die Gelegenheiten der Furchtzuwachs den er erzeugt ist sein Machtzuwachs er merkt zeitig dass nicht das was er ist sondern das was er gilt ihn trägt oder niederwirft hier ist der Ursprung der Eitelkeit der Mächtige sucht mit allen Mitteln Vermehrung des Glaubens an seine Macht die Unterworfenen die vor ihm zittern und ihm dienen wissen wiederum dass sie genauso viel wert sind als sie ihm gelten deshalb sie auf diese Geltung hinarbeiten und nicht auf ihre eigene Befriedigung an sich wir erkennen die Eitelkeit nur in den abgeschwächtesten Formen in ihren Sublimierungen und kleinen Dosen weil wir in einem späten und sehr gemilderten Zustande der Gesellschaft leben ursprünglich ist sie die große Nützlichkeit das stärkste Mittel der Erhaltung und zwar wird die Eitelkeit umso größer je klüger der Einzelne ist weil die Vermehrung des Glaubens an Macht leichter ist als die Vermehrung der Macht selber aber nur für den der Geist hat oder wie es für Urzustände heißen muss der listig und hinterhältig ist Wetterzeichen der Kultur Es gibt so wenig entscheidende Wetterzeichen der Kultur dass man froh sein muss für seinen Haus- und Gartengebrauch wenigstens ein Untrügliches in den Händen zu haben um zu prüfen ob jemand zu uns gehört oder nicht ich meine zu den freien Geistern so prüfe man seine Empfindung für das Christentum Steht er irgendwie anders zu ihm als kritisch so kehren wir ihm den Rücken Er bringt uns unreine Luft und schlechtes Wetter Unsere Aufgabe ist es nicht mehr solche Menschen zu lehren was ein Chirokkowind ist sie haben Mosen und die Propheten des Wetters und der Aufklärung wollen sie diese nicht hören so Zürnen und Strafen hat seine Zeit Zürnen und Strafen ist unser Angebinde von der Tierheit her der Mensch wird erst mündig wenn er dieses Wiegengeschenk den Tieren zurückgibt Hier liegt einer der größten Gedanken vergraben welche Menschen haben der Gedanke an einen Fortschritt aller Fortschritte Gehen wir einige Jahrtausende miteinander vorwärts meine Freunde Es ist sehr viel Freude noch in den Menschen vorbehalten wovon den Gegenwärtigen noch kein Geruch zugeweht ist Und zwar dürfen wir uns diese Freude versprechen Ja ist etwas Notwendiges verheißen und beschwören Im Fall nur die Entwicklung der menschlichen Vernunft nicht stille steht Erstmals wird man die logische Sünde welche im Zürnen und Strafen einzeln oder gesellschaftsweise geübt verborgen liegt nicht mehr übers Herz bringen Einstmals wenn Herz und Kopf so nah beieinander zu wohnen gelernt haben wie sie jetzt noch einander ferne stehen Dass sie nicht mehr so ferne stehen wie ursprünglich ist beim Blick auf den ganzen Gang der Menschheit ziemlich ersichtlich und der Einzelne der ein Leben innerer Arbeit zu überschauen hat wird mit solcher Freude sich der überwundenen Entfernung der erreichten Annäherung bewusst werden um daraufhin noch größere Hoffnungen wagen zu dürfen Abkunft der Pessimisten Ein Bissen guter Nahrung entscheidet oft ob wir mit hohlem Auge oder hoffnungsreich in die Zukunft schauen Dies reicht ins Höchste und Geistigste hinauf Die Unzufriedenheit und Weltschwärzerei ist dem gegenwärtigen Geschlechte von den ehemaligen Hungerleidern her vererbt Auch unseren Künstlern und Dichtern merkt man häufig an wenn sie selber auch noch so üppig leben dass sie von keiner guten Herkunft her sind dass sie von unterdrückt lebenden und schlecht genährten Vorfahren mancherlei ins Blut und Gehirn mitbekommen haben was als Gegenstand und gewählte Farbe in ihrem Werke wieder sichtbar wird Die Kultur der Griechen ist die der Vermögenden und zwar der Altvermögenden Sie lebten ein paar Jahrhunderte hindurch besser als wir in jedem Sinne besser namentlich viel einfacher in Speise und Trank da wurden endlich die Gehirne so voll und fein zugleich da floss das Blut so rasch hindurch einem freudigen hellen Weine gleich dass das Gute und Beste bei ihnen nicht mehr düster verzückt und gewaltsam sondern schön und sonnenhaft heraustrat vom vernünftigen Tode Was ist vernünftiger die Maschine stillzustellen wenn das Werk das man von ihr verlangte ausgeführt ist oder sie laufen lassen bis sie von selber still steht das heißt bis sie verdorben ist Ist letzteres nicht eine Vergeudung der Unterhaltungskosten ein Missbrauch mit der Kraft und Aufmerksamkeit der Bedienenden Wird hier nicht weggeworfen was anderswo sehr Not täte Wird nicht selbst eine Art Missachtung gegen die Maschinen überhaupt verbreitet dadurch dass viele von ihnen so nutzlos unterhalten und bedient werden Ich spreche vom unfreiwilligen natürlichen und vom freiwilligen vernünftigen Tode Der natürliche Tod ist der von aller Vernunft unabhängige der eigentlich unvernünftige Tod bei dem die erbärmliche Substanz der Schale darüber bestimmt wie lange der Kern bestehen soll oder nicht bei dem also der verkümmernde oft kranke und stumpfsinnige Gefängniswärter der Herr ist der den Punkt bezeichnet wo sein vornehmer Gefangener sterben soll Der natürliche Tod ist der Selbstmord der Natur das heißt die Vernichtung des vernünftigen Wesens durch das Unvernünftige welches an das Erstere gebunden ist Nur unter der religiösen Beleuchtung kann es umgekehrt erscheinen weil dann wie billig die höhere Vernunft Gottes ihren Befehl gibt dem die niedere Vernunft sich zu fügen hat Außerhalb der religiösen Denkungsart ist der natürliche Tod keine Verherrlichung wert Die weisheitsvolle Anordnung und Verfügung des Todes gehört in jene jetzt ganz unfassbar und unmoralisch klingende Moral der Zukunft in deren Morgenröte zu blicken ein unbeschreibliches Glück sein muss Zurückbildend Alle Verbrecher zwingen die Gesellschaft auf frühere Stufen der Kultur zurück als die ist auf welche sie gerade steht Sie wirken zurückbildend Man denke an die Werkzeuge welche die Gesellschaft der Notwehr halber sich schaffen und unterhalten muss An den verschmitzten Polizisten den Gefängniswärter den Henker Man vergesse den öffentlichen Ankläger und den Advokaten nicht Endlich frage man sich ob nicht der Richter selber und die Strafe und das ganze Gerichtsverfahren in ihrer Wirkung auf die Nichtverbrecher viel eher niederdrückende als erhebende Erscheinungen sind Es wird eben nie gelingen der Notwehr und der Rache das Gewand der Unschuld umzulegen Und so oft man den Menschen als ein Mittel zum Zwecke der Gesellschaft benutzt und opfert trauert alle höhere Menschlichkeit darüber Krieg als Heilmittel Matt und erbärmlich werdenden Völkern mag der Krieg als Heilmittel anzuraten sein falls sie nämlich durchaus noch fortleben wollen denn es gibt für die Völker Schwindsucht und eine Brutalitätskur das ewige Leben wollen und nicht sterben können ist aber selber schon ein Zeichen von Greisenhaftigkeit der Empfindung je voller und tüchtiger man lebt umso schneller ist man bereit das Leben für eine einzige gute Empfindung dahin zu geben ein Volk das so lebt und empfindet hat die Kriege nicht nötig geistige und leibliche Verpflanzung als Heilmittel die verschiedenen Kulturen sind verschiedene geistige Klimata von denen ein jedes diesem oder jenem Organismus vornehmlich schädlich oder heilsam ist die Historie im Ganzen als das Wesen um die verschiedenen Kulturen ist die Heilmittel lehre nicht aber die Wissenschaft der Heilkunst selber der Arzt ist erst recht noch nötig der sich dieser Heilmittellehrer bedient um jeden in sein ihm gerade ersprießliches Klima zu senden zeitweilig oder auf immer in der Gegenwart leben innerhalb einer einzigen Kultur genügt nicht als allgemeines Rezept dabei würden zu viele höchst nützliche Arten von Menschen aussterben den ihr nicht gesund atmen können mit der Historie muss man ihnen Luft machen und sie zu erhalten suchen auch die Menschen zurückgebliebener Kulturen haben ihren Wert dieser Kur der Geister steht zur Seite dass die Menschheit in leiblicher Beziehung danach streben muss durch eine medizinische Geografie dahinter zu kommen zu welchen Entartungen und Krankheiten jede Gegend der Erde Anlass gibt und umgekehrt welche Heilfaktoren sie bietet und dann müssen allmählich Völker Familien und Einzelne so lange und so anhaltend verpflanzt werden bis man über die angeerbten physischen Gebrechen Herr geworden ist die ganze Erde wird endlich eine Summe von Gesundheitsstationen sein der Baum der Menschheit und die Vernunft das was sie als Übervölkerung der Erde in greisenhafter Kurzsichtigkeit fürchtet gibt dem Hoffnungsvolleren eben die große Aufgabe in die Hand die Menschheit soll einmal ein Baum werden der die ganze Erde überschattet mit vielen Milliarden von Blüten die alle nebeneinander Früchte werden sollen und die Erde selbst soll zur Ernährung dieses Baumes vorbereitet werden dass der jetzige noch kleine Ansatz dazu an Saft und Kraft zunehme das in unzähligen Kanälen der Saft zur Ernährung des Ganzen und des Einzelnen umströme aus diesen und ähnlichen Aufgaben ist der Maßstab zu entnehmen ob ein jetziger Mensch nützlich oder unnütz ist die Aufgabe ist unsäglich groß und kühn wir wollen alle dazu tun dass der Baum nicht vor der Zeit verfaule dem historischen Kopf gelingt es wohl das menschliche Wesen und Treiben sich im Ganzen der Zeit vor die Augen zu stellen wie uns allen das Ameisenwesen mit seinen kunstvoll getürmten Haufen vor Augen steht oberflächlich beurteilt würde auch das gesamte Menschentum gleich dem Ameisentum vom Insekt reden lassen bei strengerer Prüfung nehmen wir wahr wie ganze Völker ganze Jahrhunderte sich abmühen neue Mittel ausfindig zu machen und auszuprobieren womit man einem großen menschlichen Ganzen und zuletzt dem großen Gesamtfruchtbaume der Menschheit wohltun könne und was und was auch immer bei diesem Ausprobieren die Einzelnen die Völker und die Zeiten für Schaden leiden durch diesen Schaden sind jedes Mal einzelne klug geworden und von ihnen aus strömt die Klugheit langsam auf die Maßregeln ganzer Völker ganzer Zeiten über Aufgabe der Vernunft für die Vernunft Das Lob des Uneigennützigen und sein Ursprung Zwischen zwei nachbarlichen Häuptlingen war seit Jahren Hader Man verwüstete einander die Saaten führte Herden weg brannte Häuser nieder mit einem unentschiedenen Erfolge im Ganzen weil ihre Macht ziemlich gleich war Ein Dritter der durch die abgeschlossene Lage seines Besitztums von diesen Fäden sich fernhalten konnte aber doch Grund hatte den Tag zu fürchten an dem einer dieser händelsüchtigen Nachbarn entscheidend zum Übergewicht kommen würde trat endlich zwischen die Streitenden mit Wohlwollen und Feierlichkeit und im Geheimen legte er auf seinen Friedensvorschlag ein schweres Gewicht in dem er jedem Einzelnen zu verstehen gab für der gegen den welche sich wieder den Frieden sträube mit dem Anderen gemeinsame Sache zu machen man kam vor ihm zusammen man legte zögernd in seine Hand die Hände welche bisher die Werkzeuge und allzu oft die Ursache des Hasses gewesen waren und wirklich man versuchte es ernstlich mit dem Frieden Jeder sah mit Erstaunen wie plötzlich sein Wohlstand sein Behagen wuchs wie man jetzt am Nachbar einen kaufs- und verkaufsbereiten Händler anstatt eines tückischen oder offen höhnenden Übeltäters hatte wie selbst in unvorhergesehenen Notfällen man sich gegenseitig aus der Not ziehen konnte anstatt wie es bisher geschehen diese Not des Nachbars auszunutzen und aufs Höchste zu steigern ja es schien als ob der Menschenschlag in beiden Gegenden sich seitdem verschönert hätte denn die Augen hatten sich erhellt die Stirnen sich entrunzelt allen war das Vertrauen zur Zukunft zu eigen geworden und nichts ist den Seelen und Leiben der Menschen förderlicher als dies Vertrauen man sah einander alle Jahre am Tage des Bündnisses wieder die Häuptlinge sowohl wie deren Anhang und zwar vor dem Angesicht des Mittlers dessen Handlungsweise man je größer der Nutzen war den man ihr verdankte immer mehr anstaunte und verehrte man nannte sie uneigennützig man hatte den Blick viel zu sehr auf den eigenen seither eingeernteten Nutzen gerichtet um von der Handlungsweise des Nachbars mehr zu sehen als dass sein Zustand infolge derselben nicht verändert habe wie der eigene er war vielmehr derselbe geblieben und so schien es dass jener den Nutzen nicht im Auge gehabt habe und so schien es dass jener den Nutzen nicht im Auge gehabt habe zum ersten Male sagte man sich dass die Uneigennützigkeit eine Tugend sei gewiss mochten im Kleinen und Privaten sich oftmals bei ihnen ähnliche Dinge ereignet haben aber man hatte das Augenmerk für diese Tugend erst als sie zum ersten Male in ganz großer Schrift lesbar für die ganze Gemeinde an die Wand gemalt wurde erkannt als Tugenden zu Namen gekommen in Schätzung gebracht zur Aneignung anempfohlen sind die moralischen Eigenschaften erst von dem Augenblicke an da sie sichtbar über Glück und Verhängnis ganzer Gesellschaften entschieden haben dann ist nämlich die Höhe der Empfindung und der Erregung der inneren schöpferischen Kräfte bei vielen so groß dass man dieser Eigenschaft Geschenke bringt vom Besten was jeder hat der Ernste legt ihr seinen Ernst zu Füßen der Würdige seine Würde die Frauen ihre Milde die Jünglinge alles Hoffnungs- und Zukunftsreiche ihres Wesens der Dichter leit ihr Worte und Namen reiht sie in den Ringtanz ähnlicher Weisen ein gibt ihr einen Stammbaum und betet zuletzt wie es Künstler tun das Gebilde seiner Fantasie als neue Gottheit an er lehrt sie anbeten so wird eine Tugend weil die Liebe und die Dankbarkeit aller an ihr arbeitet wie an einer Bildsäule zuletzt eine Ansammlung des Guten und Verehrungswürdigen eine Art Tempel und göttliche Person zugleich sie steht förderhin als einzelne Tugend da als ein Wesen für sich was sie bis dahin nicht war und übt die Rechte und die Macht einer geheiligten Übermenschlichkeit aus im späteren Griechenland standen die Städte voll von solchen vergottmenschlichten Abstraktis man verzeihe das absonderliche Wort um des absonderlichen Begriffs willen das Volk hatte sich auf seine Art einen platonischen Ideenhimmel inmitten seiner Erde hergerichtet und ich glaube nicht dass dessen Inwohner weniger lebendig empfunden wurden als irgendeine althomerische Gottheit Dunkelzeiten Dunkelzeiten nennt man solche in Norwegen da die Sonne den ganzen Tag unter dem Horizonte bleibt die Temperatur fällt dabei fortwährend langsam ein schönes Gleichnis für alle Denker welchen die Sonne der Menschheits Zukunft zeitweilig verschwunden ist der Philosoph der Üppigkeit ein Gärtchen Feigen kleine Käse und dazu drei oder vier gute Freunde Das war die Üppigkeit Epikurs Die Epochen des Lebens Die eigentlichen Epochen sind Leben sind jene kurzen Zeiten des Stillstandes mitten inne zwischen dem Aufsteigen und Absteigen eines regierenden Gedankens oder Gefühls Hier ist wieder einmal Sattheit da Alles andere ist Durst und Hunger oder Überdruss Der Traum Unsere Träume sind wenn sie einmal ausnahmsweise gelingen und vollkommen werden Für gewöhnlich ist der Traum eine Pfuscher Arbeit symbolische Szenen und Bilderketten anstelle einer erzählenden Dichtersprache Sie umschreiben unsere Erlebnisse oder Erwartungen oder Verhältnisse mit dichterischer Kühnheit und Bestimmtheit dass wir dann morgens immer über uns erstaunt sind wenn wir uns unserer Träume erinnern Wir verbrauchen im Traume zu viel Künstlerisches und sind deshalb am Tage oft zu arm daran Natur und Wissenschaft Ganz wie in der Natur werden auch in der Wissenschaft die schlechteren unfruchtbareren Gegenden zuerst gut angebaut weil hierfür eben die Mittel der angenehmen Wissenschaft ungefähr ausreichen Die Bearbeitung der furchtbarsten Gegenden setzt eine sorgsam entwickelte ungeheure Kraft von Methoden gewonnene Einzelresultate und eine organisierte Schar von Arbeitern gut geschulten Arbeitern voraus Dies alles findet sich erst spät zusammen Die Ungeduld und der Ehrgeiz greifen oft zu früh nach diesen fruchtbarsten Gegenden Aber die Ergebnisse sind dann gleich null In der Natur würden sich solche Versuche dadurch rächen dass die Ansiedler verhungerten Einfach leben Eine einfache Lebensweise ist jetzt schwer Dazu tut viel mehr Nachdenken und Erfindungsgabe Not als selbst sehr gescheite Leute haben Der ehrlichste von ihnen wird vielleicht noch sagen Ich habe nicht die Zeit darüber so lange nachzudenken Die einfache Lebensweise ist für mich ein zu vornehmes Ziel Ich will warten bis weiserer als Ich sie gefunden haben Spitzen und Spitzchen Die geringe Fruchtbarkeit die häufige Ehelosigkeit und überhaupt die geschlechtliche Kühle der höchsten und kultiviertesten Geister sowie der zu ihnen gehörenden Klassen ist wesentlich in der Ökonomie der Menschheit Die Vernunft erkennt und macht Gebrauch davon dass bei einem äußersten Punkte der geistigen Entwicklung die Gefahr einer nervösen Nachkommenschaft sehr groß ist Solche Menschen sind Spitzen der Menschheit Sie dürfen nicht weiter in Spitzchen auslaufen Keine Natur macht Sprünge Wenn Wenn der Mensch sich noch so stark fortentwickelt und aus einem Gegensatz in den anderen überzuspringen scheint Bei genaueren Beobachtungen wird man doch die Verzahnungen auffinden wo das neue Gebilde aus dem älteren herauswächst Dies ist die Aufgabe des Biografen Er muss nach dem Grundsatze über das Leben denken dass keine Natur Sprünge macht Zwar reinlich Wer sich mit reingewaschenen Lumpen kleidet kleidet sich zwar reinlich aber doch lumpenhaft Der Einsame spricht Man erntet als Lohn für vielen Überdruss Missmut Langeweile wie dies alles eine Einsamkeit ohne Freunde Bücher Pflichten Leidenschaften mit sich bringen muss jene Viertelstunden tiefster Einkehr in sich und die Natur Wer sich völlig gegen die Langeweile verschanzt verschanzt sich auch gegen sich selber Den kräftigsten Labetrunk aus dem eigenen innersten Bohren wird er nie zu trinken bekommen Falsche Berühmtheit Ich hasse jene angeblichen Naturschönheiten welche im Grunde nur durch das Wissen namentlich durch das geografische etwas bedeuten an sich aber dem schönheitsdurstigen Sinne dürftig bleiben zum Beispiel die Ansicht des Mont Blanc von Genf aus etwas unbedeutendes ohne die zu Hilfe eilende Gehirnfreude des Wissens die näheren Berge dort sind alle schöner und ausdrucksvoller aber lange nicht so hoch wie jenes absurde Wissen zur Abschwächung hinzugefügt das Auge widerspricht dabei dem Wissen wie soll es sich im Widersprechen wahrhaft freuen können Vergnügungsreisende wir steigen wie Tiere den Berg hinauf dumm und schwitzend man hatte ihnen zu sagen vergessen dass es unterwegs schöne Aussichten gäbe zu viel und zu wenig die Menschen durchleben jetzt alle zu viel und durchdenken zu wenig sie haben Heißhunger und Kolik zugleich und werden deshalb immer magerer so viel sie auch essen wer jetzt sagt ich habe nichts erlebt ist ein Dummkopf Ende Ende und Ziel nicht jedes jedes Ende ist das Ziel das Ende der Melodie ist nicht deren Ziel aber trotzdem hat die Melodie ihr Ende nicht erreicht so hat sie auch ihr Ziel nicht erreicht ein Gleichnis Neutralität der großen Natur Die Neutralität der großen Natur in Berg Meer Wald und Wüste gefällt aber nur eine kurze Zeit nachher werden wir ungeduldig wollen wir denn diese Dinge gar nicht zu uns sagen sind wir für sie nicht da es entsteht das Gefühl eines Crimen Laese Majestatis Humana Die Absichten Vergessen Man vergisst über der Reise gemeinhin deren Ziel Fast jeder Beruf wird als Mittel zu einem Zwecke gewählt und begonnen aber als letzter Zweck fortgeführt Das Vergessen der Absicht ist die häufigste Dummheit die gemacht wird Sonnenbahn der Idee Wenn eine Idee am Horizonte eben aufgeht ist gewöhnlich die Temperatur der Seele dabei sehr kalt Erst allmählich entwickelt die Idee ihre Wärme und am heißesten ist diese das heißt sie tut ihre größten Wirkungen wenn der Glaube an die Idee schon wieder im Sinken ist wodurch man alle wieder sich hätte wenn jetzt jemand zu sagen wagte wer nicht für mich ist der ist wieder mich so hätte er sofort alle wieder sich diese Empfindung macht unserem Zeitalter Ehre sich des Reichtums schämen unsere Zeit verträgt nur eine einzige Gattung von Reichen solche welche sich ihres Reichtums schämen hört man von jemandem er ist sehr reich so hat man dabei sofort eine allmähliche Empfindung wie beim Anblick einer widerlich anschwellenden Krankheit einer Fett oder Wassersucht Man muss sich gewaltsam seiner Humanität erinnern um mit einem solchen Reichen so verkehren zu können dass er von unserem Ekel Gefühle nichts merkt Sobald er aber gar sich etwas auf seinen Reichtum zugute tut so mischt sich zu unseren Gefühlen die fast mitleidige Verwunderung über einen so hohen Grad der menschlichen Unvernunft sodass man die Hände gen Himmel erheben und rufen möchte arme entstellte überbürdete hundertfach gefesselte dem jede Stunde etwas unangenehmes bringt oder bringen kann in dessen gliedern jedes Ereignis von zwanzig Völkern nachzuckt wie magst du uns glauben machen dass du dich in deinem Zustande wohl fühlst wenn du irgendwo öffentlich erscheinst so wissen wir dass es eine Art Spießruten Laufen ist unter lauter Blicken welche für dich nur kalten Hass oder Zudringlichkeit oder schweigsamen Spott haben dein Erwerben mag leichter sein als das der anderen aber es ist ein überflüssiges Erwerben welches wenig Freude macht und dein Bewahren alles Erworbenen ist jedenfalls jetzt ein mühseligeres Ding als irgendein mühseliges Erwerben Du leidest fortwährend wenn du verlierst fortwährend was nützt es dir dass man dir immer neues künstliches Blut zuführt deshalb tun doch die Schropfköpfe nicht weniger weh die auf deinem Nacken sitzen beständig sitzen aber um nicht unbillig zu werden es ist schwer vielleicht unmöglich für dich nicht reich zu sein du musst bewahren musst neu erwerben der vererbte Hang deiner Natur ist das Joch über dir aber deshalb täusche uns nicht und schäme dich ehrlich und sichtlich des Joches das du trägst da du ja im Grunde deiner Seele müde und unwillig bist es zu tragen diese Scham schändet nicht Ausschweifung in der Anmaßung es gibt so anmaßende Menschen dass sie eine Größe welche sie öffentlich bewundern nicht anders zu loben wissen als indem sie dieselbe als Vorstufe und Brücke die zu ihnen führt darstellen auf dem Boden der Schmach Wer den Menschen eine Vorstellung nehmen will tut sich gewöhnlich nicht genug damit sie zu widerlegen und den unlogischen Wurm der in ihr sitzt heraus zu ziehen vielmehr wirft er nachdem der Wurm getötet ist die ganze Frucht auch noch in den Kot um sie den Menschen unansehnlich zu machen und Ekel vor ihr einzuflößen so glaubt er das Mittel gefunden zu haben die bei widerlegten Vorstellungen so gewöhnliche Wiederauferstehung am dritten Tage unmöglich zu machen er irrt sich denn gerade auf dem Boden der Schmach inmitten des Unflates treibt der Fruchtkern der Vorstellung schnell neue Keime also ja nicht verhöhnen beschmutzen was man endgültig beseitigen will sondern es achtungsvoll auf Eis legen immer und immer wieder in Anbetracht dass Vorstellungen ein sehr zähes Leben haben hier muss man nach der Maxime handeln eine Widerlegung ist keine Widerlegung los der Moralität da die Gebundenheit der Geister abnimmt ist sicherlich die Moralität die vererbte überlieferte instinkthafte Handlungsweise nach moralischen Gefühlen ebenfalls in Abnahme nicht aber die einzelnen Tugenden Mäßigkeit Gerechtigkeit Seelenruhe denn die größte Freiheit des bewussten Geistes führt einmal schon unwillkürlich zu ihnen hin und rät sie so dann auch als nützlich an Der Fanatiker des Misstrauens und seine Bürgschaft Der Alte Du willst das Ungeheure wagen und die Menschen im Großen belehren Wo ist deine Bürgschaft Piron Hier ist sie Ich will die Menschen vor mir selber warnen Ich will alle Fehler meiner Natur öffentlich bekennen und meine Übereilungen Widersprüche und Dummheiten vor alle Augen bloß stellen Hört nicht auf mich will ich ihnen sagen bis ich nicht eurem geringsten gleich geworden bin und noch geringer bin als er sträubt auch gegen die Wahrheit solange ihr nur könnt aus Ekel vor dem der ihr Fürsprecher ist Ich werde euer Verführer und Betrüger sein wenn ihr noch den mindesten Glanz von Achtbarkeit und Würde an mir wahrnimmt Der Alte Du versprichst zu viel Du kannst diese Last nicht tragen Pyrone So will ich auch dies den Menschen sagen dass ich zu schwach bin und nicht halten kann was ich verspreche Je größer meine Unwürdigkeit umso mehr werden sie der Wahrheit misstrauen wenn sie durch meinen Mund geht Der Alte Willst du denn der Lehrer des Misstrauens gegen die Wahrheit sein Pyrone des Misstrauens wie es noch nie in der Welt war des Misstrauens gegen alles und jeden Es ist der einzige Weg zur Wahrheit Das rechte Auge darf dem Linken nicht trauen und Licht wird eine Zeit lang Finsternis heißen müssen Dies ist der Weg den ihr gehen müsst Glaubt nicht dass er euch zu Fruchtbäumen und schönen Weiden führe Kleine harte Körner werdet ihr auf ihm vorfinden Das sind die Wahrheiten Jahrzehntelang werdet ihr die Lügen händevoll verschlingen müssen um nicht hungers zu sterben ob ihr schon wisset dass es Lügen sind jene Körner aber werden gesät und eingegraben und vielleicht vielleicht gibt es einmal den Tag der Ernte niemand darf ihn versprechen er sei denn ein Fanatiker der Alte Freund Freund auch deine Worte sind die des Fanatikers Piron du hast recht ich will gegen alle Worte misstrauisch sein der Alte dann wirst du schweigen müssen Piron ich werde den Menschen sagen dass ich schweigen muss und dass sie meinem Schweigen misstrauen sollen der Alte du trittst also von deinen Unternehmungen zurück Piron vielmehr du hast mir eben das Tor gezeigt durch welches ich gehen muss der Alte ich weiß nicht verstehen wir uns jetzt jetzt noch völlig Piron wahrscheinlich nicht der Alte wenn du dich nur selber völlig verstehst Piron dreht sich um und lacht der Alte ach Freund schweigen und lachen ist das jetzt deine ganze Philosophie Piron es wäre nicht die schlechteste europäische Bücher Man ist beim Lesen von Montaigne La Roche Foucault La Bruyere Fontenelle namentlich der Dialogue de More Povenor Gou Champfort dem Altertum näher als bei irgendwelcher Gruppe von sechs Autoren anderer Völker durch jene sechs ist der Geist der letzten Jahrhunderte der alten Zeitrechnung wieder entstanden sie zusammen bilden ein wichtiges Glied in der großen noch fortlaufenden Kette der Renaissance ihre Bücher erheben sich über den Wechsel des nationalen Geschmacks und der philosophischen Färbungen in denen für gewöhnlich jetzt jedes Buch schillert und schillern muss um berühmt zu werden sie erhalten mehr wirkliche Gedanken als alle Bücher deutscher Philosophen zusammengenommen Gedanken von der Art welche Gedanken macht und die ich bin in Verlegenheit zu Ende zu definieren genug dass es mir Autoren zu sein scheinen welche für Kinder und noch für Schwärmer geschrieben haben weder für Jungfrauen noch für Christen weder für Deutsche noch für ich bin wieder in Verlegenheit meine Liste zu schließen um um aber ein deutliches Lob zu sagen sie wären griechisch geschrieben auch von Griechen verstanden worden wie viel hätte dagegen selbst ein Plato von den Schriftstellern unserer besten deutschen Denker zum Beispiel Goethes und Schopenhauers überhaupt verstehen können von dem Widerwillen zu schweigen welchen ihre Schreibarbeit ihm erregt haben würde nämlich das dunkle übertriebene und gelegentlich wie der Klapper Dürre Fehler an denen die genannten noch am wenigsten von den deutschen Denkern und doch noch allzu viel leiden Goethe als Denker hat die Wolke lieber umarmt als billig ist und Schopenhauer wandelt nicht ungestraft fast fortwährend unter Gleichnissen der Dinge statt unter den Dingen selber dagegen welche Helligkeit und zierliche Bestimmtheit bei jenen Franzosen diese Kunst hätten auch die feinohrigsten Griechen gutheißen müssen und eines würden sie sogar bewundert und angebetet haben den französischen Witz des Ausdrucks so etwas liebten sie sehr ohne gerade darin besonders stark zu sein Mode und Modern Überall wo jetzt noch die Ungewissheit die Unreinlichkeit der Aberglaube im Schwange sind wo der Verkehr lahm die Landwirtschaft armselig die Priesterschaft mächtig ist da finden sich auch noch die Nationaltrachten dagegen herrscht die Mode wo die Anzeichen des Entgegengesetzten sich finden die Mode ist also neben den Tugenden des jetzigen Europa zu finden sollte sie wirklich deren Schattenseite sein zunächst sagt die männliche Bekleidung welche modisch und nicht mehr national ist von dem der sie trägt aus dass der Europäer nicht als Einzelner noch als Standes und Volksgenosse auffallen will dass er sich eine absichtliche Dämpfung dieser Arten von Eitelkeit zum Gesetz gemacht hat dann dass er arbeitssam ist und nicht viel Zeit zum ankleiden und sich putzen hat auch alles kostbare und üppige in Stoff und Falten Wurf im Widerspruch mit seiner Arbeit findet endlich dass er durch seine Tracht auf die gelehrten und geistigeren Berufe als die hinweist welchen er als europäischer Mensch am nächsten steht oder stehen möchte während durch die noch vorhandenen Nationaltrachten der Räuber der Hirt oder der Soldat als die wünschbarsten und tonangebenden Lebensstellungen hindurchschimmern Innerhalb dieses Gesamtcharakters der männlichen Mode gibt es dann jene kleinen Schwankungen welche die Eitelkeit der jungen Männer der Stutzer und Nichtstuer der großen Städte hervorbringen also derer welche als europäische Menschen noch nicht reif geworden sind Die europäischen Frauen sind dies noch viel weniger weshalb die Schwankungen bei ihnen viel größer sind Sie wollen auch das Nationale nicht und hassen es als Deutsche Franzosen Russen an der Kleidung erkannt zu werden aber als Einzelne wollen sie sehr gern auffallen ebenso soll niemand schon durch ihre Bekleidung im Zweifel gelassen werden dass sie zu einer angeseheneren Klasse der Gesellschaft zur guten oder hohen oder großen Welt gehören und zwar wünschen sie nach dieser Seite hin gerade umso mehr vor einzunehmen als sie nicht oder kaum zu jener Klasse gehören vor allem aber will die junge Frau nichts tragen was die etwas ältere trägt weil sie durch den Verdacht eines höheren Lebensalters im Preise zu fallen glaubt die ältere wiederum möchte durch jugendlichere Tracht so lange täuschen als es irgend angeht aus welchem Wettbewerb Absicht zeitweilig immer Moden ergeben müssen bei denen das eigentlich Jugendliche ganz unzweideutig und unnachahmlich sichtbar wird hat der Erfindungsgeist der jungen Künstlerinnen in solchen Bloßstellungen der Jugend eine Zeit lang geschwelgt oder um die ganze Wahrheit zu sagen hat man wieder einmal den Erfindungsgeist älterer höfischer Kulturen sowie den der noch bestehenden Nationen und überhaupt den ganzen kostümierten Erdkreis zu Rate gezogen und etwa die Spanier die Türken und Altgriechen zur Inszenierung des schönen Fleisches zusammengekoppelt so entdeckt man endlich immer wieder dass man sich doch nicht zum Besten auf seinen Vorteil verstanden habe dass um auf die Männer Wirkung zu machen das Versteckspielen mit dem schönen Leibe glücklicher sei als die nackte und halbnackte Ehrlichkeit und nun dreht sich das Rad des Geschmacks und der Eitelkeit einmal wieder in entgegengesetzter Richtung die etwas älteren jungen Frauen finden dass ihr Reich gekommen sei und der Wettkampf der lieblichsten und absurdesten Geschöpfe tobt wieder von Neuem je mehr aber die Frauen innerlich zunehmen und nicht mehr unter sich wie bisher den unreifen Altersklassen den Vorrang zugestehen umso geringer werden diese Schwankungen ihrer Tracht umso einfacher ihr Putz über welchen man billigerweise nicht nach antiken Mustern das Urteil sprechen darf also nicht nach dem Maßstabe der Gewandung südländischer See Anwohnerinnen sondern in Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen der mittleren und nördlichen Gegenden Europas derer nämlich in welchen jetzt der Geist und formfindende Genius Europas seine liebste Heimat hat im Ganzen wird also gerade nicht das wechselnde das charakteristische Zeichen der Mode und des modernen sein denn gerade der Wechsel ist etwas rückständiges und bezeichnet die noch ungereiften männlichen und weiblichen Europäer sondern die Ablehnung der nationalen ständischen und individuellen Eitelkeit Dementsprechend ist es zu loben weil es Kraft und Zeitersparnis ist wenn einzelne Stände und Gegenden Europas für alle übrigen in Sachen der Kleidung denken und erfinden in Anbetracht dessen dass der Formensinn nicht jedermann geschenkt zu sein pflegt auch ist es wirklich kein allzu hochfliegender Ehrgeiz wenn zum Beispiel Paris solange jene Schwankungen noch bestehen es in Anspruch nimmt der alleinige Erfinder und Neuerer in diesem Reiche zu sein will ein Deutscher aus Hass gegen diese Ansprüche einer französischen Stadt sich anders kleiden zum Beispiel so wie Albert Dürer sich trug so möge er erwägen dass er dann ein Kostüm hat welches ehemalige Deutsche trugen welches aber die Deutschen ebenso wenig erfunden haben es hat nie eine Tracht gegeben welche den Deutschen als Deutschen bezeichnete übrigens mag er zusehen wie er aus dieser Tracht herausschaut und ob etwa der ganz moderne Kopf nicht mit all seiner Linien und Fältchenschrift welche das 19. Jahrhundert hineingrub gegen eine dürerische Bekleidung Einsprache tut hier wo die Begriffe modern und europäisch fast gleich gesetzt sind wird unter Europa viel mehr an Länderstrecken verstanden als das geografische Europa die kleine Halbinsel Asiens umfasst namentlich gehört Amerika hinzu soweit es eben das Tochterland unserer Kultur ist andererseits fällt nicht einmal ganz Europa unter den Kulturbegriff Europa sondern nur alle jene Völker und Völkerteile welche im Griechen Römer Juden und Christentum ihre gemeinsame Vergangenheit haben Die Deutsche Tugend Es ist nicht zu leugnen dass vom Ausgange des vorigen Jahrhunderts an ein Strom moralischer Erweckung durch Europa floss Damals erst wurde die Tugend wieder berät Sie lernte es die ungezwungenen Gebärden der Erhebung der Rührung finden Sie schämte sich ihrer selbst nicht mehr und ersannen Philosophien und Gedichte zur eigenen Verherrlichung Sucht man nach den Quellen dieses Stroms so findet man einmal Rousseau aber den mythischen Rousseau den man sich nach dem Eindrucke seiner Schriften fast könnte man wieder sagen seiner mythisch ausgelegten Schriften und nach seinen Fingerzeigen die er selber gab erdichtet hatte er und sein Publikum arbeiteten beständig an dieser Idealfigur der andere Ursprung liegt in jener Wiederauferstehung des stoisch großen Römer Tums durch welches die Franzosen die Aufgabe der Renaissance auf das würdigste weitergeführt haben sie gingen von der Nachschöpfung antiker Formen mit herrlichstem gelingen zur Nachschöpfung antiker Charaktere über so dass sie ein Anrecht auf die allerhöchsten Ehren immer da behalten werden als das Volk welches der neueren Menschheit bisher die besten Bücher und die besten Menschen gegeben hat Wie diese doppelte Vorbildlichkeit des mythischen Rousseau und die jenes wiedererweckten Römergeistes auf die schwächeren Nachbarn wirkte sieht man namentlich an Deutschland welches infolge seines neuen und ganz ungewohnten Aufschwungs zu Ernst und Größe des Wollens und sich Beherrschens zuletzt vor seiner eigenen neuen Tugend in Staunen geriet und den Begriff deutsche Tugend in die Welt warf wie als ob es nichts ursprünglicheres Erbeigeneres geben könne als diese die Die Ersten Die ersten großen Männer welche jene französische Anregung zur Größe und Bewusstheit des sittlichen Wollens auf sich überleiteten waren ehrlicher und vergaßen und vergaßen die Dankbarkeit nicht Der Moralismus kann's Woher kommt er? Er gibt es wieder und wieder zu verstehen von Rousseau und dem wiedererweckten historischen Rom Der Moralismus Schillers Gleiche Quelle Gleiche Verherrlichung der Quelle Der Moralismus Beethovens in Tönen Er ist das ewige Loblied Rousseaus der antiken Franzosen und Schillers Erst der deutsche Jüngling vergaß die Dankbarkeit Inzwischen hatte man ja das Ohr nach den Predigern des Franzosenhasses hingewendet Jener deutsche Jüngling der eine Zeit lang mit mehr Bewusstheit als man bei anderen Jünglingen für erlaubt hält in den Vordergrund trat Wenn er nach seiner Vaterschaft spürte so mochte er mit Recht an die Nähe Schillers Fichtes und Schleiermachers denken aber seine Großväter hatte er in Paris in Genf suchen müssen und es war sehr kurzsichtig zu glauben was er glaubte dass die Tugend nicht älter als 30 Jahre sei Damals gewöhnte man sich daran zu verlangen dass beim Worte Deutsch auch noch so nebenbei die Tugend mitverstanden werde und bis auf den heutigen Tag hat man es noch nicht völlig verlernt nebenbei bemerkt jene genannte moralische Erweckung hat für die Erkenntnis der moralischen Erscheinungen wie sie sich fast erraten lässt nur Nachteile und rückschreitende Bewegungen zur Folge gehabt was ist die ganze deutsche Moralphilosophie von Kant angerechnet mit allen ihren französischen englischen und italienischen Ausläufern und Nebenzüglern ein halb theologisches Attentat gegen Helvetius ein Abweisen der lange und mühsam erkämpften Freiblicke oder Fingerzeige des rechten Weges welche er zuletzt gut ausgesprochen und zusammengebracht hat bis auf den heutigen Tag ist Helvetius in Deutschland der best beschimpfte aller guten Moralisten und guten Menschen Klassisch und Romantisch Sowohl die klassisch als die romantisch gesinnten Geister wie es diese beiden Gattungen immer gibt tragen sich mit einer Vision in die Zukunft aber die ersteren aus einer Stärke ihrer Zeit heraus die letztere aus deren Schwäche Die Maschine als Lehrerin Die Maschine lehrt durch sich selber das Ineinandergreifen von Menschenhaufen bei Aktionen wo jeder nur eins zu tun hat sie gibt das Muster der Parteiorganisation und der Kriegsführung sie lehrt dagegen nicht die individuelle Selbstherrlichkeit sie macht aus vielen eine Maschine und aus jedem Einzelnen ein Werkzeug zu einem Zwecke ihre allgemeinste Wirkung ist den Nutzen der Zentralisation zu lehren Nicht Sesshaft Man wohnt gerne in der kleinen Stadt aber von Zeit zu Zeit treibt gerade sie uns in die einsamste unenthüllteste Natur dann nämlich wenn jene uns einmal wieder zu durchsichtig geworden ist endlich gehen wir um uns wieder von dieser Natur zu erholen in die große Stadt einige Züge aus derselben und wir erraten den Bodensatz ihres Bechers der Kreislauf mit der kleinen Stadt am Anfange beginnt von Neuem so leben die Modernen welche in allem etwas zu gründlich sind um sesshaft zu sein gleich den Menschen anderer Zeiten Reaktion gegen die Maschinen Kultur Die Maschine selber ein Erzeugnis der höchsten Denkkräfte setzt bei den Personen welche sie bedienen fast nur die niederen gedankenlosen Kräfte in Bewegung sie entfesselt dabei eine Unmasse Kraft überhaupt die sonst schlafen läge das ist wahr aber sie gibt nicht den Antrieb zum höher steigen zum besser machen zum Künstler werden sie macht tätig und einförmig das erzeugt aber auf die Dauer eine Gegenwirkung eine verzweifelte Langeweile der Seele welche durch sie nach wechselvollem Müßiggange dürsten lernt Die Gefährlichkeit der Aufklärung Alles das halbverrückte schauspielerische tierisch grausame wollüstige namentlich sentimentale und sich selbst berauschende was zusammen die eigentlich revolutionäre Substanz ausmacht und in Rousseau vor der Revolution Fleisch und Geist geworden ist Dieses ganze Wesen setzte sich mit perfider Begeisterung noch die Aufklärung auf das fanatische Haupt welches durch diese selber wie in einer verklärenden Glorie zu leuchten begann Die Aufklärung die im Grunde jenem Wesen so fremd ist und für sich waltend still wie ein Lichtglanz durch Wolken gegangen sein würde lange Zeit zufrieden damit nur die einzelnen umzubilden so dass sie nur sehr langsam auch die Sitten und Einrichtungen der Völker umgebildet hätte Jetzt aber an ein gewaltsames und plötzliches Wesen gebunden wurde die Aufklärung selber gewaltsam und plötzlich Ihre Gefährlichkeit ist dadurch fast größer geworden als die befeindende und erhellende Nützlichkeit welche durch sie in die große Revolutionsbewegung kam Wer dies begreift wird auch wissen aus welcher Vermischung man sie herauszuziehen und welche Verunreinigung man sie zu läutern hat um dann an sich selber das Werk der Aufklärung fortzusetzen und die Revolution nachträglich in der Geburt zu ersticken ungeschehen zu machen Die Leidenschaft im Mittelalter Das Mittelalter ist die Zeit der größten Leidenschaften Jeder das Altertum noch unsere Zeit hat diese Ausweitung der Seele Ihre Räumlichkeit war nie größer und nie mit längeren Maßstäben gemessen worden Die physische Urwald Leiblichkeit von Barbarenvölkern und die überseelenhaften Überwachen allzu glänzenden Augen von christlichen Mysterien Jüngern das kindlichste Jüngste und ebenso das überreifste Altersmüdeste Die rohheit Die rohheit des Raubtiers und die Verzertelung und Ausspitzung des spätantiken Geistes Alles dies kam damals an einer Person nicht selten zusammen Da musste wenn einer in Leidenschaft geriet die Stromschnelle des Gemütes gewaltiger der Strudel verwirrter der Sturz tiefer sein als je Wir neueren Menschen dürfen mit der Einbuße zufrieden sein welche hier gemacht worden ist Rauben und Sparen Alle geistigen Bewegungen gehen vorwärts infolge deren die Großen zu rauben die Kleinen zu sparen hoffen können Deshalb ging zum Beispiel die Deutsche Reformation vorwärts Fröhliche Seelen Wenn auf Trunk Trunkenheit und eine übelriechende Art von Unfläterei auch nur von Ferne hingewinkt wurde dann wurden die Seelen der älteren Deutschen fröhlich sonst waren sie verdrossen aber dort hatten sie ihre Art von Verständnisinnigkeit Das Ausschweifende Athen Selbst als der Fischmarkt Athens seine Denker und Dichter bekommen hatte besaß die griechische Ausschweifung immer noch ein idyllischeres und feineres Aussehen als es je die römische oder die deutsche Ausschweifung hatte Die Stimme Juvenals hätte dort wie eine hohe Trompete geklungen Ein artiges und fast kindliches Gelächter hätte ihm geantwortet Klugheit der Griechen Da das Siegen und Hervorragen Wollen ein unüberwindlicher Zug der Natur ist älter und ursprünglicher als alle Achtung und Freude der Gleichstellung so hat der griechische Staat den gymnastischen und musischen Wettkampf innerhalb der Griechen sanktioniert also einen Tummelplatz abgegrenzt wo jener Trieb sich entladen konnte ohne die politische Ordnung in Gefahr zu bringen Mit dem endlichen Verfalle des gymnastischen und musischen Wettkampfes geriet der griechische Staat in innerer Unruhe und Auflösung Der ewige Epikur Epikur hat zu allen Zeiten gelebt und lebt noch unbekannt denen welche sich Epikurea nannten und nennen und ohne Ruf bei den Philosophen Auch hat er selber den eigenen Namen vergessen Es war das schwerste Gepäck welches er je abgeworfen hat Stil der Überlegenheit Studentendeutsch die Sprechweise des deutschen Studenten hat ihren Ursprung unter den nicht studierenden Studenten welche eine Art von Übergewicht über ihre ernsteren Genossen dadurch zu erlangen wissen dass sie an Bildung Sitzamkeit Gelehrsamkeit Ordnung Mäßigung alles Maskeradenhafte aufdecken und die Worte aus jenen Bereichen zwar fortwährend ebenso im Munde führen wie die besseren gelehrteren aber mit einer Bosheit im Blicke und einer begleitenden Grimasse In dieser Sprache der Überlegenheit der einzigen die in Deutschland original ist reden nun unwillkürlich auch die Staatsmänner und die Zeitungskritiker Es ist ein beständiges ironisches Zitieren ein unruhiges unfriedfertiges Schielen des Auges nach rechts und links ein Gänsefüßchen und Grimassendeutsch Die Vergrabenen Wir ziehen uns ins Verborgene zurück aber nicht aus irgendeinem persönlichen Missmute als ob uns die politischen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart nicht genug täten sondern weil wir durch unsere Zurückziehung Kräfte sparen und sammeln wollen welche später einmal der Kultur ganz Not tun werden je mehr Gegenwart diese Gegenwart ist und als solche ihre Aufgabe erfüllt Wir bilden ein Kapitel und suchen es sicher zu stellen aber wie in ganz gefährlichen Zeiten dadurch dass wir es vergraben Tyrannen des Geistes In unserer Zeit würde man jeden der so streng der Ausdruck eines moralischen Zuges wäre wie die Personen Theophrasts und Molières es sind für Krankheiten und von fixer Idee bei ihm reden Das Athen des dritten Jahrhunderts würde uns wenn wir dort einen Besuch machen dürften wie von Narren bevölkert erscheinen Jetzt herrscht die Demokratie der Begriffe in jedem Kopfe viel zusammen viele zusammen sind der Herr Ein einzelner Begriff der Herr sein wollte heißt jetzt wie gesagt fixe Idee Dies ist unsere Art die Tyrannen zu morden Wir winken nach dem Irrenhause hin Gefährlichste Auswanderung In Russland gibt es eine Auswanderung der Intelligenz Man geht über die Grenze um gute Bücher zu lesen und zu schreiben So wirkt man aber dahin das vom Geiste verlassene Vaterland immer mehr zum vorgestreckten Rachen Asiens zu machen der das kleine Europa verschlingen möchte Die Staatsnarren Die fast religiöse Liebe zum König ging bei den Griechen auf die Polis über als es mit dem Königtum zu Ende war und weil ein Begriff mehr Liebe erträgt als eine Person und namentlich dem Liebenden nicht so oft vor den Kopf stößt wie geliebte Menschen es tun denn je mehr sie sich geliebt wissen um so rücksichtsloser werden sie meistens bis sie endlich der Liebe nicht mehr würdig sind und wirklich ein Riss entsteht so war die Polis und Staatsverehrung größer als irgendje vorher die Fürstenverehrung die Griechen sind die Staatsnamen der alten Geschichte in der neueren sind es andere Völker gegen die Vernachlässigung der Augen Ob man nicht bei den gebildeten Klassen Englands welche die Times lesen alle zehn Jahre eine Abnahme der Sehkraft nachweisen könnte Große Werke und großer Glaube Jener hatte die großen Werke Sein Genosse aber hatte den großen Glauben an diese Werke sie waren unzertrennlich aber ersichtlich hing hing der Erste völlig vom zweiten ab Der Gesellige Ich bekomme mir nicht gut sagt jemand um seinen Hang zur Gesellschaft zu erklären Der Magen der Gesellschaft ist stärker als der Meine Er verträgt mich Augen schließen des Geistes Ist man geübt und gewohnt über das Handeln nachzudenken so muss man doch beim Handeln selber sei dies selbst nur Brief schreiben oder essen und trinken das innere Auge schließen Ja im Gespräch mit Durchschnittsmensch muss man es verstehen mit geschlossenem Denkerauge zu denken um nämlich das Durchschnittsdenken zu erreichen und zu begreifen Dieses Augenschließen ist ein fühlbarer mit Willen vollziehbarer Akt Die furchtbarste Rache Wenn man sich an einem Gegner durchaus rächen will so soll man so lange warten bis man die ganze Hand voll Wahrheiten und Gerechtigkeiten hat und sie gegen ihn ausspielen kann mit Gelassenheit sodass Rache Üben mit Gerechtigkeit Üben zusammenfällt Es Es ist die furchtbarste Art der Rache Denn sie hat keine Instanz über sich an die noch appelliert werden könnte So rächte sich Voltaire an Piran mit fünf Zeilen die über dessen ganzes Leben schaffen und wollen richten So viel Worte so viel Wahrheiten So rächte sich derselbe an Friedrich dem Großen in einem Briefe an ihm von Fernay aus Luxussteuer Man kauft in den Läden das Nötigste und Nächste und muss es teuer bezahlen weil man mit bezahlt was dort auch feil steht aber nur selten seine Abnehmer hat das Luxus hafte und gelüst artige so legt der Luxus dem Einfachen der seiner enträt durch eine fortwährende Steuer auf Warum die Bettler noch leben Wenn alle Almosen nur aus Mitleiden gegeben würden so wären die Bettler allesamt verhungert Warum die Bettler noch leben Die größte Almosenspenderin ist die Feigheit Wie der Denker ein Gespräch benutzt Ohne Horcher zu sein kann man viel hören wenn man versteht gut zu sehen doch sich selber für Zeiten aus den Augen zu verlieren Aber die Menschen wissen ein Gespräch nicht zu benutzen sie verwenden bei weitem zu viel Aufmerksamkeit auf das was sie sagen und entgegnen wollen während der wirkliche Hörer sich oft begnügt vorläufig zu antworten und etwas als Abschlagszahlung der Höflichkeit überhaupt zu sagen dagegen mit seinem hinterhaltigen Gedächtnisse alles davon trägt was der andere geäußert hat nebst der Art in Ton und Gebärde wie er es äußerte im gewöhnlichen Gespräche meint jeder der führende zu sein wie wenn zwei Schiffe die nebeneinander fahren und sich hier und da einen kleinen Stoß geben beiderseits im guten Glauben sind ihr Nachbarschiff Folge oder werde sogar geschleppt die Kunst sich zu entschuldigen wenn sich jemand vor uns entschuldigt so muss er es sehr gut machen sonst kommen wir uns selber leicht als die Schuldigen vor und haben eine unangenehme Empfindung unmöglicher Umgang das Schiff deiner Gedanken geht zu tief als dass du mit ihm auf den Gewässern dieser freundlichen anständigen entgegenkommenden Personen fahren könntest es sind da der Untiefen und Sandbänke zu viele du würdest dich drehen und wenden müssen und in fortwährender Verlegenheit sein und jene würden alsbald auch in Verlegenheit geraten über deine Verlegenheit deren Ursache sie nicht erraten können Fuchs der Füchse ein rechter Fuchs nennt nicht nur die Trauben sauer welche er nicht erreichen kann sondern auch die welche er erreicht und anderen vorweggenommen hat im nächsten Verkehre wenn Menschen auch noch so eng zusammen gehören es gibt innerhalb ihres gemeinsamen Horizontes doch immer vier Himmelsrichtungen und in manchen Stunden merken sie es das Schweigen des Ekels da macht jemand als Denker und Mensch eine reife schmerzhafte Umwandlung durch und legt dann öffentlich Zeugnis davon ab und die Hörer merken nichts glauben ihnen noch ganz als den Alten diese gewöhnliche Erfahrung hat manchen Schriftstellern schon Ekel gemacht sie hatten die Intellektualität der Menschen zu hoch geachtet und gelobten sich als sie ihren Irrtum wahrnahmen das Schweigen an Geschäftsernst Die Geschäfte manches Reichen und Vornehmen sind seine Art Ausruhens von allzu langen gewohnheitsmäßigem Müsiggang Er nimmt sie deshalb so ernst und passioniert wie andere Leute ihre seltenen Muße Erholungen und Liebhabereien Doppelsinn des Auges Wie das Gewässer zu deinen Füßen eine plötzlich schuppenhafte Erzitterung überläuft so gibt es auch im menschlichen Auge solche plötzliche Unsicherheiten und Zweideutigkeiten bei denen man sich fragt Ist's ein Schaudern Ist's ein Lächeln Ist's beides Positiv und negativ Dieser Denker braucht niemanden der ihn widerlegt Er genügt sich dazu selber Die Rache der leeren Netze Man nehme sich vor allen Personen in Acht welche das bittre Gefühl des Fischers haben der nach mühevollem Tagewerk am Abend mit leeren Netzen heimfährt Sein Recht nicht geltend machen Macht In 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 der Gesellschaft wäre kein Sonnenschein wenn ihn nicht die geborenen Schmeichelkatzen mit hineinbrächten ich meine die sogenannten liebenswürdigen Am 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 mildtätigsten Wenn der Mensch eben sehr geehrt worden ist und ein wenig gegessen hat so ist er am mildtätigsten Zum Lichte Die Menschen drängen sich zum Lichte nicht um besser zu sehen sondern um besser zu glänzen Vor wem man glänzt lässt man gerne als Licht gelten Die Hypochonder Der Hypochonder ist ein Mensch der gerade genug Geist und Lust am Geiste besitzt um seine Leiden seinen Verlust seine Fehler gründlich zu machen aber sein Gebiet auf dem er sich nähert ist zu klein er weidet es so ab dass er endlich die einzelnen Händchen suchen muss dabei wird er endlich zum Neider und Geiz heils und dann erst ist er unausstehlich zurück erstatten Jesuit rät an dem Nachbar der uns ausgeholfen hat mit gutem Maße und womöglich reichlicher zurückzugeben sobald wir es vermögen dabei hat natürlich der Nachbar seine Freude denn seine einstmalige Gutmütigkeit trägt ihm Zinsen ein aber auch der welcher zurückgibt hat seine Freude insofern er die kleine einstmalige Demütigung sich aushelfen lassen zu müssen durch ein kleines Übergewicht als schenkender zurückkauft Feiner als nötig Unser Beobachtungssinn dafür ob andere unsere Schwächen wahrnehmen ist viel feiner als unser Beobachtungssinn für die Schwächen anderer woraus sich also ergibt dass er feiner ist als nötig wäre eine lichte Art von Schatten dicht neben den ganz nächtigen Menschen befindet sich fast regelmäßig wie an sie angebunden eine Lichtseele sie ist gleichsam der negative Schatten den jene werfen sich nicht rächen es gibt so viele feine Arten der Rache dass einer der Anlass hätte sich zu rächen im Grunde tun oder lassen kann was er will alle Welt wird doch noch einiger Zeit übereingekommen sein dass er sich gerecht habe sich nicht zu rächen steht also kaum im Belieben eines Menschen dass er es nicht wolle darf er nicht einmal aussprechen weil die Verachtung der Rache als eine sublime sehr empfindliche Rache gedeutet und empfunden wird woraus sich ergibt dass man nichts überflüssiges tun soll Irrtum der Ehrenden jeder glaubt einem Denker etwas Ehrendes und Angenehmes zu sagen wenn er ihm zeigt wie er von selber genau auf denselben Gedanken und selbst auf den gleichen Ausdruck geraten sei und doch wird bei solchen Mitteilungen der Denker nur selten ergötzen aber häufig gegen seinen Gedanken und dessen Ausdruck misstrauisch er beschließt im Stillen beide einmal zu revidieren man muss wenn man jemanden ehren will sich vor dem Ausdruck der Übereinstimmung hüten sie stellt auf ein gleiches Niveau in vielen Fällen ist die Sache der gesellschaftlichen Schichtlichkeit eine Meinung so anzuhören als sei sie nicht die unsrige ja als ginge sie über unseren Horizont hinaus zum Beispiel wenn der alte alterfahrene einmal ausnahmsweise den Schrein seiner Erkenntnis schließt aufschließt brief der brief ist ein unangemeldeter besuch der briefbote der vermittler unaufhörlicher überfälle man sollte alle acht tage eine stunde zum brief empfangen haben und danach ein bad nehmen der voreingenommene jemand sagte ich bin gegen mich voreingenommen von kindesbeinen an deshalb finde ich in jedem tadel etwas wahrheit und in jedem lobe etwas dummheit das lob wird von mir gewöhnlich zu gering und der tadel zu hoch geschätzt weg zur gleichheit einige stunden bergsteigens machen aus einem schuft und einem heiligen zwei ziemlich gleiche geschöpfe die ermüdung ist der kürzeste weg zur gleichheit und brüderlichkeit und die freiheit wird endlich durch den schlaf hinzugegeben verleumdung kommt man einer eigentlich infamen verdächtigung auf die spur so suche man ihren ursprung nie bei seinen ehrlichen und einfachen feinden denn diese würden wenn sie so etwas über uns erfänden als feinde keinen glauben finden aber jenen denen wir eine zeitlang am meisten genützt haben welche aber aus irgendeinem grunde im geheimen sicher darüber sein dürfen nichts mehr von uns erlangen solche sind im stande die infamie ins rollen zu bringen sie finden glauben einmal wenn man annimmt dass sie nichts erfinden würden was ihnen selber schaden bringen könnte so dann weil sie uns näher kennengelernt haben zum troste mag sich der so schlimm verleumdete sagen verleumdungen sind krankheiten anderer die an deinem leibe ausbrechen sie beweisen dass die gesellschaft ein moralischer körper ist sodass du an dir die kur vornehmen kannst die den anderen nützen soll das kinder himmelreich das glück des kindes ist ebenso sehr ein mythos wie das glück der hyperborea von dem die griechen erzählten wenn das glück überhaupt auf erden wohnt meinten diese denn gewiss möglichst weit von uns etwa dort am rande der erde ebenso denken die älteren menschen wenn der mensch überhaupt glücklich sein kann dann gewiss möglichst fern von unserem alter an den grenzen und anfängen des lebens für manchen menschen ist der anblick der kinder durch den schleier dieses mythos hindurch das größte geschenk dessen er teilhaftig werden kann er geht selber bis in den vorhof des himmelreichs wenn er sagt lasse die kindlein zu mir kommen denn ihrer ist das himmelreich der mythos von kinder himmelreich ist überall irgendwie tätig wo es in der modernen welt etwas von sentimentalität gibt die ungeduldigen gerade der werdende will das werdende nicht er ist zu ungeduldig dafür der jüngling will nicht warten bis nach langen studien leiden und entbehrungen sein gemälde von menschen und dingen voll werde so nimmt er ein anderes das fertig dasteht und ihm angeboten wird auf treu und glauben an als müsse es ihm die linien und farben seines gemäldes vorweg geben er warf sich einem philosophen einem dichter ans herz und muss nun eine lange zeit frohen dienste tun und sich selber verleugnen vieles lernt er dabei aber häufig vergisst ein jüngling das lernens und erkenntnis werteste darüber sich selber er bleibt zeitlebens ein parteigänger ach es ist viel lange weile zu überwinden viel schweiß nötig bis man seine Farben seinen Pinsel seine Leinwand gefunden hat und dann ist man noch lange nicht Meister seiner Lebenskunst aber wenigstens Herr in der eigenen Werkstatt es gibt keine Erzieher nur von Selbsterziehung sollte man als Denker reden die Jugenderziehung durch andere ist entweder ein Experiment an einem noch Unerkannten Unerkennbaren vollzogen oder eine gründliche Nivellierung um das neue Wesen welches es auch sei den Gewohnheiten und Sitten welche herrschen gemäß zu machen in beiden Fällen also etwas das des Denkers unwürdig ist das Werk der Eltern und Lehrer welche einer der verwegenen ehrlichen Nus Enemis Naturels genannt hat Eines Tages wenn man längst nach der Meinung der Welt erzogen ist entdeckt man sich selber da beginnt die Aufgabe des Denkers jetzt ist es Zeit ihn zu Hilfe zu rufen nicht als einen Erzieher sondern als einen Selbsterzogenen der Erfahrung hat Mitleid mit der Jugend Es jammert uns wenn wir hören dass einem Jünglinge schon die Zähne ausbrechen einem anderen die Augen erblinden Wüssten wir alles unwiderrufliche und hoffnungslose das in seinem ganzen Wesen steckt wie groß würde erst der Jammer sein Weshalb leiden wir hierbei eigentlich weil die Jugend fortführen will was wir unternommen haben und jeder Ab und Anbruch ihrer Kraft unserem Werke das in ihre Hände fällt zum Schaden gereichen will Es ist der Jammer über die schlechteste Garantie unserer Unsterblichkeit oder wenn wir uns nur als Vollstrecker der Menschheitsmission fühlen der Jammer darüber dass diese Mission in schwächere Hände als Lebensalter Die Vergleichung der vier Jahreszeiten mit den vier Lebensaltern ist eine ehrwürdige Albernheit Weder die ersten zwanzig noch die letzten zwanzig Jahre des Lebens entsprechen einer Jahreszeit Vorausgesetzt dass man sich bei der Vergleichung nicht mit dem Weiß des Haares und Schnees und mit ähnlichen Farben spielen begnügt Jene ersten zwanzig Jahre sind eine Vorbereitung auf das Leben überhaupt auf das ganze Lebensjahr als eine Art langen Neujahrstages die letzten zwanzig überschauen verinnerlichen bringen in Fug und Zusammenklang was nur alles vorher erlebt wurde so wie man es in kleinem Maße an jedem Silvestertage mit dem ganzen zerflossenen Jahre tut zwischen inne liegt aber in der Tat ein Zeitraum welcher die Vergleichung mit den Jahreszeiten nahe legt der Zeitraum vom zwanzigsten bis zum fünfzigsten Jahre um hier einmal in Bausch und Bogen nach Jahrzehnten zu reden während es sich von selber versteht dass jeder nach seiner Erfahrung diese groben Ansätze für sich verfeinern muss jene dreimal zehn Jahre entsprechen drei Jahreszeiten dem Sommer dem Frühling und dem Herbst einen Winter hat das menschliche Leben nicht es sei denn dass man die leider nicht seltenen eingeflochtenen harten kalten einsamen hoffnungsarmen unfruchtbaren Krankheitszeiten die Winterzeiten der Menschen nennen will die zwanziger Jahre heiß lästig gewitterhaft üppig treibend müde machend Jahre in denen man den Tag am Abend wenn er zu Ende ist preist und sich dabei die Stirn abwischt Jahre in denen die Arbeit uns hart aber notwendig düngt diese zwanziger Jahre sind der Sommer des Lebens die dreißiger dagegen sind sein Frühling die Luft bald zu warm bald zu kalt immer unruhig und anreizend quellender Saft Blätterfülle Blütenduft überall viele bezaubernde Morgen und Nächte die Arbeit zu der der Vogelgesang uns weckt eine rechte Herzensarbeit eine Art Genuss der eigenen Rüstigkeit verstärkt durch vorgenießende Hoffnungen endlich die 40er Jahre geheimnisvoll wie alles stillstehende einer hohen weiten Bergebene gleichend an der ein frischer Wind hinläuft mit einem klaren wolkenlosen Himmel darüber welcher den Tag über und in die Nächte hinein immer mit der gleichen Sanftmut blickt die Zeit der Ernte und der herzlichsten Heiterkeit es ist der Herbst des Lebens der Geist der Frauen in der jetzigen Gesellschaft wie die Frauen jetzt über den Geist der Männer denken errät man daraus dass sie bei ihrer Kunst des Schmückens an alles eher denken als den Geist ihrer Züge oder die geistreichen Einzelheiten ihres Gesichts noch besonders zu unterstreichen sie verbergen derartiges vielmehr und wissen sich dagegen zum Beispiel durch eine Anordnung des Haars über der Stirn den Ausdruck einer lebendig begehenden Sinnlichkeit und Ungeistigkeit zu geben gerade wenn sie diese Eigenschaften nur wenig besitzen ihre Überzeugung dass der Geist bei Weibern die Männer erschrecke geht so weit dass sie selbst die Schärfe des geistigen Sinnes gern verleugnen und den Ruf der Kurzsichtigkeit absichtlich auf sich laden dadurch glauben sie wohl die Männer zutraulicher zu machen es ist als ob sich eine einladende sanfte Dämmerung um sie verbreite groß und vergänglich was den Betrachtenden zu Tränen rührt das ist der schwärmerische Glückesblick mit dem eine schöne junge Frau ihren Gatten ansieht man empfindet alle Herbst Wehmut dabei über die Größe sowohl als über die Vergänglichkeit des menschlichen Glückes Opfersinn Manche Frau hat den Inteletto del Sacrificio und wird ihres Lebens nicht mehr froh wenn der Gatte sie nicht opfern will sie weiß dann mit ihrem Verstande nicht mehr wohin und wird unversehens aus dem Opfertier der Opferpriester selber das Unweibliche dumm wie ein Mann sagen die Frauen feige wie ein Weib sagen die Männer die Dummheit ist am Weibe das Unweibliche Männliches und weibliches Temperament und die Sterblichkeit Dass das männliche Geschlecht ein schlechteres Temperament hat als das weibliche ergibt sich daraus dass die männlichen Kinder der Sterblichkeit mehr ausgesetzt sind als die weiblichen offenbar weil sie leichter aus der Haut fahren ihre Wildheit und Unverträglichkeit verschlimmert alle Übel leicht bis ans Tödliche die Zeit der Zyklopen Bauten die Demokratisierung Europas ist unaufhaltsam wer sich dagegen stemmt gebraucht doch eben die Mittel dazu welche erst der demokratische Gedanke jedermann in die Hand gab und macht diese Mittel selber handlicher und wirksamer und die grundsätzlichsten Gegner der Demokratie ich meine die Umsturzgeister scheinen nur deshalb da zu sein um durch die Angst welche sie erregen die verschiedenen Parteien immer schneller auf der demokratischen Bahn vorwärts zu treiben nun kann es einem angesichts derer welche jetzt bewusst und ehrlich für diese Zukunft arbeiten in der Tat bange werden es liegt etwas ödes und einförmiges in ihren Gesichtern und der graue Staub scheint auch bis in ihre Gehirne hineingeweht zu sein trotzdem es ist möglich dass die Nachwelt über dieses unser bangen einmal lacht und an die demokratische Arbeit einer Reihe von Geschlechtern etwa so denkt wie wir an den Bau von Steindämmen und Schutzmauern als an eine Tätigkeit die notwendig viel Staub auf Kleider und Gesicht breitet und unvermeidlich wohl auch die Arbeiter ein wenig blödsinnig macht aber wer würde deswegen solches tun ungetan wünschen es scheint dass die Demokratisierung Europas ein Glied in der Kette jener ungeheuren prophylaktischen Maßregeln ist welche der Gedanke der neueren Zeit sind und mit denen wir uns gegen das Mittelalter abheben jetzt erst ist das Zeitalter der Zyklopen Bauten endliche Sicherheit der Fundamente damit alle Zukunft auf ihnen ohne Gefahr bauen kann Unmöglichkeit führt dahin dass die Fruchtfelder der Kultur wieder über Nacht von wilden und sinnlosen Bergwassern zerstört werden Steindämme und Schutzmauern gegen Barbaren gegen Seuchen gegen leibliche und geistige Verknechtung und dies alles zunächst wörtlich und gröblich aber allmählich immer höher und geistiger verstanden so dass alle hier angedeuteten Maßregeln die geistreiche Gesamtvorbereitung des höheren Künstlers der Gartenkunst zu sein scheinen der sich dann erst zu seiner eigentlichen Aufgabe wenden kann wenn jene vollkommen ausgeführt ist freilich bei den weiten Zeitstrecken welche hier zwischen Mittel und Zweck liegen bei der großen übergroßen Kraft und Geist von Jahrhunderten anspannenden Mühsal die schon oft Not tut um nur jedes einzelne Mittel zu schaffen oder herbeizuschaffen darf man es den Arbeitern an der Gegenwart nicht zu hart anrechnen wenn sie laut dekretieren die Mauer und das Spalier sei schon der Zweck und das letzte Ziel da ja noch niemand den Gärtner und die Fruchtpflanzen sieht um deret Willen das Spalier da ist Das Recht des allgemeinen Stimmenrechts Das Volk hat sich das allgemeine Stimmenrecht nicht gegeben es hat dasselbe überall wo es jetzt in Geltung ist empfangen und vorläufig aufgenommen jedenfalls hat es aber das Recht es wieder zurück zu geben wenn es seinen Hoffnungen nicht genug tut dies scheint jetzt aller Orten der Fall zu sein denn wenn bei irgendeiner Gelegenheit wo es gebraucht wird kaum zwei Drittel ja vielleicht nicht einmal die Majorität aller Stimmenberechtigten an die Stimmurne kommt so ist dies ein Votum gegen das ganze Stimmsystem überhaupt man muss hier sogar noch viel strenger urteilen ein Gesetz welches bestimmt dass die Majorität über das Wohl aller die letzte Entscheidung habe kann nicht auf derselben Grundlage welche durch daselbe erst gegeben wird aufgebaut werden es bedarf notwendig einer noch breiteren und dies ist die Einstimmigkeit aller das allgemeine Stimmrecht darf nicht nur der Ausdruck eines Majoritäten Willens sein das ganze Land muss es wollen deshalb genügt schon der Widerspruch einer sehr kleinen Minorität dasselbe als untunlich wieder beiseite zu stellen und die Nichtbeteiligung an einer Abstimmung ist eben ein solcher Widerspruch der das ganze Stimmensystem zum Falle bringt das absolute Veto des Einzelnen oder um nicht ins Kleinliche zu verfallen das Veto weniger Tausende hängt über diesem System als die Konsequenz der Gerechtigkeit Bei jedem Gebrauche den man von ihm macht muss es laut der Art von Beteiligung erst beweisen dass es noch zu Recht besteht Das schlechte Schließen Wie schlecht schließt man auf Gebieten wo man nicht zu Hause ist selbst wenn man als Mann der Wissenschaft noch so sehr an das gute Schließen gewöhnt ist Es ist beschämend Und nun ist klar dass im großen Welttreiben in Sachen der Politik bei allem Plötzlichen und Drängenden wie es fast jeden Tag heraufführt eben dieses schlechte Schließen entscheidet Denn niemand ist völlig in dem Zuhause was über Nacht neu gewachsen ist Alles politisieren auch bei den größten Staatsmännern ist Improvisieren auf gut Glück Prämissen des Maschinen Zeitalters Die Presse die Maschine die Eisenbahn der Telegraph sind Prämissen deren tausendjährige Konklusion noch niemand zu ziehen gewagt hat Ein Hemmschuh der Kultur Wenn wir hören dort haben die Männer nicht Zeit zu den produktiven Geschäften Waffen Übungen und Umzüge nehmen ihnen den Tag weg und die übrige Bevölkerung muss sie ernähren und kleiden ihre Tracht aber ist auffallend oftmals bunt und voll Narreheiten Dort sind nur wenige unterschiedene Eigenschaften anerkannt Die Einzelnen gleichen einander mehr als anderwärts oder werden doch als gleiche behandelt Dort verlangt und gibt man gehorsam ohne Verständnis Man befiehlt aber man hütet sich zu überzeugen Dort sind die Strafen wenige diese wenigen aber sind hart und gehen schnell zum letzten fürchterlichsten Dort gilt der Verrat als das größte Verbrechen Schon die Kritik der Übelstände wird nur von den Mutigsten gewagt Dort ist ein Menschenleben wohlfeil und der Ehrgeiz nimmt häufig die Form an dass er das Leben in Gefahr bringt Wer dies alles hört wird sofort sagen Es ist das Bild einer barbarischen in Gefahr schwebenden Gesellschaft Vielleicht dass der eine hinzufügt Es ist die Schilderung Spartas Ein anderer aber wird nachdenklich werden und vermeinen Es sei unser modernes Militärwesen beschrieben wie es inmitten unserer andersartigen Kultur und Sozietät dasteht als ein lebendiger Anachronismus als das Bild wie gesagt einer barbarischen in Gefahr schwebenden Gesellschaft als den Wert eines Hemmschuhs haben kann Mitunter tut aber auch ein Hemmschuh der Kultur auf das höchste Not wenn es nämlich zu schnell bergab oder wie in diesem Falle vielleicht bergauf geht Mehr Achtung vor den Wissenden Bei der Konkurrenz der Arbeit und der Verkäufer ist das Publikum zum Richter über das Handwerk gemacht Das hat aber keine strenge Sachkenntnis und Urteil nach dem Scheine der Güte Folglich wird die Kunst des Scheines und vielleicht der Geschmack unter der Herrschaft der Konkurrenz steigen dagegen die Qualität aller Erzeugnisse sich verschlechtern müssen Folglich wird wofer nur die Vernunft nicht im Werte fällt irgendwann jener Konkurrenz ein Ende gemacht werden und ein neues Prinzip den Sieg über sie davontragen Nur der Handwerksmeister sollte über das Handwerk urteilen und das Publikum abhängig sein vom Glauben an die Person des Urteilenden und an seine Ehrlichkeit Demnach keine anonyme Arbeit Mindestens müsste ein Sachkenner als Bürger derselben da sein und seinen Namen als Pfand einsetzen wenn der Name des Urhebers fehlt oder klanglos ist Die Wohlfeilheit eines Werkes ist für den Laien eine andere Art Schein und Trug ja erst die Dauerhaftigkeit entscheidet das und inwiefern eine Sache wohlfeil ist jene aber ist schwer und von den Laien gar nicht zu beurteilen also was Effekt auf das Auge macht und wenig kostet das bekommt jetzt das Übergewicht und das wird natürlich die Maschinen Arbeit sein ihn wiederum begünstigt die Maschine das heißt die Ursache der größten Schnelligkeit und Leichtigkeit der Herstellung auch ihrerseits die verkäuflichste Sorte sonst ist kein erwerblicher Gewinn mit ihr zu machen sie würde zu wenig gebraucht und zu oft stille stehen was aber am verkäuflichsten ist darüber entscheidet das Publikum wie gesagt es muss das täuschendste sein das heißt das was einmal gut scheint und so dann auch wohlfeil scheint also auch auf dem Gebiete der Arbeit muss unser Losungswort sein mehr Achtung vor den Wissenden die Gefahr der Könige die Demokratie hat es in der Hand ohne alle Gewaltmittel nur durch einen stetig geübten gesetzmäßigen Druck das König und Kaisertum hohl zu machen bis eine Null übrig bleibt vielleicht wenn man will mit der Bedeutung jeder Null dass sie an sich nichts doch an die rechte Seite gestellt die Wirkung einer Zahl verzehnfacht das Kaiser und Königtum bliebe ein prachtvoller Zierrat an der schlichten und zweckmäßigen Gewandung der Demokratie das schöne Überflüssige welches sie sich gönnt der Rest alles historisch ehrwürdigen Urväter Zierrates ja das Symbol der Historie selber und in dieser Einzigkeit etwas höchst Wirksames wenn es wie gesagt nicht für sich allein steht sondern richtig gestellt wird Um der Gefahr jener Aushöhlung vorzubeugen halten die Könige jetzt mit den Zähnen an ihrer Würde als Kriegsfürsten fest dazu brauchen sie Kriege das heißt Ausnahmezustände in denen jener langsame gesetzmäßige Druck der demokratischen Gewalt pausiert Ein Lehrer ein notwendiges Übel So wenig wie möglich Personen zwischen den produktiven Geistern und den hungernden und empfindenden Geistern Denn die Mittlerwesen fälschen fast unwillkürlich die Nahrung die sie vermitteln So dann wollen sie zur Belohnung für ihr vermitteln zu viel für sich was also den originalen produktiven Geistern entzogen wird nämlich Interesse Bewunderung Zeit Geld und anderes Also man sehe immerhin den Lehrer als ein notwendiges Übel an ganz wie den Handelsmann als ein Übel das man so klein wie möglich machen muss Wenn vielleicht die Not der deutschen Zustände jetzt ihren Hauptgrund darin hat dass viel zu viele vom Handel leben und gut leben wollen also dem Erzeugenden die Preise möglichst zu verringern und den Verzehrenden die Preise möglichst zu erhöhen suchen um am möglichst großen Schaden beider den Vorteil zu haben so kann man gewiss einen Hauptgrund der geistigen Notstände in der Überfülle von Lehrern sehen Ihretwegen wird so wenig und so schlecht gelernt Die Achtungssteuer Den uns Bekannten von uns Geehrten sei es ein Arzt Künstler Handwerker der etwas für uns tut und arbeitet bezahlen wir doch gern so hoch als wir können oft sogar über unser Vermögen Dagegen bezahlt man den Unbekannten so niedrig es nur angehen will Hier ist ein Kampf in welchem jeder um den Fuß breit Landes kämpft und mit sich kämpfen macht Bei der Arbeit des Bekannten für uns ist etwas Unbezahlbares die in seine Arbeit unsatwegen hineingelegte Empfindung und Erfindung Wir glauben das Gefühl hiervon nicht anders als durch eine Art Aufopferung unsererseits ausdrücken zu können Die stärkste Steuer ist die Achtungssteuer Je mehr die Konkurrenz herrscht und man von Unbekannten kauft für Unbekannte arbeitet desto niedriger wird diese Steuer wenn sie gerade der Maßstab für die Höhe des menschlichen Seelenverkehrs ist Das Mittel zum wirklichen Frieden Keine Regierung gibt jetzt zu dass sie das Heer unterhalte um gelegentliche Eroberungsgelöste zu befriedigen sondern der Verteidigung soll es dienen Jene Moral welche die Notwehr billigt wird als ihre Fürsprecherin angerufen Das heißt aber sich die Moralität und dem Nachbar die Immoralität vorbehalten weil er angriffs- und eroberungslustig gedacht werden muss wenn unser Staat notwendig an die Mittel der Notwehr denken soll Überdies erklärt man ihn der genau ebenso wie unser Staat die Angriffslust leugnet und auch seinerseits das Heer vorgeblich nur aus Notwehrgründen unterhält durch unsere Erklärung weshalb wir ein Heer brauchen für einen Heuchler und listigen Verbrecher welcher gar zu gern ein harmloses und ungeschicktes Opfer ohne allen Kampf überfallen möchte so stehen nun alle Staaten jetzt gegeneinander sie setzen die schlechte Gesinnung des Nachbarn und die gute Gesinnung bei sich voraus diese Voraussetzung ist aber eine Inhumanität so schlimm und schlimmer als der Krieg ja im Grunde ist sie schon die Aufforderung und Ursache zu kriegen weil sie wie gesagt dem Nachbar die Immoralität unterschiebt und dadurch die feindselige Gesinnung und Tat zu provozieren scheint der Lehre von dem Heer als Mittel der Notwehr muss man ebenso gründlich abschwören als den Eroberungsgelüsten und es kommt vielleicht ein großer Tag an welchem ein Volk durch Kriege und Siege durch die höchste Ausbildung der militärischen Ordnung und Intelligenz ausgezeichnet und gewöhnt diesen Dingen die schwersten Opfer zu bringen freiwillig ausruft wir zerbrechen das Schwert und sein gesamtes Heereswesen bis in seine letzten Fundamente zertrümmert sich wehrlos machen während man der wehrhafteste war aus einer Höhe der Empfindung heraus das ist das Mittel zum wirklichen Frieden welcher immer auf einem Frieden der Gesinnung ruhen muss während der sogenannte bewaffnete Friede wie er jetzt in allen Ländern einher geht der Unfriede der Gesinnung ist der sich und dem Nachbarn nicht traut und halb aus Hass halb aus Furcht die Waffen nicht ablegt lieber zugrunde gehen als hassen und fürchten und zweimal lieber zugrunde gehen als sich hassen und fürchten machen dies muss einmal auch die oberste Maxime jeder einzelnen staatlichen Gesellschaft werden Unseren liberalen Volksvertretern fehlt es wie bekannt an Zeit zum Nachdenken über die Natur des Menschen sonst würden sie wissen dass sie umsonst arbeiten wenn sie für eine allmähliche Herabmilderung der Militärlast arbeiten vielmehr erst wenn diese Art Not am größten ist wird auch die Art Gott am nächsten sein die hier allein helfen kann der Kriegs Glorienbaum kann nur mit einem Male durch einen Blitzschlag zerstört werden der Blitz aber kommt ihr wisst es ja aus der Höhe ob der Besitz mit der Gerechtigkeit Gerechtigkeit ausgeglichen werden kann wird die Ungerechtigkeit des Besitzes stark empfunden der Zeige der großen Uhr ist einmal wieder an dieser Stelle so nennt man zwei Mittel derselben abzuhelfen einmal eine gleiche Verteilung und so dann die Aufhebung des Eigentums und den Zurückfall des Besitzes an die Gemeinschaft letzteres Mittel ist namentlich nach dem Herzen unserer Sozialisten welche jenem altertümlichen Juden darüber gram sind dass er sagte du sollst nicht stehlen nach ihnen soll das siebente Gebot vielmehr lauten du sollst nicht besitzen die die versuche nach dem ersten rezepte sind im altertum oft gemacht worden zwar immer nur im kleinen maßstabe aber doch mit einem misserfolge der auch uns noch leerer sein kann gleiche ackerlose ist leicht gesagt aber wie viel bitterkeit erzeugt sich durch die dabei nötig werdende trennung und scheidung durch den verlust von altverehrtem besitz wie viel pietät wird verletzt und geopfert man gräbt die moralität um wenn man die grenzsteine umgräbt und wieder wie viel neue bitterkeit unter den neuen besitzern wie viel eifersucht und schäl sehen da es zwei wirklich gleiche ackerlose nie gegeben hat und wenn es solche gäbe der menschliche neid auf den nachbar nicht an deren gleichheit glauben würde und wie lange dauert diese schon in der wurzel vergiftete und ungesunde gleichheit in wenigen geschlechtern war durch erbschaft hier das eine lose auf fünf köpfe dort waren fünf lose auf einen kopf gekommen und im falle man durch harte erbschafts gesetze solchen maßständen vorbeugte gab es zwar noch die gleichen ackerlose aber dazwischen dürftige und unzufriedene welche nichts besaßen außer der missgunst auf die anverwandten und nachbarn und dem verlangen nach dem umsturz aller dinge will man aber nach dem zweiten rezepte aufgehoben und masken und masken jenen sein platus utopistische grundmelodie die jetzt noch von den sozialisten fortgesungen wird beruht auf einer mangelhaften kenntnis des menschen ihm fehlte die historie der moralischen empfindungen die einsicht in den ursprung der guten nützlichen eigenschaften der menschlichen seele er glaubte wie das ganze altertum an gut und böse wie an weiß und schwarz also eine radikale verschiedenheit der guten und bösen menschen der guten und schlechten eigenschaften damit der besitz förderhin mehr vertrauen einflöße und moralischer werde halte man alle arbeitswege zum kleinen vermögen offen aber verhindere die mühelose die plötzliche Bereicherung man ziehe alle zweige des transports und handels welche der aufhängung großer vermögen günstig sind so namentlich den geldhandel aus den händen der privaten und privat gesellschaften und betrachte ebenso die zu viel wie die nichts besitzer als gemeingefährliche wesen der wert der arbeit wollte man den wert der arbeit danach bestimmen wie viel zeit fleiß guter und schlechter wille zwang erfindsamkeit oder faulheit ehrlichkeit oder schein darauf verwendet ist so kann der wert niemals gerecht sein denn die ganze person müsste auf die waagschale gesetzt werden können was unmöglich ist hier heißt es richtet nicht aber aber der ruf nach gerechtigkeit ist es ja den wir jetzt von denen hören welche mit der abschätzung der arbeit unzufrieden sind denkt man weiter so findet man jede persönlichkeit unverantwortlich für ihr produkt die arbeit ein verdienst ist also niemals daraus abzuleiten jede arbeit ist so gut oder schlecht wie sie bei der und der notwendigen konstellation von kräften und schwächen kenntnissen und begehungen sein muss es steht nicht im belieben des arbeiters ob er arbeitet auch nicht wie er arbeitet nur die gesichtspunkte des nutzens engere und weitere haben wertschätzung der arbeit geschaffen das was wir jetzt gerechtigkeit nennen ist auf diesem felde sehr wohl am platz als eine höchst verfeinerte nützlichkeit welche nicht auf den moment nur rücksicht nimmt und die gelegenheit ausbeutet sondern auf dauerhaftigkeit aller zustände sind und deshalb auch das wohl des arbeiters seine leibliche und seelische zufriedenheit ins auge fasst damit er und seine nachkommen auch gut für unsere nachkommen arbeiteten und noch auf längere zeiträume als das menschliche einzelneben ist hinaus zuverlässig werden die ausbeutung des arbeiters war wie man jetzt begreift eine dummheit ein raubbau auf kosten der zukunft eine gefährdung der gesellschaft jetzt hat man fast schon den krieg und jedenfalls werden die kosten um den frieden zu erhalten um verträge zu schließen und vertrauen zu erlangen nunmehr sehr groß seien weil die torheit der ausbeutenden sehr groß und lang andauernd war vom studium des gesellschaft gesellschaftskörpers das übelste für den welcher jetzt in europa namentlich in deutschland ökonomik und politik studieren will liegt darin dass die tatsächlichen zustände anstatt die regeln zu exemplifizieren die ausnahme oder die übergangs und ausgangsstadien exemplifizieren man muss deshalb über das tatsächlich bestehende erst hinweg sehen lernen und zum Beispiel den Blick fernhin auf nordamerika richten wo man die anfänglichen und normalen bewegungen des gesellschaftlichen körpers noch mit den augen sehen und aufsuchen kann wenn man nur will während in deutschland dazu schwierige historische studien oder wie gesagt ein fernglas nötig sind in wie fern die maschine demütigt die maschine ist unpersönlich sie entzieht dem stück arbeit seinen stolz sein individuell gutes und fehlerhaftes was an jeder nicht maschinen arbeit klebt also sein bisschen humanität früher war alles kaufen von handwerkern ein auszeichnen von personen mit deren abzeichen man sich umgab der hausrat und die kleidung wurde dergestalt zur symbolik gegenseitiger wertschätzung und persönlicher zusammengehörigkeit während wir jetzt nur inmitten anonymen und unpersönlichen sklaventums zu leben scheinen man muss die erleichterung der arbeit nicht zu teuer kaufen hundertjährige quarantäne die demokratischen einrichtungen sind quarantäne anstalten gegen die alte pest tyrannenhafter gelüste als solche sehr nützlich und sehr langweilig der gefährlichste anhänger der gefährlichste anhänger ist der dessen abfall die ganze partei vernichten würde also der beste anhänger das schicksal und der magen ein butterbrot mehr oder weniger im leibe des joggis entscheidet gelegentlich über wettrennen und wetten also über glück und unglück von tausenden solange das schicksal der völker noch von den diplomaten abhängt werden die mägen der diplomaten immer der gegenstand patriotischer beklemmungen sein kosketandem sieg der demokratie es versuchen jetzt alle politischen mächte die angst vor dem sozialismus auszubeuten um sich zu stärken aber auf die dauer hat doch allein die demokratie den vorteil davon denn alle parteien sind jetzt genötigt dem volke zu schmeicheln und ihm erleichterungen und freiheiten aller art zu geben wodurch es endlich omnipotent wird das volk ist vom sozialismus als eine lehre von der veränderung des eigentum erwerbes am entferntesten und wenn es erst einmal die steuerschraube in den händen hat durch die großen majoritäten seiner parlamente dann wird es mit der progressivsteuer dem kapitalisten kaufmanns und börsenfürstentum an den leib gehen und in der tat langsam einen mittelstand schaffen der den sozialismus wie eine überstandene krankheit vergessen darf das praktische ergebnis dieser um sich greifenden demokratisierung wird zunächst ein europäischer völkerbund sein in welchem jedes einzelne volk nach geografischen zweckmäßigkeiten abgegrenzt die stellung eines kantons und dessen sonderrechte innehat mit den historischen erinnerungen der bisherigen völker wird dabei wenig noch gerechnet werden weil der pietätvolle sinn für dieselben unter der neuerungssüchtigen und versuchslüsternen herrschaft des demokratischen prinzips allmählich von grund aus entwurzelt wird die korrekturen der grenzen welche dabei sich nötig zeigen werden so ausgeführt dass sie dem nutzen der großen kantone und zugleich dem des gesamtverbandes dienen nicht aber dem gedächtnisse irgendwelcher vergrauten vergangenheit die gesichtspunkte für diese korrekturen zu finden wird die aufgabe der zukünftigen diplomaten sein die zugleich kulturforscher landwirte verkehrskenne sein müssen und keine heere sondern gründe und nützlichkeit hinter sich haben dann erst ist die äußere politik mit der inneren unzertrennbar verknüpft während jetzt immer noch die letztere ihrer stolzen gebieterin nachläuft und dem erbärmlichen körbchen die stoppelehren sammelt die bei der ernte der ersten übrig blieben ziel und mittel der demokratie die demokratie will möglichst vielen unabhängigkeit schaffen und verbürgen unabhängigkeit der meinungen der lebensart und des erwerbs dazu hat sie nötig sowohl den besitzlosen als den eigentlich reichen das politische stimmrecht abzusprechen als den zwei unerlaubten Menschenklassen an deren beseitigung sie stetig arbeiten muss weil diese ihre aufgabe immer wieder infrage stellen ebenso muss sie alles verhindern was auf die organisation von parteien abzuzielen scheint denn die drei großen feinde der unabhängigkeit in jenem dreifachen sinne sind die haben nicht die reichen und die parteien ich rede von der demokratie als von etwas kommendem das was jetzt so heißt unterscheidet sich von den älteren regierungsformen allein dadurch dass es mit neuen pferden fährt die straßen sind noch die alten und die räder sind auch noch die alten ist die gefahr bei diesen fuhrwerken des völkerwohls wirklich geringer geworden die besonnen hat und der erfolg jene große eigenschaft der besonnen heit welche im grunde die tugend der tugenden ihre urgroß mutter und königin ist hat im gewöhnlichen leben keineswegs immer den erfolg auf ihrer seite und der freier würde sich getäuscht finden der nur des erfolgs wegen sich um jene tugend beworben hätte sie gilt nämlich unter den praktischen leuten für verdächtig und wird mit der hinterhaltigkeit und heuchlerischen schlauheit verwechselt wem dagegen ersichtlich die besonnenheit abgeht der man der rasch zugreift oder auch einmal daneben greift hat das Vorurteil für sich ein biederer zuverlässiger Geselle zu sein die praktischen leute mögen also den besonnenen nicht er ist für sie wie sie meinen eine gefahr andererseits nimmt man den besonnenen leicht als ängstlich befangen pedantisch die unpraktischen und genießenden leute gerade finden ihn unbequem weil er nicht leicht hin lebt wie sie ohne an das handeln und die pflichten zu denken er erscheint unter ihnen wie ihr leibhaftes Gewissen und der helle tag wird bei seinem anblick ihrem auge bleich wenn ihm also der erfolg und die beliebtheit fehlen so mag er sich immer zum troste sagen so hoch sind eben die steuern welche du für den besitz des köstlichsten gutes unter menschen zahlen musst er ist es wert geht in arkadia ego ich sah hinunter über hügelwellen gegen einen milchgrünen see hin durch tannen und altersernste fichten hindurch felsbrocken aller art um mich der bodenbunt von blumen und gräsern eine herde bewegte streckte und dehnte sich vor mir einzelne kühe und gruppenferne im schärfsten abendlichte neben dem nadelgehölz andere näher dunkler alles in ruhe und abendsättigung die uhr zeigte gegen halb sechs der stier der herde war in den weißen säumenden bach getreten und ging langsam widerstrebend und nachgebend seinem stürzenden laufe nach so hatte er wohl seine art von grimmigem behagen zwei dunkelbraune geschöpfe berger maskerherkunft waren die hirten das mädchen fast als knabe gekleidet links felsenhänge und schneefelder über den breiten waldgürteln rechts zwei ungeheure beeiste zacken hoch über mir im schleier des sonnenduftes schwimmend alles groß still und hell die gesamte schönheit wirkte zum schaudern und zur stummen anbetung des augenblicks ihrer offenbarung unwillkürlich wie als ob es nichts natürlicheres gäbe stellte man sich in diese reine scharfe lichtwelt die gar nichts sehnendes erwartendes vor und zurückblickendes hatte griechische heroen hinein man musste wie possant und seinen schüler empfinden heroisch zugleich und idyllisch und so haben einzelne menschen auch gelebt so sich dauernd in der welt und die welt in sich gefühlt und unter ihnen einer der größten menschen der erfinder aller heroisch idyllischen art zu philosophieren epikur rechnen und messen viele dinge sehen miteinander erwägen gegeneinander abrechnen und aus ihnen einen schnellen schluss eine ziemlich sichere summe bilden das macht den großen politiker feldherrn kaufmann also die geschwindigkeit in einer art von kopfrechnen eine sache sehen in ihr das einzige motiv zum handeln die richterin alles übrigen handelns finden macht den helden auch den fanatiker also eine fertigkeit im messen mit einem maßstabe nicht unzeitig sehen wollen solange man etwas erlebt muss man dem erlebnis sich hingeben und die augen schließen also nicht darin schon den beobachter machen das nämlich würde die gute verdauung des erlebnisses stören anstatt einer weisheit trüge man die indigestion davon aus der praxis des weisen um weise zu werden muss man gewisse erlebnisse erleben wollen also ihnen in den rachen laufen sehr gefährlich ist dies freilich mancher weise wurde dabei aufgefressen die ermüdung des geistes unsere gelegentliche gleichgültigkeit und kälte gegen menschen welche uns als härte und charaktermangel ausgelegt wird ist häufig nur eine ermüdung des geistes bei dieser sind uns die anderen wie wir uns selber gleichgültig oder lästig eins ist not wenn man klug ist ist einem allein darum zu tun dass man freude im herzen habe ach setzt jemand hinzu wenn man klug ist tut man am besten weise zu sein ein zeugnis der liebe jemand sagte über zwei personen habe ich nie gründlich nachgedacht es ist das zeugnis meiner liebe zu ihnen wie man schlechte argumente zu verbessern sucht mancher wirft seinen schlechten argumenten noch ein stück seiner persönlichkeit hinten nach wie als ob jene dadurch richtiger ihre bahn laufen würden und sich in gerade und gute argumente verwandeln ließen ganz wie die kegelschieber auch nach dem wurfe noch mit gebärden und schwenkungen der kugel die richtung zu geben suchen die rechtlichkeit es ist noch wenig wenn man in bezug auf rechte und eigentum ein mustermensch ist wenn man zum beispiel als knabe nie obst in fremden gärten nimmt als man nicht über ungemähte wiesen läuft um kleine dinge zu nennen welche wie bekannt den beweis für diese art von musterhaftigkeit besser geben als große es ist noch wenig man ist dann immer erst eine juristische person mit einem grad von moralität der an sogar eine gesellschaft ein menschen klumpen fähig ist mensch was ist die eitelkeit des eitelsten menschen gegen die eitelkeit welche der bescheidenste besitzt in hinsicht darauf dass er sich in der natur und welt als mensch fühlt nötigste gymnastik durch den mangel an kleiner selbst beherrschung bröckelt die fähigkeit zur großen ab jeder tag ist schlecht benutzt und eine gefahr für den nächsten an dem man nicht wenigstens einmal sich etwas im kleinen versagt hat diese gymnastik ist unentbehrlich wenn man sich die freude sein eigener herr zu sein erhalten will sich selber verlieren wenn man erst sich selber gefunden hat muss man verstehen sich von zeit zu zeit zu verlieren und dann wieder zu finden vorausgesetzt dass man ein denker ist diesem ist es nämlich nachteilig immer da an eine person gebunden zu sein wann abschied nehmen not tut von dem was du erkennen und messen willst musst du abschied nehmen wenigstens auf eine zeit erst wenn du die stadt verlassen hast siehst du wie hoch sich ihre türme über die häuser erheben am mittag wie mein tätiger und stürmereicher morgen des lebens beschieden war dessen Seele überfällt um den mittag des lebens eine seltsame ruhesucht die monden und jahrelang dauern kann es wird still um ihn die stimmen klingen fern und ferner die sonne scheint steil auf ihn herab auf einer vorgegebenen waldwiese sieht er den großen pan schlafend alle dinge der natur sind mit ihm eingeschlafen einen ausdruck von ewigkeit im gesichte so dünkt es ihm er will nichts er sorgt sich um nichts sein herz steht still nur sein auge lebt es ist ein tod mit wachen augen vielleicht sieht da der mensch was er nie sah und soweit er sieht ist alles in ein lichtnetz eingesponnen und gleichsam darin begraben er fühlt sich glücklich dabei aber es ist ein schweres schweres Glück da endlich erhebt sich der wind in den bäumen mittag ist vorbei das leben reißt ihn wieder an sich das leben mit blinden augen hinter dem sein gefolge her stürmt wunsch trug vergessen genießen vernichten vergänglichkeit und so kommt der abend herauf stürmreicher und tatenvoller als selbst der morgen war den eigentlich tätigen menschen erscheinen die länger währenden zustände des erkennens fast unheimlich und krankhaft aber nicht unangenehm sich vor seinem maler hüten ein großer maler der in einem porträt den vollsten ausdruck und augenblick dessen ein mensch fähig ist enthüllt und niedergelegt hat wird von diesem menschen wenn er ihn später im wirklichen leben wieder sieht fast immer nur eine karikatur zu sehen glauben die zwei grundsätze des neuen lebens erster grundsatz man soll das leben auf das sicherste beweisbarste hin einrichten nicht wie bisher auf das entfernteste unbestimmteste horizont wolkenhafteste hin zweiter grundsatz man soll sich die reihenfolge des nächsten und nahen des sicheren und weniger sicheren festlegen bevor man sein leben einrichtet und in eine endgültige richtung bringt gefährliche reizbarkeit begabte menschen die aber träge sind werden immer etwas gereizt erscheinen wenn einer ihrer freunde mit einer tüchtigen arbeit fertig geworden ist ihre eifersucht ist rege sie schämen sich ihrer faulheit oder vielmehr sie befürchten der tätige verachte sie gegenwärtig noch mehr als sonst in dieser stimmung kritisieren sie das neue werk und ihre kritik wird zur rache zum höchsten befremden des urhebers zerstören der illusionen die illusionen sind gewiss kostspielige vergnügungen aber das zerstören der illusionen ist noch kostspieliger als vergnügen betrachtet was es unleugbar für manchen menschen ist das eintönige des weisen die kühe haben mitunter den ausdruck der verwunderung die auf der wiese zur frage stehen bleibt dagegen liegt im auge der höheren intelligenz das nil admirari ausgebreitet wie die eintönigkeit des wolkenlosen himmels nicht zu lange krank sein man hüte sich zu lange krank zu sein denn bald werden die zuschauer durch die übliche verpflichtung mitleiden zu bezeigen ungeduldig weil es ihnen zu viel mühe macht diesen zustand lange bei sich aufrecht zu erhalten und dann gehen sie unmittelbar zur verdächtigung eures charakters über mit dem schlusse ihr verdient es krank zu sein und wir brauchen uns nicht mehr mit mit leiden anzustrengen wink für enthusiasten wer gern hingerissen werden will und sich leicht nach oben tragen lassen möchte soll zusehen dass er nicht zu schwer werde das heißt zum beispiel dass er nicht viel lerne und namentlich von der wissenschaft sich nicht erfüllen lasse diese macht schwerfällig nehmt euch in acht ihr enthusiasten sich zu überraschen wissen wer sich selber sehen will so wie er ist muss verstehen sich selber zu überraschen mit der fackel in der hand denn es steht mit dem geistigen so wie es mit dem körperlichen steht wer gewohnt ist sich im spiegel zu schauen vergisst immer seine hässlichkeit erst durch den maler bekommt er den eindruck derselben wieder aber er gewöhnt sich auch an das gemälde und vergisst seine hässlichkeit zum zweiten male dies nach dem allgemeinen gesetze dass der mensch das unveränderlich hässliche nicht erträgt es sei denn auf einen augenblick er vergisst es oder leugnet es in allen fällen die moralisten müssen auf jeden Augenblick rechnen um ihre wahrheiten vorbringen zu dürfen meinungen und fische man ist besitzer seine meinungen wie man besitzer von fischen ist insofern man nämlich besitzer eines eines fischteiches ist man muss fischen gehen und glück haben denn man hat seine fische seine meinungen ich rede hier von lebendigen meinungen von lebendigen fischen andere sind zu finden wenn sie ein fossilien kabinett besitzen und in ihrem Kopf überzeugungen anzeichen von freiheit und unfreiheit seine notwendigen bedürfnisse so viel wie möglich selber befriedigen wenn auch unvollkommen das ist die richtung auf freiheit von geist und person viele auch überflüssige bedürfnisse sich befriedigen lassen und so vollkommen als möglich erzieht zur unfreiheit der sophist hippias der alles was er trug innen und außen selbst erworben selber gemacht hatte entspricht eben damit der richtung auf höchste freiheit des geistes und der person nicht darauf kommt es an dass alles gleich gut und vollkommen gearbeitet ist der stolz flickt schon die schadhaften stellen aus sich selber glauben in unserer zeit misstraut man jedem der an sich selber glaubt ehemals genügt es um an sich glauben zu machen das rezept um jetzt glauben zu finden heißt schone dich selber nicht willst du deine meinung in ein glaubwürdiges licht setzen so zünde zuerst die eigene hütte an reicher und ärmer zugleich ich kenne einen menschen der als kind schon sich gewöhnt hatte gut von der intellektualität der menschen zu reden also von ihrer wahren hingebung in bezug auf geistige dinge ihrer uneigennützigen bevorzugung des als wahr erkannten und der gleichen dagegen von seinem eigenen kopfe urteil geständnis geistesgegenwart Fantasie bescheidene ja niedrige Begriffe zu haben er machte sich nichts aus sich wenn er sich mit anderen verglich nun wurde er im laufe der jahre erst einmal und dann hundertfach gezwungen in diesen punkte umzulernen man sollte denken zu seiner großen freude und genug tu es gab auch in der tat etwas davon aber doch wie er einmal sagte eine bitterkeit der bittersten art beigemischt welche ich im früheren leben nicht kannte denn seit ich die menschen und mich selber gerechter schätze scheint mir mein geist weniger nütze ich glaube damit kaum noch etwas gutes erweisen zu können weil der geist der anderen es nicht anzunehmen versteht ich sehe jetzt die schreckliche kluft zwischen dem hilfreichen und dem hilfebedürftigen immer vor mir und so quält mich die not meinen geist für mich haben und alleine genießen zu müssen so weit er genießbar ist aber geben ist seliger als haben und was ist der reichste in der einsamkeit einer wüste wie man angreifen soll die gründe um deret willen man etwas glaubt oder nicht glaubt sind bei den allerseltensten menschen überhaupt so stark als sie sein können für gewöhnlich hat man um den glauben an etwas zu erschüttern durchaus nicht nötig ohne weiteres das schwerste geschützt des angriffs vorzufahren bei vielen führt es schon zum ziele wenn man den angriff mit etwas lärm macht sodass oft knallerbsen genügen gegen sehr eitle personen reicht die mine des allerschwersten angriffs aus sie sehen sich sehr ernst genommen und geben gern nach tot durch die sichere aussicht auf den Tod könnte jedem Leben ein köstlicher wohlriechender tropfen von leicht sinn beigemischt sein und nun habt ihr wunderlichen apothekerseelen aus ihm einen übel schmeckenden gift tropfen gemacht durch den das ganze leben widerlich wird reue niemals der reue raum geben sondern sich sofort sagen dies hieße jahr der ersten dummheit eine zweite zugesellen hat man schaden gestiftet so sinne man darauf gutes zu stiften wird man wegen seiner handlungen gestraft dann ertrage man die strafe mit der empfindung damit schon etwas gutes zu stiften man schreckt die anderen ab in die gleiche torheit zu verfallen jeder gestrafte übeltäter darf sich als wohltäter der menschheit fühlen zum Denker werden wie kann jemand zum Denker werden wenn er nicht mindestens den dritten Teil jeden tages ohne leidenschaften menschen und bücher verbringt das beste heilmittel etwas gesundheit ab und zu ist das beste heilmittel des kranken nicht anrühren es gibt schreckliche menschen welche ein problem anstatt es zu lösen für alle welche sich mit ihm abgeben wollen verfitzen und schwerer lösbar machen wer es nicht versteht den nagel auf den kopf zu treffen soll ja gebeten sein ihn gar nicht zu treffen die vergessene natur wir sprechen von natur und vergessen uns dabei wir sind selber natur homem folglich ist natur etwas ganz anderes als das was wir beim nennen ihres namens empfinden tiefe und langweiligkeit bei tiefen menschen wie bei tiefen brunnen dauert es lange bis etwas das in sie fällt ihren grund erreicht die zuschauer welche gewöhnlich nicht lange genug warten halten solche menschen leicht für unbeweglich und hart oder auch für langweilig wann es Zeit ist sich Treue zu geloben man verläuft sich mitunter in eine geistige Richtung welche unserer Begabung widerspricht eine Zeit lang kämpft man historisch wieder die Flut und den Wind an im Grunde gegen sich selbst man wird müde keucht was man vollbringt macht einem keine rechte Freude man meint zu viel bei diesen Erfolgen eingebüßt zu haben ja man verzweifelt an seiner Fruchtbarkeit an seiner Zukunft mitten im Siege vielleicht endlich endlich kehrt man um und jetzt weht der Wind in unser Segel und treibt uns in unser Fahrwasser welches Glück wie siegesgewiss fühlen wir uns jetzt erst wissen wir was wir sind und was wir wollen wir geloben uns in Treue und dürfen es als Wissende wetterpropheten wie die Wolken uns verraten wohin hoch über uns die Winde laufen so sind die leichtesten und freiesten Geister in ihren Richtungen vorausverkündend für das Wetter das kommen wird der Wind im Tale und die Meinungen des Marktes von heute bedeuten nichts für das was kommt sondern nur für das was war stetige Beschleunigung jene Personen welche langsam beginnen und schwer in einer Sache heimisch werden haben nachher mitunter die Eigenschaft der stetigen Beschleunigung so dass zuletzt niemand weiß wohin der Strom sie noch reißen kann die guten drei größe ruhe sonnenlicht diese drei umfassen alles was ein Denker wünscht und auch von sich fordert seine Hoffnungen und Pflichten seine Ansprüche im intellektuellen und moralischen sogar in der täglichen Lebensweise und selbst im Leidenschaftlichen seines Wohnsitzes ihnen entsprechen einmal erhebende Gedanken so dann beruhigende drittens aufhellende viertens aber Gedanken welche an allen drei Eigenschaften Anteil haben in denen alles Irdische zur Verklärung kommt es ist das Reich wo die große Dreifaltigkeit der Freude herrscht für die Wahrheit sterben wir würden uns für unsere Meinungen nicht verbrennen lassen wir sind ihrer nicht so sicher aber vielleicht dafür dass wir unsere Meinungen haben dürfen und ändern dürfen seine Taxe haben wenn man gerade so viel gelten will als man ist muss man etwas sein das seine Taxe hat aber nur das Gewöhnliche hat seine Taxe somit ist jenes Verlangen entweder die Folge einsichtiger Bescheidenheit oder dummer Unbescheidenheit Moral für Häuserbauer man muss die Gerüste wegnehmen wenn das Haus gebaut ist Sophokleismus Wer hat mehr Wasser in den Wein gegossen als die Griechen Nüchternheit und Grazie verbunden das war das Adelsvorrecht des Atheners zur Zeit des Sophokles und nach ihm Mache es nach wer da kann im Leben und Schaffen Das Heroische Das Heroische besteht darin dass man Großes tut oder etwas in großer Weise nicht tut ohne sich im Wettkampf mit anderen vor anderen zu fühlen Der Heros trägt die Einöde und den Heiligen unbetretbaren Grenzbezirk immer mit sich wohin er auch gehe Doppelgängerei der Natur In mancher Natur Gegend entdecken wir uns selber wieder mit angenehmem Grausen Es ist die schönste Doppelgängerei Wie glücklich muss der sein können welche jene Empfindung gerade hier hat in dieser beständigen sonnigen Oktoberluft in diesem schalkhaft glücklichen Spielen des Windzuges von früh bis abends in dieser reinsten helle und mäßigsten Kühle in dem gesamten anmutig ernsten Hügel Seen und Wald Charakter dieser Hochebene welche sich ohne Furcht neben die Schrecknisse des ewigen Schnees hingelagert hat hier wo Italien und Finnland zum Bunde zusammengekommen sind und die Heimat aller silbernen Farbtöne der Natur zu sein scheint wie glücklich der welcher sagen kann es gibt gewiss viel größeres und schöneres in der Natur dies aber ist mit mir innig und vertraut blutsverwandt ja noch mehr Leutseligkeit des Weisen der Weise wird unwillkürlich mit den anderen Menschen leutselig umgehen wie ein Fürst und sie trotz aller Verschiedenheit der Begabung des Standes und der Gesittung leicht als gleichartig behandeln was man sobald es bemerkt wird ihm sehr übel nimmt Gold alles was Gold ist glänzt nicht die sanfte Strahlung ist dem edelsten Metalle zu eigen Rad und Hemmschuh das Rad und der Hemmschuh haben verschiedene Pflichten aber auch eine gleiche einander wehe zu tun Störungen des Denkers auf alles was den Denker in seinen Gedanken unterbricht stört wie man sagt muss er friedfertig hinschauen wie auf ein neues Modell das zur Tür hereintritt um sich dem Künstler anzubieten die Unterbrechungen sind die Raben welch dem einsamen Speise bringen Viel Geist haben Viel Geist haben erhält Jung aber man muss es ertragen damit gerade für älter zu gelten als man ist denn die Menschen lesen die Schriftzüge des Geistes ab als Spuren der Lebenserfahrung das heißt des viel und schlimm gelebt habens des leidens irrens bereuens also man gilt ihnen für älter sowohl als für schlechter als man ist wenn man viel Geist hat und zeigt wie man siegen muss man soll nicht siegen wollen wenn man nur die Aussicht hat um eines Haares breite seinen Gegner zu überholen der gute Sieg muss den besiegten freudig stimmen er muss etwas göttliches haben welches die Beschämung erspart Wahn der überlegenen Geister Die überlegenen Geister haben Mühe sich von einem Wahne freizumachen sie bilden sich nämlich ein dass sie bei den mittelmäßigen neiderregen und als Ausnahme empfunden werden tatsächlich aber werden sie als das empfunden was überflüssig ist und was man wenn es fehlte nicht entbehren würde Forderung der Reinlichkeit Dass man seine Meinungen wechselt ist für die einen Naturen ebenso eine Forderung der Reinlichkeit wie die dass man seine Kleider wechselt für andere Naturen aber nur eine Forderung ihrer Eitelkeit Auch eines Heros würdig Hier ist ein Heros der nichts getan hat als den Baum geschüttelt sobald die Früchte reif waren Düngt euch dies zu wenig so seht euch den Baum erst an den er schüttelte Woran die Weisheit zu messen ist Der Zuwachs an Weisheit lässt sich genau mit der Abnahme an Galle bemessen Den Irrtum unangenehm sagen Es ist nicht nach jedermanns Geschmack dass die Wahrheit angenehm gesagt werde Möge aber wenigstens niemand glauben dass der Irrtum zur Wahrheit werde wenn man ihn unangenehm sage Die goldene Losung Dem Menschen sind viele Ketten angelegt worden damit er verlerne sich wie ein Tier zu gebärden und wirklich er ist milder geistiger freudiger besonnener geworden als alle Tiere sind Nun aber leidet er noch daran dass er so lange seine Ketten trug dass es ihm so lange an reiner Luft und freier Bewegung fehlte diese Ketten aber sind ich wiederhole es immer und immer wieder jene schweren und sinnvollen Irrtümer der moralischen der religiösen der metaphysischen Vorstellungen erst 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 auch die Ketten krankheit überwunden ist ist das erste große ziel ganz erreicht die abtrennung des menschen von den tieren Nun stehen wir mitten in unserer Arbeit die Ketten abzunehmen und haben dabei die höchste Vorsicht nötig nur dem veredelten Menschen darf die Freiheit des Geistes gegeben werden ihm allein naht die Erleichterung des Lebens und salbt seine Wunden aus er zuerst darf sagen dass er um der Freudigkeit willen lebe und um keines weiteren Zieles Willen und in jedem anderen Munde wäre sein Wahlspruch gefährlich Frieden um mich und einen Wohlgefallen an allen nächsten Dingen bei diesem Wahlspruch für Einzelne gedenkt er eines alten großen und rührenden Wortes welches allen galt und das über der gesamten Menschheit stehen geblieben ist als ein Wahlspruch und Wahrzeichen an dem jeder zugrunde gehen soll der damit zu zeitig sein Banner schmückt an dem das Christentum zugrunde ging noch immer so scheint es ist es nicht Zeit dass es allen Menschen jenen Hirten gleich ergehen dürfe die den Himmel über sich erhellt sahen und jenes Wort hörten Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen aneinander immer noch ist es die Zeit der Einzelnen von allem was du vorgebracht hast hat mir nichts mehr gefallen als eine Verheißung ihr wollt wieder gute Nachbarn der nächsten Dinge werden dies wird auch uns armen Schatten zugutekommen denn gesteht es euch nur ein ihr habt bisher uns allzu gern verleumdet verleumdet aber warum habt ihr euch nie verteidigt ihr hattet ja unsere ohren in der nähe es schien uns als ob wir euch eben zu nahe wären um von uns selber reden zu dürfen delikat sehr delikat ach ihr Schatten seid bessere Menschen als wir das merke ich doch nanntet ihr uns zudringlich uns die wir mindestens eines gut verstehen zu schweigen und zu warten kein engländer versteht es besser es ist wahr man findet uns sehr sehr oft in dem gefolge des menschen aber doch nicht in seiner knechtschaft wenn der mensch das licht scheut scheuen wir den menschen so weit geht doch unsere freiheit ach das licht scheut noch viel öfter den menschen und dann verlasst ihr ihn auch ich habe dich oft mit schmerz verlassen es ist mir der ich wispy gericht bin an dem menschen vieles dunkel geblieben weil ich nicht immer um ihn sein kann um den preis der vollen menschen erkenntnis möchte ich auch wohl dein sklave sein weißt weißt du denn weiß ich denn ob du damit nicht unversehens aus dem sklaven zum herrn würdest oder zwar sklave bliebest aber als verächter deines herrn ein leben der erniedrigung des ekels führtest seien wir beide mit der freiheit zufrieden so sie dir geblieben ist dir und mir denn der Anblick eines unfreien würde mir meine größten freuden vergelen das beste wäre mir zuwider wenn es jemand mit mir teilen müsste ich will keine sklaven um mich wissen deshalb mag ich auch den hund nicht den faulen schweifwedelnden schmarotzer der erst als knecht des menschen hündisch geworden ist und von dem sie noch zu rühmen pflegen dass er dem herrn treu sei und ihm folge wie sein wie sein schatten so sagen sie vielleicht folge ich dir heute auch schon zu lange es ist der längste tag aber wir sind an seinem ende eine kleine weile noch geduld der rasen ist feucht und mich fröstelt oh ist ist schon zeit zu scheiden und ich musste dir zuletzt noch wehe tun ich sah es du wurdest dunkler dabei ich errötete in der farbe in welcher ich es vermag mir fiel ein dass ich dir oft zu füßen gelegen habe wie ein Hund und dass du dann und könnte ich dir nicht in aller Geschwindigkeit noch etwas zu Liebe tun hast du keinen Wunsch keinen außer etwa den Wunsch welchen der philosophische Hund vor dem großen Alexander hatte geh mir ein wenig aus der Sonne es wird mir zu kalt was soll ich tun tritt unter diese Fichten und schaue dich nach den Bergen um die Sonne sinkt wo bist du wo bist du mit du Untertitelung des ZDF, 2020